Der Fotograf Ein Psychothriller von John Katzenbach Gelesen von Simon Jäger Erstes Kapitel Die Gründe für Detective Barron's Obsession Sie träumte schlecht. Sie sah ein treibendes Boot, zuerst von fern, dann plötzlich aus der Nähe, bis sie merkte, dass sie selbst in diesem Boot saß und ringsum von Wasser eingeschlossen war. Zuerst empfand sie Panik. Sie wollte nach jemandem suchen und ihm klarmachen, dass sie nicht schwimmen konnte, doch jedes Mal, wenn sie sich umsah, verlor sie fast den Halt. Die Jolle hob sich auf dem bewegten Wasser und verharrte einen Moment lang auf einem Wellenkamm, bevor sie beängstigend tief hinuntertauchte. Als sie sich mit aller Macht am Mast festklammerte, schrillte plötzlich eine Sirene, und sie wusste, dass dies ein Leck im Rumpf signalisierte und dass ihr jeden Moment das Wasser bis zu den Knöcheln stehen würde. Die Sirene dröhnte weiter, und sie machte den Mund auf, um verzweifelt um Hilfe zu rufen, während sie sich auf dem schwankenden Boden mühsam aufrecht hielt. Im Traum legte sich die Jolle plötzlich schräg, und sie herrschte ihr schlafendes Selbst an. Wach auf! Wach auf! Bring dich in Sicherheit! Genau das tat sie auch. Sie schnappte nach Luft, riss sich aus dem Halbschlaf und saß im nächsten Moment senkrecht, während sie mit der rechten Hand das Bettgestell packte. Ein fester Halt inmitten der diffusen Ängste aus ihrem Traum. Erst jetzt merkte sie, dass das Telefon klingelte. Sie fluchte, rieb sich die Augen und fand den Apparat ein Stück weit entfernt auf dem Boden. Mit einem Räuspern meldete sie sich. Detective Barron, was gibt's? Ihr blieb keine Zeit, sich zu fragen, was passiert sein könnte. Sie lebte allein. Kein Ehemann, keine Kinder, die Eltern längst tot, und so konnte sie einen Anruf mitten in der Nacht nicht so leicht wie die meisten Menschen, die beim ersten Klingeln im Dunkeln eine schlimme Nachricht befürchtet hätten, in Angst und Schrecken versetzen. Da sich Verbrechen nicht an die Bürozeiten hielten, musste eine Kripobeamtin damit rechnen, nachts aus dem Bett geholt zu werden. Deshalb vermutete sie, dass im Zuge einer Ermittlung ihr fachliches Können als Kriminaltechnikerin gefragt war. Merce, haben Sie schon geschlafen? Ja, aber das macht nichts. Wer ist der bitte? Merce, Robert Wills vom Morddezernat. Ich... Er brach mitten im Satz ab. Detective Barron wartete. Wie kann ich helfen? fragte sie. Merce, es tut mir sehr leid, dass ich es Ihnen sagen muss. Wie in einer Momentaufnahme sah sie Bob Wills an seinem Schreibtisch im Morddezernat sitzen. Es war ein karges, nüchternes Großraumbüro, im grellen Neonlicht mit Aktenschränken aus Metall und Orange leuchtenden Schreibtischen, deren Signalfarbe auf ihre Weise die entsetzlichen Geschichten spiegelte, die sie in den Gesprächen der Kollegen untereinander oder auch bei Zeugenbefragungen anhören mussten. Was? Für einen Moment war sie seltsam erregt. Im Gegensatz zu der hilflosen Panik in ihrem Albtraum spürte sie jetzt so etwas wie einen Nervenkitzel, eine gespannte Erwartung. Als ihr Anrufer weiterhin schwieg, breitete sich ein Vakuum in ihrem Magen aus. Dann ein flaues Gefühl. Worum geht es? Fragte sie und merkte, wie sich die neue Empfindung in ihrer Stimme niederschlug. Miss, Sie haben eine Nichte. Ja, verdammt, Susan Lewis. Sie studiert an der Uni. Was ist mit ihr? Hatte sie einen Unfall? In diesem Moment traf sie die Erkenntnis mit aller Wucht. Bob Wills vom Morddezernat Mord 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 Und sie wusste, worum es bei dem Anruf ging. Es tut mir leid, wiederholte Wills, doch seine Stimme kam wie aus weiter Ferne, und einen Moment lang wünschte sie sich in ihren Traum zurück. Detective Mercedes Barron zog sich rasch an und machte sich durch die spätsommerliche Nacht zu der Adresse auf den Weg, die eine fremde Hand notiert zu haben schien. Obwohl ihr Herz raste, hatte diese Hand sorgfältig auf dem Block Zahlen und Buchstaben aneinandergereiht. Auch das Gespräch mit dem Kollegen vom Morddezernat hatte jemand anders beendet. Währenddessen hatte Murs miterlebt, wie jemand mit ihrer eigenen, ausdruckslos gepressten Stimme, nach den näheren Umständen, nach dem Ermittlungsstand, den Namen der mit dem Fall befassten Beamten, nach dem vermutlichen Tathergang und ersten Theorien fragte, die man verfolgen wollte. Nach Zeugenaussagen, Beweismaterial. Hartnäckig widersetzte sich dieser jemand Detective Wills Ausweichmanövern und begriff sehr schnell, dass der zwar nicht zuständig war, ihr aber sagen konnte, was sie wissen wollte. Dabei schrie alles in ihr auf. Und es kostete sie die größte Kraft, ihre Qual zu unterdrücken, die sich in einem lauten Schluchzen Luft machen wollte. Sie gestattete sich nicht einen einzigen Gedanken an ihre Nichte. Einmal wurde sie auf ihrem Weg durchs Stadtzentrum eine Sekunde lang von den Scheinwerfern eines Sattelschleppers geblendet, der mit wildem Hubkonzert gefährlich nah aufgefahren war, und sie ertappte sich dabei, wie sie die Angst vor einer Kollision durch die Erinnerung an ihre letzte Begegnung mit Susan vor zwei Wochen verdrängte. Sie hatten sich im Pool des kleinen Apartmenthauses gesonnt, in dem Detective Barron wohnte, und Susan hatte ihren Dienstrevolver entdeckt, der sich etwas unpassend zwischen Handtüchern, Sonnenmilch, einer Frisbeescheibe und einem Taschenbuchroman im Strandbeutel befand. Detective Barron musste an die Reaktion des Teenagers denken. Sie hatte die Waffe als abstoßend bezeichnet, was es in den Augen ihrer Besitzerin präzise traf. Wieso musste sie überhaupt mitschleppen? Weil wir genau genommen nie außer Dienst sind. Falls mir ein Verbrechen unter die Augen kommt, muss ich wie eine Polizistin reagieren. Aber ich dachte, das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich meine, seit... Stimmt, seit der Schießerei nicht mehr. Nein, ich bin jetzt eine ziemlich gezähmte Polizistin. Bis ich zu einem Verbrechen gerufen werde, ist alles schon gelaufen. Ich gitt. Leichen, oder? Richtig. Ich gitt ist ebenfalls richtig. Sie hatten gelacht. Wäre schon komisch, hatte Susan gemeint. Was wäre komisch? Von einer Polizistin im Bikini verhaftet zu werden. Sie hatten wieder gelacht. Ihre Nichte war aufgestanden und kopfüber in das blaue Wasser des Pools gesprungen. Detective Barron hatte Susan dabei beobachtet, wie sie mühelos unter Wasser bis zum gegenüberliegenden Beckenrand glitt. Dann, ohne einmal aufzutauchen, wendete und wieder zum Ausgangspunkt zurückschwamm. Der Anflug von Eifersucht auf ihre Jugend war ebenso schnell verflogen, wie er gekommen war. Schließlich war sie selbst auch ganz gut in Form. Susan hatte die Arme auf dem Beckenrand verschränkt und ihre Tante gefragt. Merce, wie kommt es eigentlich, dass du direkt am Meer wohnst und nicht schwimmen kannst? Das bleibt mein süßes Geheimnis, hatte sie erwidert. Kann ich nicht nachvollziehen, hatte Susan erklärt, während sie aus dem Pool stieg und das Wasser von ihrem schlanken Körper floss. Habe ich dir übrigens erzählt, dass ich diesen Herbst Meereskunde als Hauptfach wähle? Mit Sicherheit glitschige Fische. Sie hatte gelacht. Stachlige Krustentiere, riesige Säuger. Jacques Cousteau, jetzt komme ich. Das ist großartig, hatte die Polizistin geantwortet. Bei deiner Liebe zum Wasser? Allerdings. Oh, for a life of the sun, the sand, the deep blue sea and fish guts for me, hatte Susan getrellert. Wieder hatten sie gelacht. Susan hatte immer gelacht, dachte die Polizistin und gab Gas. Sie tauchte in das Lichtermeer des Stadtzentrums ein und bahnte sich ihren Weg zwischen den Hochhäusern, die in den südlichen Himmel ragten. Obwohl ihr ein heißer Stich mitten durchs Herz ging, sodass ihr die Luft wegblieb, zwang sich, Detective Baron konzentriert zu fahren und sämtliche Erinnerungen aus dem Kopf zu verbannen, um klar denken zu können. Sieh dir alles genau an. Mach dich gleich auf die Suche. Sie musste nur darauf achten, den Anblick, der sie erwartete, streng von ihren Erinnerungen zu trennen. Detective Baron bog von der Route 1 ab und gelangte in eine Wohngegend. Es war spät, schon weit nach Mitternacht. Und bis zum Morgengrauen blieben nur wenige Stunden. Es herrschte wenig Verkehr und sie war schnell gefahren. Getrieben von dem Gefühl der außerordentlichen Dringlichkeit, das einen gewaltsamen Tod stets begleitet. Wenige Kilometer vor dem Ziel drosselte sie jedoch unvermittelt das Tempo, bis ihr unscheinbarer Mittelklassewagen nur noch im Schneckentempo kroch. Sie suchte die Reihen der gepflegten, gutbürgerlichen Häuser nach Lebenszeichen ab. Die Straßen waren leer, die Häuser dunkel. Hier und da brannte in einem Zimmer noch Licht und Merce fragte sich, welches Buch oder Fernsehprogramm, welcher Streit oder welche Sorgen den Bewohner vom Schlaf abhielten. Am liebsten hätte sie vor einem dieser Häuser angehalten, geklingelt und gefragt. Haben Sie Kummer? Quält Sie eine Erinnerung? Sind Sie deshalb noch wach? Möchten Sie vielleicht darüber reden? Sie bog in die Old Cutler Road ein und wusste, dass der Eingang zum Park nach wenigen hundert Metern kommen musste. Das Dunkel schien im Laub zu nisten. Große Teebäume und Weiden versteckten zwischen ihren Blättern und Zweigen etwas von der Nacht. Wie Arme streckten sie ihre Äste über die Straße. Detective Barron hatte plötzlich das unheimliche Gefühl, vollkommen allein auf der Welt zu sein. Die einzige Überlebende, die ziellos durch die Finsternis irrte. Die verblassten Buchstaben auf dem kleinen Eingangsschild waren kaum zu erkennen. Als ein Opossum vor die Räder ihres Wagens lief, schrak sie zusammen, trat heftig auf die Bremse und atmete erleichtert aus, als sie merkte, dass die Kreatur noch einmal davongekommen war. Sie kurbelte die Scheibe herunter und roch Salz in der Luft. Die Bäume in ihrer Umgebung waren geschrumpft. Die riesigen Palmen, welche die Autobahn gesäumt hatten, waren dem knorrigen, verknäuelten Geäst der Mangroven gewichen. Die Straße beschrieb eine scharfe Kurve und Merse wusste, dass dahinter die weitläufige Biscayne Bay auftauchen würde. Zuerst dachte sie, das Wasser in der Bucht glitzere unter dem Mond. Doch sie irrte sich. Sie hielt abrupt an und starrte hinüber. Zuerst rang das Dröhnen mächtiger Generatoren an ihr Bewusstsein. Deren rhythmisches Stampfen speiste drei Reihen Scheinwerferlampen. Das grelle Flutlicht schnitt aus der Dunkelheit am Parkplatzrand einer Bühne, auf der sich dutzende uniformierte Polizisten und Kripobeamte vorsichtig bewegten. Außerhalb des Lichtkegels waren einige Streifen, ein Krankenwagen und die weiß-grünen Fahrzeuge der Spurensuche abgestellt, deren blau-rote Lichtblitze die arbeitenden Gestalten für Sekundenbruchteile banden. Detective Barron holte tief Luft und fuhr zu dem erleuchteten Abschnitt der Bucht hinunter. Sie parkte am Rand des Geschehens und machte sich zu Fuß auf den Weg zur Mitte der Bühne, wo eine Gruppe Männer zusammenstand und etwas betrachtete, auf das ihr die Sicht versperrt war. Sie wusste, worum es sich handelte. Doch das war eine sachliche Feststellung, ein Erfahrungswert ohne emotionale Anteile. Die Stelle war weitläufig mit gelbem Flatterband abgesperrt. Alle drei, vier Meter hing ein Schild daran. Polizeiliche Absperrung. Zutritt verboten. Sie hob das Band hoch und schlüpfte darunter hindurch. Die Bewegung zog die Aufmerksamkeit eines Beamten in Uniform auf sich, der rasch auf sie zukam und sie mit ausgestreckten Händen aufzuhalten versuchte. »Hören Sie!« sagte er. »Sie können da nicht rein!« Sie starrte ihn an und blieb stehen. Er ließ die Hände sinken. Betont langsam öffnete sie ihre Handtasche und zog ihre Polizeimarke heraus. Er warf einen kurzen Blick darauf und murmelte eine Entschuldigung. Inzwischen hatten auch die Männer in der Mitte des abgesperrten Bereichs ihre Ankunft bemerkt. Einer von ihnen löste sich aus der Gruppe und kam auf sie zu. »Mersh, um Gottes Willen! Hat Bulls ihnen nicht gesagt, dass sie nicht herkommen sollen?« »Doch«, erwiderte sie, »hier gibt es nichts für sie zu tun.« »Woher zum Teufel? Wollen Sie das wissen?« »Mersh, tut mir leid. Das muss...« Wütend fiel sie ihm ins Wort. »Muss was sein? Schwer? Traurig? Schwierig? Tragisch? Was glauben Sie?« »Beruhigen Sie sich erst mal. Hören Sie, Sie wissen, was wir jetzt tun. Können Sie einfach ein paar Minuten warten. Ich hole Ihnen eine Tasse Kaffee.« Er versuchte, sie am Ellbogen zu fassen und wegzuführen, doch sie schüttelte seinen Griff ab. »Versuchen Sie nicht, mich aus dem Verkehr zu ziehen, verflucht nochmal!« Nur ein paar Minuten, dann erhalten Sie von mir einen umfassenden Bericht. »Ich will keinen Bericht, ich will Sie selbst sehen!« »Mersh!« Der Detective breitete die Arme aus und versuchte immer noch, ihr den Blick zu verstellen. »Lassen Sie es sein.« Sie holte Tiefluft und schloss die Augen. Dann sagte sie, indem sie jedes Wort einzeln betonte, »Peter, Lieutenant Burns, zwei Dinge.« Punkt eins, das da drüben ist meine Nichte. Punkt zwei, ich bin Polizistin von Beruf. »Ich will es selbst sehen, mit eigenen Augen.« Der Lieutenant hielt inne. Er blickte sie an. »Na schön. In ein paar Minuten ist der Gerichtsmediziner mit seiner vorläufigen Untersuchung fertig. Wenn Sie Ihre Nichte auf eine Trage legen, können Sie rüberkommen. Wenn Sie wollen, können Sie sie dann auch offiziell identifizieren.« »Nicht erst in ein paar Minuten und nicht auf einer Trage. Ich will sehen, was mit ihr passiert ist.« »Mersh, verdammt! Ich will es sehen!« »Wozu? Das macht es nur schwerer für Sie.« »Woher zum Teufel wollen Sie das wissen?« »Wie sollte das irgendetwas schwerer machen?« Hinter dem Lieutenant blitzte ein Licht auf. Er drehte sich um und Detective Barron sah, wie ein Polizeifotograf aus unterschiedlichen Positionen Aufnahmen machte. »Jetzt!«, erklärte sie. »Ich will Sie jetzt sehen!« »Okay«, gab der Lieutenant nach und trat beiseite. »Es ist Ihr Albtraum.« Sie marschierte energisch an ihm vorbei. Dann blieb sie stehen. Sie holte tief Luft. Sie schloss die Augen und stellte sich das Lächeln ihrer Nichte vor. Noch einmal atmete sie tief durch. Dann trat sie zum Leichnam. »Präg dir alles ein«, befahl sie sich. »Brenn es dir ins Gedächtnis ein.« Sie zwang sich, rund um die Gestalt, die sie immer noch nicht in den Blick zu nehmen, wagte, den Boden abzusuchen. Sandboden und Blätter. Nichts, was einem klaren Schuhabdruck hergab. Mit geübtem Blick schätzte sie die Entfernung zwischen dem Parkplatz und der Gestalt ab. Das Wort »Leiche« konnte sie nicht einmal denken. »Zwanzig Meter?« »Eine gute Stelle, um eine Tote loszuwerden.« Sie versuchte, analytisch vorzugehen. »Es gab ein Problem.« »Es war für die Ermittler immer leichter, wenn« »wieder stolperte sie über den Begriff«, »das Opfer an der Stelle gefunden wurde, an der es getötet worden war.« »Unweigerlich würde man Indizien finden.« Während sie weiter den Boden absuchte, hörte sie hinter sich die Stimme des Lieutenant. »Mers, wir haben alles genau abgesucht. Sie brauchen wirklich nicht...« Doch sie ignorierte ihn, kniete sich hin und spürte die feste Konsistenz des Bodens. Falls etwas davon an den Schuhen haften blieb, dachte sie, konnten sie einen Abgleich machen. Ohne sich umzudrehen und zu vergewissern, ob Lieutenant Burns noch da war, sagte sie laut, »Nehmt von der ganzen Umgebung Bodenproben!« Nach kurzem Schweigen hörte sie ein zustimmendes Murmeln. Sie machte weiter und beschwor sich, stark zu sein, bis sie die Gestalt mit den Augen erreichte. »Also gut«, sagte sie sich, »jetzt sieh dir Susan an. Präge dir ein, was ihr heute Nacht zugestoßen ist. Sieh sie dir an, von oben bis unten. Dir darf nichts entgehen.« Und sie hob den Blick. »Susan«, sagte sie, wenn auch leise. Nur ganz vage war sie sich der Gegenwart der anderen Polizisten bewusst. Sie hatten Gesichter. Es waren Menschen, die sie kannte, Kollegen, Freunde. Das war ihr bewusst, wenn auch allenfalls unterschwellig. Später sollte sie versuchen, sich ins Gedächtnis zu rufen, wer alles am Leichenfundort gewesen war. Doch vergeblich. »Susan«, flüsterte sie erneut. »Ist das Ihre Nichte, Susan Lewis?« Es war die Stimme des Lieutenant. »Ja«, sie zögerte. »Das war Susan.« Plötzlich durchflutete sie eine sengende Hitze, als ob sich einer der Scheinwerfer mit seinem gleißenden Lichtstrahl gezielt auf sie richtete. Sie schnappte nach Luft. Dann noch einmal. Sie kämpfte gegen das Schwindelgefühl an. Sie musste an den Moment vor Jahren denken, als sie gemerkt hatte, dass sie von einem Schuss getroffen worden war und dass das Warme, das sie fühlte, ihr eigenes Blut war, das aus ihrem Körper sickerte. Genauso wie damals musste sie jetzt ihre ganze Kraft aufbieten, damit sich nicht ihre Augen verdrehten. Als ob es heute genauso tödlich wäre, dem Schwarzen nichts der Ohnmacht nachzugeben wie vor Jahren. »Mers«, sie hörte eine Stimme. »Geht's?« Sie rührte sich nicht. »Holt den Rettungsdienst!« In diesem Moment schaffte sie es, den Kopf zu schütteln. »Nein«, sagte sie, »geht schon wieder.« »Was Dümmeres hätte sie nicht sagen können«, dachte sie. »Bestimmt.« »Wollen sie sich setzen?« Sie wusste nicht, mit wem sie sprach, als sie noch einmal den Kopf schüttelte und erklärte, »mir fehlt nichts.« Jemand hielt sie am Arm. Sie riss sich los. »Überprüft Ihre Fingernägel«, ordnete sie an. »Sie muss sich heftig gewehrt haben. Vielleicht müssen wir nach einem Verdächtigen mit Kratzspuren suchen.« Sie sah, wie sich der Gerichtsmediziner über die Leiche beugte, behutsam jede Hand hochhob, um mit einem kleinen Skalpell ihre Fingernägel auszuschaben und die Partikel in Beweismitteltütchen zu füllen. »Nicht gerade üppig«, meinte er. »Sie muss sich wie ein Tiger gewehrt haben«, beharrte Detective Baron. »Vielleicht hatte sie keine Chance. Sie hat am Hinterkopf ein schweres Trauma. Von einem stumpfen Gegenstand. Wahrscheinlich war sie schon bewusstlos, als er das hier gemacht hat.« Der Doktor wies auf die Strumpfhose, die um Susans Kehle zugezogen war. Für Sekunden starrte Detective Baron auf die bläuliche Verfärbung der Haut. »Überprüfen Sie den Knoten«, sagte sie. »Habe ich schon«, entgegnete der Arzt. »Ganz normaler Knoten. Seite 1 in der Pfadfinderfibel.« Detective Baron betrachtete wie gebannt die Strumpfhose. Sie hätte alles dafür gegeben, sie lockern zu dürfen, damit ihre Nichte Luft bekam, als könne sie so den Tod in Schlaf verwandeln. Mercer erinnerte sich an ein Erlebnis aus ihrer Kindheit. Sie war noch sehr klein gewesen, vielleicht fünf, sechs Jahre alt, als der Hund der Familie von einem Auto überfahren wurde und starb. »Wieso ist Lady tot?«, hatte sie ihren Vater gefragt. »Weil ihre Knochen gebrochen waren«, hatte er geantwortet. »Als ich mir das Handgelenk gebrochen habe, hat der Arzt mir einen Gips drum gemacht und jetzt ist es schon besser«, hatte sie erwidert. »Legen wir Lady einen Gips an.« »Aber sie hat auch ihr ganzes Blut verloren«, hatte ihr Vater entgegnet. »Dann müssen wir eben das Blut wieder in sie reinbekommen«, hatte sie in wachsender Verzweiflung beharrt. »Ach, mein Kleines, wenn das doch nur ginge.« Und ihr Vater hatte seine Arme um sie gelegt, als sie eine der längsten Nächte ihrer Kindheit durchschluchzte. Als sie jetzt Zusens Leichnam anstarrte, sehnte sie sich nach diesen starken Armen. »Was ist mit den Handgelenken?«, fragte sie. »Irgendwelche Zeichen von Gewaltanwendung?« »Nein«, erklärte der Arzt. »Und das ist aufschlussreich.« »Allerdings«, meldete sich eine Stimme von der Seite. Detective Barron drehte sich nicht zu dem Sprecher um. »Das heißt, der Mistkerl hat ihr erst eins übergezogen und dann seinen Spaß mit ihr gehabt. Wahrscheinlich hat sie nicht einmal mitbekommen, was sie traf.« Detective Barron ließ den Blick den Hals des Opfers hinunterwandern. »Ist das da an der Schulter eine Bisswunde?« »Sieht so aus«, bestätigte der Gerichtsmediziner. »Müssen wir mikroskopisch untersuchen.« Ein Moment betrachtete sie die zerrissene Bluse ihrer Nächte. Susens Brüste waren entblößt, und sie hätte sie am liebsten zugedeckt. »Machen Sie Abstriche am Hals nach Speichelspuren«, bat sie. »Schon erledigt«, erwiderte der Arzt. »Auch in den Genitalien. Im Leichenschauhaus nehme ich nochmal welche.« Detective Barron ließ den Blick weiter Zentimeter für Zentimeter den Körper hinunterwandern. Ein Bein war keusch über das andere geschlagen, als zeigte Susan selbst im Tod noch ihr zurückhaltendes Wesen. »Gibt es irgendwelche Verletzungen im Genitalbereich?« »Nichts, was wir hier draußen erkennen könnten.« Detective Barron schwieg, während sie die gewonnenen Erkenntnisse auf sich wirken ließ. »Mers«, sagte der Doktor freundlich. »Das sieht den anderen vier verdammt ähnlich. Todesart, Körperstellung der Leiche, Fundort.« Detective Barron sah ruckartig auf. »Anderen? Anderen vier?« »Hat Lieutenant Burns Ihnen das nicht erzählt? Sie glauben, es ist der Kerl, den Sie in der Zeitung den Campus-Killer nennen. Ich dachte, das hätten Sie Ihnen gesagt.« »Nein«, erwiderte sie. »Das hat mir keiner gesagt.« Sie holte Tiefluft. »Aber das passt perfekt ins Bild.« »Es passt.« Sie stockte mitten im Satz. Der Lieutenant meldete sich zu Wort. »Wahrscheinlich sein Erster dieses Semester. Ich meine, mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen, aber das Grundmuster stimmt. Wir werden den Mord ihm zuschreiben, damit das Sonderdezernat übernehmen kann. Ich denke, das wird das Beste sein. Oder, Merce?« »Ja.« »Genug gesehen? Kommen Sie mit dort hinüber, damit ich Ihnen sagen kann, was wir haben und was nicht.« Sie nickte. Sie machte die Augen zu und wandte sich von dem Leichnam ab. Sie hoffte, dass man Susan bald wegbringen würde, als könnte es ihr ein bisschen menschliche Würde wiedergeben und die Schändung, das Unwiderrufliche ihres Todes mildern, wenn man sie aus dem Dreck und dem Unterholz holte. Sie wartete geduldig bei den Autos der Spurensicherung und der Kriminaltechnik. Sie gehörten zur Nachtschicht ihrer eigenen Dienststelle und sie kannte alle Kollegen gut. Jeder von ihnen unterbrach seine Arbeit und kroch unter dem Flatterband hervor, um ein paar Worte zu ihr zu sagen, ihr auf die Schulter zu klopfen oder ihr die Hand zu schütteln, bevor sie den Fundort weiter untersuchten. Kurz darauf kehrte Lieutenant Burns mit zwei Bechern Kaffee zurück. Trotz der drückenden, nächtlichen Tropenhitze fröstelte sie plötzlich und legte die Hände um den Becher aus Styropor. Ihr Kollege sah zum Himmel, an dessen Rändern gerade das erste zarte Grau des Morgens die Dunkelheit ablöste. »Wollen Sie es wirklich wissen?«, fragte er. »Bei Licht betrachtet ist es vielleicht besser. Ich will es wissen. Und zwar alles.«, unterbrach sie ihn. »Na schön«, setzte er vorsichtig an. Sie wusste, dass er abzuwägen versuchte, ob es vielleicht die Ermittlungen behinderte, wenn er Informationen an sie weitergab. Natürlich fragte er sich, ob er es mit einer Kollegin oder einer völlig fassungslosen Angehörigen zu tun hatte. »Dummerweise«, dachte sie, »hatte er es mit beidem zu tun.« »Lieutenant«, erklärte sie ihm, »ich will nur helfen. Wie Sie wissen, habe ich eine Menge Erfahrung. Ich möchte mich nützlich machen. Aber wenn Sie meinen, ich bin nur im Weg, dann halte ich mich raus. »Nein, nein, nein«, erwiderte er prompt. »Wie einfach«, dachte sie. Sie wusste, dass ihr Anerbieten, keine Fragen zu stellen, ihr das Recht gab, jede Frage zu stellen. Im Augenblick, begann der Lieutenant, sind unsere Kenntnisse noch sehr lückenhaft. Offenbar ist sie mit ein paar Freunden auf dem Campus in eine Bar gegangen. Es war voll, es hing eine Menge Kerle rum. Sie hat mit ein paar von ihnen getanzt. Ungefähr um zehn ist sie allein raus an die frische Luft. Ist nicht wieder reingekommen. Erst einige Stunden später, so um Mitternacht, haben sich ihre Freunde allmählich Sorgen gemacht und die Campus-Cops geholt. Etwa um dieselbe Zeit stolpern ein paar warme Brüder, die es gerade im Gebüsch miteinander treiben wollen, hier draußen über die Leiche. Er hob eine Hand. »Nein, die haben nichts gesehen und nichts gehört. Und stolpern ist wörtlich gemeint. Einer der Jungs ist drüber gefallen.« »Drüber«, dachte sie. »Über einen toten Gegenstand.« Sie biss sich auf die Lippe. »Mädchen verschwindet vom Campus. Leiche wird in einem Park ein paar Kilometer weiterentdeckt. Da brauchten wir nur zwei und zwei zusammenzuzählen. Seitdem sind wir hier. In ihrer Tasche haben wir ihren Namen gefunden, deshalb haben wir sie angerufen. Die Tochter ihrer Schwester, ja?« Detective Barron nickte. »Wollen Sie diesen Anruf übernehmen?« »Oh, mein Gott«, dachte sie. »Ja, wenn wir hier fertig sind.« »Da drüben ist ein Münztelefon. Ich würde Sie nicht warten lassen. Und wir brauchen hier wohl noch eine Weile.« Ihr wurde bewusst, dass es allmählich immer heller wurde. Die nächtliche Dunkelheit zog sich immer weiter zurück und die Gestalten nahmen immer klarere Konturen an. »In Ordnung«, sagte sie. Unwillkürlich musste sie denken, was für ein hoffnungslos, banaler Akt es war, ihre Schwester und ihren Schwager anzurufen. Eine Sekunde lang hoffte sie, keine passenden Münzen zu haben. Dann hoffte sie, das Telefon würde nicht funktionieren. Doch es war ein Takt. Die Vermittlung meldete sich in routinierter Heiterkeit, als sei sie gegen die Nacht schlafende Zeit immun. Detective Barron ließ die Kosten auf ihre Dienststelle schreiben. Die Vermittlung fragte, wann jemand da sein würde, um die Kostenübernahme zu bestätigen. Detective Barron erklärte, dies sei stets der Fall. Dann hörte sie das elektronische Klicken der Nummernanwahl und plötzlich klingelte es im Haus ihrer Schwester, bevor sie sich die passenden Worte zurechtgelegt hatte. »Denk nach.« »Finde die richtigen Worte.« Am anderen Ende der Leitung hörte sie die schlaftrunkene Stimme ihrer Schwester. »Ja? Hallo?« »Annie.« »Ich bin's, Merce.« Sie biss sich auf die Lippe. »Mers? Wie geht's? Was?« »Annie, hör zu.« »Es geht um Susan.« »Es hat einen...« Sie wusste nicht weiter. »Unfall?« »Vorfall?« Sie redete einfach, ohne nachzudenken weiter, immer krampfhaft bemüht, einen ruhigen, ja, ausdruckslosen, professionellen Ton zu wahren. »Bitte setz dich und hol Ben an den Apparat.« Sie hörte, wie ihre Schwester nach Luft schnappte und dann ihren Mann ans Telefon rief. Er meldete sich sofort. »Mers?« »Was ist los?« Seine Stimme war gefasst. Ben war Wirtschaftsprüfer. Sie hoffte, er würde so klar denken wie im Umgang mit Zahlen. Sie holte Tiefluft. »Ich weiß nicht, wie ich es euch schonend erklären kann, also sage ich es gerade heraus. Susan ist tot. Sie wurde letzte Nacht getötet, ermordet. Es tut mir leid.« Detective Barron sah ihre Schwester vor Augen, wie sie sich vor etwa 18 Jahren, eine Woche vor der Niederkunft, mit einem riesigen Bauch durch die Juli-Hitze quälte, die unerbittlich über dem trockenen Delaware-Valley hing. Detective Barron hatte sich neben ihr an der Flagge festgehalten, die ihr der Käpt'n der Ehrengarde gegeben hatte, während in ihrem Kopf ein großes, schwarzes Loch gähnte, in dem die Worte des Geistlichen hohl wiederhalten und sich mit dem kurzen Salut über dem Grab vermengten. Sie hatte keine Antworten für die Angehörigen und Freunde, die Verlegen herangeschlichen kamen und keine Worte fanden für das Sterben eines so jungen, vitalen Mannes wie John Barron und sei es auch im Krieg. Annie hatte sich neben Detective Barron auf dem Sofa niedergelassen. Als sie sich unbeobachtet fühlte, hatte sie die Hand ihrer Schwester genommen und auf ihren gewölbten Bauch gelegt, während sie mit entwaffnender Schlichtheit sagte, »Es ist nicht fair, dass Gott ihn dir genommen hat. Aber hier ist ein neues Leben und deine Liebe sollte nicht mit ihm begraben werden. Schenke sie stattdessen diesem Kind.« Das Kind war Susan. Für einen Moment musste Detective Barron bei der Erinnerung lächeln. »Das Baby hat mir das Leben gerettet.« Dann riss sie das erste qualvolle Schluchzen einer gebrochenen Mutter in die Realität zurück. Ben hatte den nächsten Flieger nach Miami nehmen wollen, doch das hatte sie ihm ausreden können. »Es wäre einfacher,« erklärte Merce, »wenn sie die Überführung des Leichnams mit einem Bestattungsunternehmen regelte, sobald der Gerichtsmediziner mit der Autopsie fertig war.« Sie selbst würde den Sarg begleiten. Ben hatte gesagt, er werde das Weitere mit einem lokalen Beerdigungsinstitut abstimmen. Detective Barron bereitete die Eltern darauf vor, dass sich wahrscheinlich Zeitungen, vielleicht sogar das Fernsehen bei ihnen melden würden. Sie empfahl ihnen zu kooperieren. Die Reporter würden sich erkenntlich zeigen und weniger lästig fallen. Sie erklärte, dass Susan nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand das Opfer eines Serienkillers war, der im vergangenen Jahr an einigen Colleges von Miami sein Unwesen getrieben hatte und dass die Polizei zur Klärung dieser Fälle eine Sonderkommission eingerichtet hatte. Diese Kollegen, sagte sie, würden sich mit ihnen in Verbindung setzen. Ben hatte gefragt, ob sie sicher sei, dass es sich um denselben Mörder handele, und sie hatte zu erklären versucht, dass nichts sicher sei, jedoch einiges für die These spreche. Ben hatte einen Moment lang seinem Zorn freien Lauf gelassen, war jedoch nach ein paar wütenden Bemerkungen fassungslos verstummt. Annie sagte nichts. Detective Barron vermutete, dass sie sich in einem anderen Zimmer auffielt und dass die Verzweiflung sie mit ganzer Wucht treffen würde, sobald sie sich in die Augen säen. Im Moment ist das alles, was ich euch sagen kann, schloss Detective Barron. Ich rufe wieder an, sobald ich mehr weiß. Murs, es war ihre Schwester. Ja, Annie. Bist du sicher? Ach, Annie. Ich meine, du hast es nachgeprüft, ja? Du bist dir ganz sicher? Annie, ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Es ist Susan. Danke. Ich musste es nur absolut sicher wissen. Es tut mir so leid. Ja, natürlich. Du meldest dich. Ben. Ja, Murs, ich bin noch dran. Wir hören von dir. Ja. Oh mein Gott, Murs. Annie. Gott. Annie, du musst stark sein. Du musst. Murs, steh mir bei. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt auflege, bringe ich sie dadurch um. Oh mein Gott, was ist nur passiert? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe es auch nicht, Annie. Murs. 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 Detektiv Barron hörte, wie ihr Name verhallte. Sie wusste, dass ihre Schwester den Hörer auf das Bett hatte fallen lassen. Schluchzen drang durch die Leitung. Und es war, als könne Detektiv Barron ein Herz brechen hören. Sie erinnerte sich, wie sie an der Highschool von der Seitenlinie aus einem Football-Training zugesehen hatte, als einer der Spieler unglücklich getroffen wurde. Das knackende Geräusch eines splitternden Knochens war lauter gewesen als der Zusammenprall der Körper. Sie hatte gesehen, wie sich einer der anderen Spieler übergeben musste, während die Trainer dem verletzten Jungen zur Hilfe eilten. Eine Sekunde lang rechnete sie mit demselben Knacken. Dann legte sie, so behutsam, als ginge es darum, ein schlafendes Kind nicht zu wecken, den Hörer auf die Gabel. Sie blieb reglos stehen und lauschte ihrem eigenen Herzschlag. Sie schluckte schwer. Dann spannte sie die Armmuskeln an. Einmal. Zweimal. Anschließend die Beine. Sie spürte das Zusammenziehen und Lösen der Sehnen und Muskeln. Ich bin stark, dachte sie. Du musst noch viel stärker sein. Der Vormittag war bereits fortgeschritten, als Susans Leichnam endlich abtransportiert wurde. Detective Barron hatte am Rande des Fundorts ausgeharrt und dem systematischen Sammeln von Beweismaterial zugesehen. Polizisten in Uniform hielten die stetig wachsende Schar neugieriger auf Distanz, wofür sie dankbar war. Die Nachrichtenmedien von Miami waren früh angerückt und versuchten, sich irgendwie Zugang zum Fundort zu verschaffen. Kameraleute filmten die Aktivitäten, während die Reporter Lieutenant Burns und andere Ermittler mit Fragen löcherten. Es war unvermeidlich, dass früher oder später einer der Journalisten von ihrer persönlichen Verbindung zu der Toten erfuhr und dies in den Berichten hervorhob. Sie beschloss, einfach zu warten, bis die Fragen kamen. Als zwei Mitarbeiter von der Gerichtsmedizin Susan behutsam in einen schwarzen Leichensack schoben, hatte sie sich abgewandt. Sie ging zu Lieutenant Burns hinüber, der mit zwei geschniegelten Ermittlern in Anzug und Weste sprach, denen die zunehmende Schwüle nichts auszumachen schien. Als Burns sie kommen sah, öffnete er den Kreis und machte sie mit den beiden Männern bekannt. Merce, Detective Barron, ich weiß nicht, ob Sie Detective Moore und Detective Perry vom Morddezernat des Bezirks kennen. Sie leiten die Ermittlungen zu diesem Campuskeller. Ich hab von Ihnen gehört. Ebenso andersherum, erklärte Detective Perry. Sie schüttelten einander die Hände und blieben verlegen stehen. Es tut mir leid, Sie unter solch traurigen Umständen kennenzulernen, meinte Detective Perry. Ich verfolge Ihre Arbeit mit größter Bewunderung, besonders bei dieser Vergewaltigungsserie. Danke, erwiderte Detective Barron. Für eine Sekunde erschien vor ihrem geistigen Auge ein pockennarbiges Gesicht mit unförmiger Nase. Sie erinnerte sich, wie sie über rund zwei Dutzend Fallakten gebrütet hatte, bis sie irgendwann das Glied in der Kette fand, das zur Verhaftung führte. Der muskulöse Vergewaltiger hatte stets eine Strumpfmaske getragen. Fast sämtliche Opfer hatten ausgesagt, erlitte unter schwere Akne auf dem Rücken. Von einem Dermatologen hatte sie erfahren, dass Menschen mit Akne auf dem Rücken meist auch im Gesicht von Narben gezeichnet seien. Sie hatte allerdings vermutet, dass die Maske etwas anderes verbergen sollte. Sie begann, den örtlichen Sport- und Fitnessclubs verstärkt Besucher abzustatten. Eher eine Ahnung als ein konkreter Verdacht. In der Sporthalle in der Fifth Street von Miami Beach, in der angehende Boxer ihre Träume an Sandsäcken austobten, war ihr ein kleiner, sehr kräftiger Bursche der Federgewichtsklasse ins Auge gefallen, der nicht nur an Rücken und Gesicht schwere Akne aufwies, sondern auch eine deutlich gebrochene Nase sowie eine auffällig gezackte rote Narbe an der Wange. Man sollte die Intuition nie unterschätzen, sagte Detective Perry. Nur leider beeindruckt sie selten einen Richter, von dem man einen Durchsuchungsbefehl braucht. Sie lächelten zaghaft. »Wie können wir Ihnen also helfen?«, fragte Detective Perry. »Hat man irgendetwas unter der Leiche gefunden?« »Nichts von Wert, nur ein Stück Papier.« »Was für ein Papier?« »Genauer gesagt ein Fetzen. Sieht aus wie die obere Hälfte von diesen Dingern, die beim Einschecken am Flughafen an den Koffergriff geklebt werden, nur um einiges größer. Jedenfalls irgendeine Art von Etikett.« Er hob die Hände. »Nein, nichts dran, was uns weiterhelfen könnte. Lediglich das obere Viertel. Das übrige war abgerissen. Außerdem ist es schwer zu sagen, wie lange das schon da gelegen hatte. Vielleicht hatte sie zufällig darauf abgelegt. Ein Stück Abfall, weiter nichts.« Sie dachte an ihre Nichte inmitten von Müll. Sie schüttelte den Kopf, um einen klaren Gedanken zu fassen. »Was haben Sie jetzt vor?«, erkundigte sich Detective Baron. »Wir werden uns erstmal in dem Nachtclub umsehen und schauen, ob wir jemanden finden, der mitbekommen hat, wie sie jemand angesprochen hat oder ihr gefolgt ist.« Der Lieutenant sah Detective Baron an. »Das kann dauern. Zeit spielt keine Rolle.« »Verstehe.« Er schwieg. »Hören Sie, Detective, das hier muss unerträglich für Sie sein. Wenn es um eine meiner Schwestern ginge, würde ich den Verstand verlieren. Ich würde den Karl mit eigenen Händen töten wollen. Also, was mich betrifft, erhalten Sie jede Information über den Ermittlungsstand, die Sie wünschen, solange Sie nicht versuchen, unsere Arbeit zu machen. Ist das fair?« Detective Baron nickte. »Noch etwas«, fügte Detective Perry hinzu. »Falls Ihnen irgendetwas einfällt, sagen Sie es mir persönlich.« »Kein Problem«, erklärte Detective Baron und fragte sich im selben Moment, ob es gelogen war. »Nur eines möchte ich noch wissen. Das ist der Fünfte, richtig? Wie weit sind Sie bei den anderen? Haben Sie schon einen konkreten Verdacht?« Die beiden Ermittler zögerten und warfen einander Blicke zu. »Gute Frage. Wir haben eine Reihe von Hinweisen und es sind ein paar brauchbare dabei. Kommen Sie in ein paar Tagen, dann reden wir, okay? Wenn Sie sich ein bisschen gefangen haben, ja?« »Herablassendes Arschloch«, dachte sie. »In Ordnung«, stimmte sie zu. Sie überließ die Männer ihrer Unterhaltung und kehrte zu den Wagen der Spurensicherung zurück. Ein dünner Mann von asketischem Aussehen glich gerade die Nummern, die mit schwarzem Filzstift auf die Plastiktüten geschrieben waren, mit einer Liste auf einem Klemmbrett ab. Er hatte große, knochige Hände, die durch die Luft zu flattern schienen. »Ach, Mörs, ich dachte, Sie wären schon weg. Sie brauchen nicht da zu bleiben, wissen Sie?« »Ich weiß. Wieso sagt mir das jeder?« »Ach, tut mir leid. Es ist nur, wir wissen alle nicht so recht, wie wir reagieren sollen. Wahrscheinlich machen Sie uns nervös. Wir sind es nicht gewöhnt, uns von einem Toten irritieren zu lassen, und solange Sie da sind, fällt es schwer, es als reinen Job zu betrachten. Es geht einem unter die Haut. Können Sie das verstehen?« »Ja«, antwortete sie mit einem zaghaften Lächeln. »Mörs, ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr wir alle mit Ihnen fühlen. Alle haben sich hier am Fundort mächtig ins Zeug gelegt. Ich kann nur hoffen, dass wir was gefunden haben, das uns zu dem Mistkerl führt.« »Danke, Teddy. Was haben Sie zusammenbekommen?« »Viel zu viel.« »Hier ist die Liste.« Erreichte ihr das Klemmbrett und sie überflog das Blatt. 1. Blutprobe, Kopf des Opfers. 2. Blutprobe, Unterleibsregion des Opfers. 3. Speichelprobe, Schulter des Opfers. 4. Abstriche Genitalien des Opfers. 5. Abstriche Schultern des Opfers. Bisswunde, siehe Diagramm. 6. Bodenprobe A, siehe Diagramm. 7. Bodenprobe B, siehe Diagramm. 8. Bodenprobe C, siehe Diagramm. 9. Probe Fingernägel, rechte Hand des Opfers. Siehe Diagramm. 10. Dasselbe linke Hand, siehe Diagramm. 11. Unbekannte Substanz, Blatt. 12. Mögliche Kleiderfaserprobe. 13. Blutspur auf Blatt. 14. Zigarettenstummel, siehe Diagramm. 15. Zigarettenstummel, siehe Diagramm. 16. Benutztes Kondom. 17. Benutztes Kondom. 18. Unbenutztes Kondom in Folie. Marke Ramses. 19. Bierdose. 20. Koladose. 21. Perrier Halbliterflasche. 22. Unbekannte Substanz in Alufolienverpackung. 23. Unbekannte Substanz in Plastikbeutel. 24. Filmdöschen, Kodakolor, Instamatik. 25. Filmdöschen, Kodakolor, Instamatik. 26. Deckel von Filmdöschen, Kodak 400, Schwarz-Weiß für Negative. 27. Benutzte Flasche Kater-Insektenschutz, 160 Milliliter. 28. See-and-She-Sonnenmilch, 350 Milliliter. 29. Zerdrückte leere Schachtel Marlboro-Zigaretten. 30. Damenhandtasche, Inhalt separat aufgelistet. 31. Damenbrieftasche, des Opfers. 32. Damenohrring. 33. Etikettende. Farbe gelb. Herkunft unbekannt. Unter der Leiche. Was ist mit den Kondomen? fragte sie. Er schüttelte den Kopf. Mörs, sehen Sie sich das Zeug an. Das findet sich auf jedem Picknickplatz. Die unbekannte Substanz ist möglicherweise Tonfisch, nur so eine Vermutung. Und sehen Sie sich die Diagramme an. Außer den Blut- und Mordproben haben wir alles in einem Umkreis von einigen Metern gesammelt. Alles Sachen, die man vielleicht zu einem kurzen Sonnenbad dabei hat. Nicht bei einem Mord mitten in der Nacht? Sie nickte. Das tut weh, nicht wahr? Wollen Sie? Ja, dachte ich mir. Jedenfalls wissen wir nichts, bevor wir das Zeug nicht im Labor haben. Aber mir, und wohl auch so ziemlich allen anderen hier, kommt es so vor, als hätte er sie hierher geschafft. Wahrscheinlich ist der Mistkern mit dem Wagen bis zu dieser Stelle gefahren, um sie loszuwerden. Wenn wir den Wagen von dem Burschen ermittelt haben, haben wir ihn am Haken. Es muss Blut und Haut und alles Mögliche da drin zu finden sein. Das bekommt er nicht weg. Aber brauchbare Indizien hier am Leichenfundort können wir nur hoffen, aber ich würde nicht darauf zählen. Sie nickte wieder. Ich sag Ihnen mit all dem nichts Neues. Nein. Sie gab ihm die Liste zurück und starrte auf die reinen Plastiktüten, die im Laderaum des Vans fein säuberlich aufgereiht waren. Sie wusste nicht einmal, wonach sie suchen sollte. Fragte sie und zeigte auf eine davon. Der letzte Punkt auf der Liste. Irgendein gelbes Etikett hat man unter der Leiche gefunden. Erreichte es ihr. Sie starrte auf das zerfetzte gelbe Stück Papier in der durchsichtigen Plastikfolie und drehte den Beutel hin und her. Was bist du? Fragte sie stumm. Was hast du zu bedeuten? Was willst du mir sagen? Wie kommst du hierher? Sie hatte plötzlich das starke Verlangen, das kleine Stück Papier zu schütteln, um es zum Reden zu bringen. Ich werde dich nicht vergessen, sagte sie zu dem Papier. Dann ging sie die Reihe Tüten durch. Ich werde keine von euch vergessen. Mit Schrecken wurde ihr bewusst, wie verrückt sie sich benahm. Sie legte das Tütchen in den Wagen zurück. Sie musste ziemlich albern wirken. Sie wusste, dass es einige Zeit dauern würde, den Leichenfundort auszuwerten und die Chancen, brauchbare Indizien zu finden, waren äußerst gering. Sie wurde rot und drehte sich weg. Sie sah, wie die Ermittler in ein Zivilfahrzeug stiegen. In der Ferne machte ein Polizeifotograf Aufnahmen von der Totalen. Der Wagen der Gerichtsmedizin verließ den Parkplatz und am Ausgang warteten schon die Kameraleute, um die Abfahrt festzuhalten. Ein Gefühl der Hilflosigkeit überwältigte sie und sie markte, wie die dünne Fassade professioneller Sachlichkeit, die sie den ganzen Vormittag hatte aufrecht erhalten können, jetzt, da die Kollegen von der Spurensicherung, der Gerichtsmedizin und vom Morddezanat die Szene verließen, zu bröckeln begann. Sie fühlte sich vollkommen ausgeliefert und mit ihren Gefühlen alleingelassen. Sie merkte, wie es ihr Brust und Kehle zuschnürte. Sie rang nach Luft und machte sich auf den Weg zu ihrem Wagen. Als sie die Tür öffnete, kam ihr ein Schwall der darin gestauten Hitze entgegen. Sie setzte sich in den Backofen und dachte an Susan. Sie dachte an ihren Traum. Wie in den letzten Minuten ihres Schlafs wollte sie schreien. »Wach auf! Bring dich in Sicherheit!« Doch sie konnte es nicht. Die Dame im Blumengeschäft hatte Detective Barron beäugt und schließlich gefragt. »Suchen Sie etwas für einen besonderen Anlass?« Detective Barron hatte mit ihrer Antwort einen Moment gezögert und die Dame hatte unbekümmert weitergeplappert. »Ich meine, wenn Sie etwas für eine Kollegin oder Sekretärin suchen, kann ich Ihnen eins von diesen Doom-Arrangements empfehlen. Oder sind Sie für einen Kranken? Dann wäre so ein Bouquet das Richtige. Ein Krankenbesuch? Wir stellen immer fest, dass Krankenhauspatienten kleine Topfpflanzen lieben. Wahrscheinlich macht es Ihnen Freude zu sehen, wie die Pflanzen wachsen.« »Sie sind für meinen Geliebten«, antwortete Detective Barron. »Oh«, entfuhr es der Frau ein wenig verblüfft. »Stimmt etwas nicht?« »Nein, das ist nur ungewöhnlich. Wissen Sie, normalerweise kommen die Männer, um für ihre, ähm, Lebensgefährten Blumen zu kaufen. Das hier ist mal was anderes.« Sie lachte. »Manche Dinge ändern sich nie, egal wie modern wir sind. Männer kaufen ihren Freundinnen und Ehefrauen Blumen. Nicht umgekehrt. Sie kommen in den Laden und stehen ein bisschen verlegen vor der gekühlten Ware und starren die Blumen an, als zopften sie auf ein Zeichen, irgendetwas, das ihnen sagt, »Kauf mich für deine Frau oder deine Freundin.« Und durchaus nicht junge Männer. Die jungen Männer von heute scheinen den Wert schöner Blumen nicht mehr zu schätzen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind viel zu, äh, ich weiß nicht, zu nüchtern geworden. Ich meine, es dauert bestimmt nicht mehr lang und man verschickt Valentinskarten mit dem Computer. Aber es sind immer noch die Männer, nicht die Frauen. Nein, ich glaube, ich hatte noch nie eine Frau, die hier reingekommen ist.« Detective Barron blickte die Frau an und die Verkäuferin verstummte mitten im Satz, bevor sie sich nach einer Weile räusperte. »Oh je, ich bin nämlich ziemlich albern, oder?« »Ein bisschen«, erwiderte Detective Barron. »Oh je«, wiederholte die Frau. Die Polizistin sah, wie die ältere Dame sich eine graue Strähne aus der Stirn strich und Haltung annahm. »Ich fang noch mal an«, erklärte sie. »Wie kann ich Ihnen helfen?« »Ich hätte gerne Blumen«, sagte Detective Barron. »Für jemand Besonderen?« »Natürlich.« »Gut, dann würde ich Ihnen Rosen empfehlen. Vielleicht nicht die originellste, aber die sicherste Wahl. Sie machen immer Freude und dafür kaufen wir schließlich Blumen.« »Ich denke, das wäre nett«, stimmte Detective Barron zu. »Ein nutzend?« »Ausgezeichnet.« »Ich hätte sie in Rot, Weiß und Rosa da.« »Das war eine Frage. Die Polizistin überlegte einen Moment.« »Rot und Weiß, denke ich.« »Ausgezeichnet. Ein bisschen Schleierkraut dazu? Das bringt Sie besonders hübsch zur Geltung.« »Sie sehen sehr hübsch aus.« »Danke.« Detective Barron bezahlte und die Frau reichte ihr die Schachtel. »Ich werde allmählich beschugge.« »Wie bitte?« »Wissen Sie, ich rede fast den ganzen Tag nur noch mit den Blumen. Manchmal vergesse ich, wie man mit Menschen spricht. Ich bin sicher, ihr Freund wird sich über den Strauß freuen.« »Mein Geliebter«, verbesserte die Polizistin. Sie klemmte sich die Schachtel unter den Arm und überlegte, wie viele Jahre vergangen waren, seit sie das letzte Mal am Grab von John Barron gestanden hatte. Anfang September lag noch kein bisschen Herbst in der Luft. Vielmehr hielt sich hartnäckig die sommerliche Schwüle und ein trügerisch blauer Himmel mit ein paar großen weißen Wolken. Ein Tag zum Faulenzen und Schwelgen in Erinnerung an einen strahlenden August, statt an die klirrende Januarkälte zu denken, die in Delaware Valley mit unumstößlicher Gesetzmäßigkeit Schnee und beißend kalten Wind vom Fluss sowie Eis- und Graupelstürme brachte. Eine unglückselige Mischung aus Böen, Schneeregen und Glatteis. »Eins dieser ganz gewöhnlichen Unwetter«, dachte Detective Barron mit einem leisen Lächeln. Es hatte sie unterwegs erwischt, mit einer leeren Autobatterie und durchnäßten Stiefeln. Als sie schließlich allein in ihre leere, kalte, verwaiste Wohnung zurückgekehrt war, hatte sie sich geschworen, in einer warmen Gegend ganz von vorne anzufangen. Miami. Sie legte die Blumen auf den Beifahrersitz des Leihwagens und nahm von Lambertville aus den Weg über die Brücke nach New Hope auf der anderen Seite des Flusses. Die für das ausgefallene, kostbare und exklusive bekannte Kleinstadt dehnte sich entlang beider Ufer aus. Sie brauchte nicht lange, bis sie die Ortschaft hinter sich gelassen hatte und eine schattige Straße Richtung Friedhof fuhr. Sie fragte sich, wieso die Familie näher nach Philadelphia gezogen war, wo es auf dem Lande doch so schön war. Sie sah ihren Vater vor sich, wie er die Nachricht bekommen hatte, dass er an der University of Pennsylvania berufen worden war und vor Freude, wie ein Cowboy ihre Mutter zu einem Square Dance durchs Wohnzimmer wirbelte. Er hatte theoretische Mathematik und Quantenmechanik gelehrt. Seine Intelligenz war beängstigend, seine praktische Lebenstüchtigkeit gleich null gewesen. Sie lächelte. Er hätte keine Sekunde lang begriffen, wie sie zur Polizei gehen konnte. Für die Methoden der deduktiven Beweisführung, für einige der investigativen Vorgehensweisen und die offensichtliche Präzision der Ermittlertätigkeit hätte er einen gewissen Respekt aufgebracht. Doch die Realität, der ständige Kampf gegen das Böse, hätte ihn entsetzt. Nie hätte er begriffen, weshalb seine Tochter diese Arbeit so liebte, auch wenn er den schlichten Grund für ihre berufliche Hingabe bewundert hätte. Für sie war es die einfachste Möglichkeit, in einer Welt etwas Gutes zu bewirken, in der Mistkarle – an dieser Stelle stockte sie, wie schon so oft in den letzten Tagen – liebenswürdige, 18-jährige Mädchen voller Lebensdrang und vielversprechende Neigungen und Talenten töten konnten. Detective Barron fuhr weiter, und die liebevolle Erinnerung an ihren Vater versank im Schatten, während in ihrem Kopf ein Skizzenblockgestalt annahm, auf dem sie die Gesichtszüge des Killers zu zeichnen begann. Um ein Haar hätte sie das Friedhofstor übersehen. Jemand hatte eine amerikanische Flagge auf John Barrons Grab platziert, und für einen Moment war sie nicht sicher, ob ihr das Recht war. Doch dann sagte sie sich, wenn das irgendeinem hiesigen Mitglied der Veterans of Foreign Wars eine Befriedigung verschafft, habe ich nicht das Recht, mich dagegen zu verwahren. Dafür waren Gräber und Gedenkstätten schließlich da. Für die Lebenden, nicht für die Toten. Sie ertrug es nicht, den Grabstein und das verdorrte Gras anzublicken und sich vorzustellen, dass John darunter in einem Sarg lag. Eine Erinnerung bahnte sich ihren Weg, bei der sie unwillkürlich den Atem anhielt. Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden. An einem der Sarggriffe hatte sich ein Etikett mit diesem Wortlaut befunden. Vermutlich hatte es entfernt werden sollen, bevor sie es zu sehen bekamen. Doch sie hatte es nun einmal entdeckt. In ihrem abgrundtiefen Kummer hatte sie über dieses Anhängsel gerätselt. Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden. Zuerst war ihr der absurde Gedanke gekommen, John liege nackt darin und die Army versuchte, in einem idiotischen Männlichkeitswahn sittlichen Anstand zu bewahren. Am liebsten hätte sie zu den Männern, die um den Sarg standen, gesagt, seid nicht albern. Natürlich haben wir uns nackt gesehen und das hat uns Freude gemacht. Wir waren schon an der Highschool ein Liebespaar und dann am College, in der Nacht, als er eingezogen wurde und in den Stunden, bevor er mit dem Bus zur Kaserne fuhr, an der er seine Grundausbildung absolvierte, und dann in den zwei kurzen Wochen Urlaub, bevor er nach Übersee ging. Unten an der Küste von Jersey haben wir uns heimlich weggeschlichen, sobald unsere Eltern schliefen und uns beim Mondschein nackt in den Sanddünen gewälzt. Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden. Sie hatte über diese seltsamen Worte nachgedacht. Sterbliche Überreste. Nun ja, das war John. Nicht aufgebahrt bedeutete, dass sie ihn nicht anschauen konnte. Sie fragte sich, wieso? Was hatten sie mit ihm gemacht? Sie versuchte es herauszufinden, musste jedoch feststellen, dass man der Frau eines jungen Toten keine klaren Antworten gab. Stattdessen hatten alle sie in die Arme genommen und ihr gesagt, es sei das Beste so und Gottes Wille sei nun einmal unergründlich und der Krieg sei die Hölle und alles mögliche andere, was ihre Frage nicht beantwortete. Sie wurde ungeduldig und zunehmend verstört, woraufhin die Männer von der Armee wie auch ihre männlichen Angehörigen nur umso beharrlicher schwiegen. Als sie ihre Forderungen schließlich lauter und schriller vorbrachte, fühlte sie sich fest am Arm gepackt. Es war der Leiter des Bestattungsinstituts, ein Mann, den sie noch nie im Leben gesehen hatte. Er hatte sie eindringlich angesehen und sie dann zum Staunen ihrer Familie in ein Nebenzimmer geführt. Dort hatte er sie nüchtern, geschäftsmäßig aufgefordert, in einem Sessel auf der anderen Seite des Schreibtischs Platz zu nehmen. Während sie sich setzte, hatte er verschiedene Papiere durchsucht und gewartet. Schließlich hatte er entdeckt, was er brauchte. Man hat es ihnen nicht gesagt, nicht wahr? Nein, erwiderte sie und hatte keine Ahnung, was er meinte. Man hat ihnen nur gesagt, er sei tot, ja? Das entsprach der Wahrheit. Sie nickte. Nun denn, sagte er knapp, um vorsichtig hinzuzufügen, sind sie sicher, dass sie es wissen wollen? Was wissen wollen, hatte sie sich gefragt, jedoch wieder genickt. In Ordnung, seufzte er. Seine Stimme klang traurig. Corporal Barron starb bei einer routinemäßigen Patrouille in der Provinz Quangtree. Der Mann neben ihm trat auf eine Landmine. Eine große. Sie tötete ihren Mann und die beiden anderen Männer. Aber wieso kann ich ihn nicht... Weil nicht genug von ihm übrig geblieben ist, was sie sehen könnten. Oh. Im Raum herrschte Schweigen. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Kennedy hätte uns da rausgeholt, erklärte der Leiter des Bestattungsinstituts. Aber wir mussten ihn ja umbringen. Ich denke, er war unsere einzige Chance. Jetzt ist mein Junge da drüben. Gott, ich habe solche Angst. Es scheint, als würde ich jede Woche einen dieser Jungen unter die Erde bringen. Es tut mir so leid für sie. Sie müssen ihren Sohn lieben. Ja, sehr. Er war nicht ungeschickt, wissen Sie. Wie bitte? John. Er war trainiert. Er war sehr sportlich. Beim Football schaffte er die Touchdowns, beim Basketball war Verkörbe und beim Baseball punktete er mit Homeruns. Er wäre nie auf eine Mine getreten. Sie dachte an den alten Kinderreim. Trittst du auf eine Ritze, mache ich meine Witze. Trittst du auf eine Mine irgendwo, werde ich des Lebens nicht mehr froh. Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden. Hallo, Liebster, sagte sie und nahm die Blumen aus der Schachtel. Detective Barron saß auf dem Grab und verdeckte mit dem Rücken die eingemeißelten Lebensdaten ihres Mannes. Sie hob das Gesicht und beobachtete, wie die Wolken schwaden in einer wundervollen Zwecklosigkeit über den endlosen blauen Himmel zogen. Wie ein Kind versuchte sie zu raten, was ihre einzelnen Formen darstellten und erkannte Elefanten, Wale und Rhinozerosse. Sie dachte daran, dass Susan nur Fische und Wassersäugetiere gesehen hätte. Sie überließ sich der tröstlichen Fantasievorstellung, dass jenseits der Wolken ein Himmel war und John dort auf Susan gewartet hatte. Der Gedanke war tröstlich, auch wenn ihr die Tränen in die Augen traten. Sie wischte sie ärgerlich weg. Sie war allein auf dem Friedhof, was ihr nur recht sein konnte, da ihr Betragen der Würde des Ortes nicht ganz entsprach. Ein leichter Wind linderte die Hitze und raschelte in den Bäumen. Sie lachte, ohne dass sie irgendetwas komisch fand, und sagte leise, Ach Johnny, ich werde bald 40. Du bist seit 18 Jahren tot, und es ist immer noch die Hölle ohne dich. Wahrscheinlich habe ich wegen Susan überlebt. Du warst tot, und sie kam zur Welt. Und sie war so winzig, hilflos und krank. Oh Mann, Koliken, dann die Atembeschwerden und Gott weiß was noch alles. Annie war völlig überfordert. Und Ben? Na ja, der war gerade dabei, beruflich Fuß zu fassen und hat die ganze Zeit gearbeitet. Also war ich plötzlich mittendrin. Bin nächtelang aufgeblieben, damit Annie ein paar Stunden Ruhe bekam. Hab die Kleine gewiegt, hab sie durchs Zimmer getragen, immer hin und her, hin und her. All diese Babytränen, weißt du, die Schmerzen und das Unwohlsein, also es war, als täte mir selbst der Bauchweh, als könnten wir beide uns ein bisschen besser fühlen, wenn wir zusammen weinten. Und ich glaube, wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht geschafft. Du alter Mist, Karl. Du hattest kein Recht, dich in die Luft jagen zu lassen. Sie schwieg. Sie musste an eine Nacht denken, als sie sich in seinem schmalen Bett im Studentenheim aneinander drängten und er ihr gestand, er hätte den Antrag auf Freistellung vom Wehrdienst während des Studiums nicht eingereicht. Das ist einfach nicht fair, hatte er erklärt. Die Farmerjungs und die Ghetto-Kids wurden abgeschlachtet, während sich die Söhne von Rechtsanwälten in den Elite-Universitäten in Sicherheit wiegen dürften. Das System sei ungerecht und zynisch. Da mache er nicht mit. Falls sie ihn einzügen, nur zu. Falls er die Musterung bestehe, sei es drum. Keine Sorge, hatte er gesagt. Die Armee will mich nicht. Unruhestifter. Anarchist. Aufwiegler. Ich gebe einen lausigen Soldaten ab. Sie schreien Attacke und ich frage erst mal nach, wo und weshalb und wie es denn dazu käme und überhaupt, wieso nicht besser da drüben und wie wäre es, wenn wir abstimmen würden? Bei der Vorstellung, wie John Barron eine Gruppendiskussion darüber anzettelte, ob sie den Feind angreifen sollten oder nicht, mit allem Für und Wider hatten sie gelacht. Dabei hatte sie eine diffuse Angst überspielt und als der Brief eintraf, der mit den Grüßen des Präsidenten begann, hatte sie darauf bestanden, vorher zu heiraten, weil es ihr wichtig erschien, seinen Namen zu tragen. Susan ging es irgendwann besser, erzählte Detective Barron. Es schien zwar ewig zu dauern, aber irgendwann ging es ihr besser. Und plötzlich war sie ein kleines Mädchen. Und Annie war ein bisschen älter und ängstigte sich nicht mehr so sehr. Und Ben musste nicht mehr ganz so hart arbeiten. Und ich denke, es war ganz okay, dass ich nur noch Tante Merce war, denn sie würde am Leben bleiben. Und ich wusste, ich auch. Detective Barron schluckte schwer. Gott, Johnny. Und jetzt hat sie jemand umgebracht. Mein Baby. Sie hatte so viel Ähnlichkeit mit dir. Du hättest sie auch gern gehabt. Sie war wie das Baby, das wir beide bekommen hätten. Klingt das nicht abgedroschen? Lach bitte nicht, wenn ich sentimental werde. Ich kenn dich. Du warst schlimmer als ich. Wer von uns hat denn bitte schon im Kino geflennt? Erinnerst du dich in Tunes of Glory? Beim LA Guinness Festival? Zuerst haben wir The Lady Killers gesehen und du hast darauf bestanden, dass wir uns auch noch den nächsten Film anschauen. Weißt du noch? Nachdem sich John Mills erschossen hat und Guinness ein bisschen durchdreht und vor den anderen Männern in der Offiziersmesse einen langsamen Trauermarsch spielt. Der Dudelsack war sehr leise. Und du hast im Kinosaal gesessen und die Tränen sind dir nur so die Wange herabgelaufen. Also sag ja nicht, ich wäre die Rührselige von uns beiden. Und an der Highschool? Weißt du noch, wie Tommy O'Connor gegen St. Brandon nicht durchkam und er dir den Ball abgegeben hat und du einfach losmarschiert bist und der ganze Platz gebrüllt oder den Atem angehalten hat, weil zehn Meter vor dem Korb die Meisterschaft auf dem Spiel stand? Ist doch nur ein Stück Netz, hast du gesagt. Aber jedes Mal, wenn ich das Thema anschnitt, hast du zu weinen angefangen, du alter Blödmann. Ihr habt gewonnen und du musstest heulen. Ich denke, Susan wäre es nicht anders gegangen. Sie hat über gestrandete Wale geweint und über Seehunde, die nicht den gesunden Instinkt hatten, vor den Jägern zu fliehen oder wegen ölverschmierter Möwen. Das hätte dich auch berührt. Detective Barron holte Tiefluft. Ich bin verrückt, dachte sie. Mit einem toten Ehemann über eine tote Nichte zu reden. Aber man hat die, die ich liebe, umgebracht. Alle. Detective Barron zeigte ihre Dienstmarke einem Beamten in Uniform, der in der Dienststelle des Bezirks Sheriffs am Wachtisch saß und sämtliche Besucher überprüfte. Sie nahm den Fahrstuhl zum zweiten Stock und fand das Morddezernat wieder. Eine Sekretärin ließ sie auf einem unbequemen Plastiksofa warten. Sie sah sich um und registrierte die allgegenwärtige Mischung aus altem und neuem Büromobiliar. Die Arbeit bei der Polizei bewirkt irgendwie, überlegte sie, dass selbst neue Dinge sehr schnell ihren Glanz verlieren. Sie fragte sich, ob zwischen dem Dreck, mit dem man sich befasste, und der schmuddeligen Atmosphäre des Büros irgendein Zusammenhang bestand. Ihr Blick wanderte über die drei Bilder an der Wand. Der Präsident, der Sheriff und ein dritter Mann, den sie nicht kannte. Sie stand auf und trat an das Bild des Unbekannten heran. Unter dem Porträt eines lächelnden, ein wenig übergewichtigen Mannes mit der amerikanischen Flagge im Revers befand sich eine kleine bronzemattierte Plakette. Darauf stand der Name des Abgebildeten und die Inschrift »Im Dienst getötet«, darunter ein zwei Jahre zurückliegendes Datum. Sie erinnerte sich an den Vorfall. Es war eine ganz normale Festnahme nach einem Fall von häuslichen Streitigkeiten gewesen, der in Totschlag geendet hatte. Ein betrunkener Vater und sein Sohn in Little Havana. Ein Mord wie aus dem Lehrbuch. Als die Polizei eintraf, stand der Vater schluchzend über der Leiche. Er war so verstört, dass die Uniformierten ihn einfach ohne Handschellen in den Sessel setzten. Niemand hatte damit gerechnet, dass er explodieren würde, sobald sie versuchten, ihn mitzunehmen. Dass er einem Polizisten die Pistole aus dem Halfter ziehen und auf sie richten würde. Detective Barron erinnerte sich nur zu gut an die Beerdigung mit den Ausgehuniformen, der gefalteten Flagge und dem Ehrensalut, die sie zu einer anderen Trauerfeier zurückversetzte. Wie albern, so zu sterben, dachte sie. Doch im nächsten Moment fragte sie sich, wie ein nützlicher Tod wohl aussah. Als Detective Perry den Raum betrat, drehte sie sich hastig um. Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen, begrüßte er Sie. Gehen wir in mein Büro? Sie folgte ihm den Flur entlang. Bürokabine, genauer gesagt. Großraumaufteilung. Richtige Büros mit einer ordentlichen Tür sind nicht mehr zu haben. Das nennt sich nun Fortschritt. Sie lächelte und er bot ihr einen Stuhl gegenüber seinem Schreibtisch an. Also, meinte er. Das frage ich Sie, erwiderte sie. In Ordnung, sagte er. Wir haben da etwas. Er schob ihr ein Blatt Papier hin. Sie nahm es und starrte auf ein Phantombild eines Mannes mit lockigen Haaren und dunkler Haut, der gar nicht schlecht ausgesehen hätte, wenn ihm nicht die tiefliegenden Augen etwas Gespenstisches verliehen hätten. Allerdings nicht genug, um abstoßend zu wirken. Ist es, wir haben unser Bestes getan, unterbrach er Sie. Wir haben es quer durch die Stadt und auf jedem Campus verteilt. Während Sie zur Beerdigung waren, haben wir es auf sämtlichen Fernsehsendern ausgestrahlt. Und die Reaktion? Das Übliche. Jeder denkt, er sieht haargenau wie sein Vermieter oder der Nachbar aus, dem zufällig noch Geld schuldet. Oder der Typ, mit dem seine Tochter sich trifft. Aber wir überprüfen alle, einen nach dem anderen. Vielleicht werden wir ja fündig. Und sonst? Naja, die Morde sind nicht völlig deckungsgleich, aber unterm Strich tragen sie doch deutlich dieselbe Handschrift. Die Mädchen wurden alle in irgendeinem Treff oder in einer Bar angesprochen, beziehungsweise bei irgendeinem Studententreffen oder einem studentischen Filmclub. Angesprochen trifft's nicht ganz. Verfolgt kommt der Sache näher. Niemand hat tatsächlich gesehen, wie der Typ sich seine Opfer geschnappt hat. Aber... Naja, kein Aber. Wir führen Zeugenbefragungen durch. Wir überprüfen eine ganze Reihe Leute, Gärtner, Studenten, Bummler, um einen Typen zu finden, der mehr oder weniger auf jedem Campus zu Hause ist, der jung ist und sich in die Szene einfügt. Das kann eine Weile dauern. Wir haben ein Dutzend Jungs drauf angesetzt. Detective Baron überlegte. Zwar wurde sie nicht offen hingehalten, aber auch nicht wirklich ins Bild gesetzt. Außerdem strahlte Detective Perry eine Art von Selbstbewusstsein aus, zu dem allzu viel Rennerei, Überstunden und frustrierende Knochenarbeit nicht recht passten. Sie hatte das Gefühl, dass sie mehr oder weniger geduldet wurde. Außerdem wusste sie, dass sie die richtige Frage stellen musste, um das richtige Türchen zu öffnen. Sie dachte einen Moment nach. Dann hatte sie eine Idee. Was ist mit Fällen von täglichem Angriff? Ich verstehe nicht ganz, erwiderte Detective Perry. Ich meine, was Sie sagen, läuft doch auf ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem hinaus, aber nichts, was uns bei den Tötungsdelikten entscheidend weiterhilft. Wie sieht es dagegen mit täglichem Angriff aus? Falls der Karl schon seit, wie lange, einem Jahr oder mehr, seinen Unwesen treibt, dann ist er vielleicht nicht immer ans Ziel gekommen. Hat einen Fehler begangen, wurde von anderen Studenten überrascht, als er versucht hat, sich sein Opfer zu schnappen. Sowas in der Art, ja? Sagen Sie es mir. Naja, entgegnete Perry bedächtig. Das ist eine interessante Idee. Die nicht erst mir gekommen ist. Nun, er kämpfte mit sich. Verarschen Sie mich nicht. Habe ich nicht vor. Dann antworten Sie. Ihm war offensichtlich nicht wohl in seiner Haut, während er in seinen Papieren kramte. Er sah sich hilfesuchend um. Eigentlich darf ich nicht so offen sein, vertraute er ihr an. Hatte ich auch nicht erwartet. Können Sie es sich noch anders überlegen? Vergessen Sie es, erwiderte Detective Baron. Ich will es wissen. Na schön, aber ich werde keine Einzelheiten nennen. Sie nickte. Zweimal. Sie nickte wieder. Zweimal hat es der Mistkerl vermasselt. Das letzte Mal eine Nacht bevor es ihre Nichte erwischt hat. Wir haben ein halbes Kennzeichen, Marke und Modell. Haben Sie einen Namen? Darf ich Ihnen nicht sagen. Detective Baron stand auf. Ich gehe zu Ihrem Chef. Ich gehe zu meinem. Ich gehe zur Presse. Er macht ihr Zeichen, sich wieder zu setzen. Wir haben einen Namen und er wird beschattet. Wenn wir genug für einen Haftbefehl haben, geben wir Ihnen Bescheid. Sind Sie sicher? Nichts ist sicher. Sehen Sie, die Presse hat sich darauf gestürzt und eine Menge Details preisgegeben. Wir gehen folglich behutsam vor, um sicherzustellen, dass wir dem Karl vorsätzlichen Mord nachweisen können und nicht nur einen Vergewaltigungsversuch. Verflucht, wir wollen ihn mit allen fünf Fällen drankriegen. Das braucht eben seine Zeit. Vermasseln Sie es nicht. Detective Perry grinste erleichtert. Dachte mir, dass Sie das sagen würden. Sie sah ihn an. Na ja, fügte er hinzu. Ich hatte es zumindest gehofft. Er stand auf. Ich möchte diesem Arschloch, wenn Sie meine Ausdrucksweise gestatten, klar machen, dass es immer enger für ihn wird. Zunächst einmal muss er begreifen, dass er, egal wo er sich verkriecht, mit mir zu rechnen hat. Danach kriegt er dreimal vier Meter im Rayford Riviera. Im Todestrakt dachte Detective Baron. Sie nickte. Und die letzte Kiste wird dann noch ein bisschen enger. Die Vorstellung erfüllte sie einen Moment lang mit Befriedigung. Detective Baron stand auf. Danke, sagte sie. Sollen wir Ihnen Bescheid geben, wenn es soweit ist? Das würde ich mir nie entgehen lassen. Gut, ich rufe an. Ich warte. Sie schüttelten sich die Hände und als sie das Büro verließ, hatte sie zum ersten Mal seit Tagen Hunger. Zwei Tage später erst kehrte sie in ihr Büro zurück, nachdem sie den ganzen heißen Tag lang in einer dreckigen Werkstatt im Lagerhausviertel die gestohlene Pkw's ausschlachtete, ein Inventar mit Autoteilen zusammengestellt hatte. Auf ihrem Schreibtisch warteten zwei Notizen. Die erste von ihrem eigenen Vorgesetzten mit einer Aufstellung des Beweismaterials von der Stelle, an der man Susans Leiche geborgen hatte. Die zweite kam aus dem Büro des Gerichtsmediziners und betraf die Autopsie. Sie las beide sorgfältig durch. An Detective Mercedes Baron von Lieutenant Ted March. Mers. Das war eine Bisswunde, aber sie war zu zerfetzt, als dass es für einen klaren Abdruck gereicht hätte. Gebt folglich als Beweismittel nicht viel her. Die Speichelanalyse vom Abstrich an der Stelle weist normale Enzymwerte auf. Die Alkoholrückstände erschweren allerdings die Blutgruppenbestimmung oder machen sie sogar unmöglich. Der Kerl muss ein, zwei Drinks intus gehabt haben. Alkohol versaut uns immer die Ergebnisse. Trotzdem habe ich die ganze Probe ins Labor zurückgeschickt und ihnen gesagt, sie sollen's nochmal versuchen. Die beiden am Fundort sichergestellten Kondome enthielten unterschiedliches Sperma, beide schon beträchtlich zersetzt. Trotzdem, eine war A-positiv, die andere Null-positiv. Weitere Analysen sind in Arbeit. Bis jetzt noch keine brauchbaren Fingerabdrücke oder dergleichen. Aber sie wollen bei den Getränkedosen diesen Laser-Evaluator ausprobieren. Ich halte sie auf dem Laufenden. Bis jetzt ein ziemlicher Reihenfall auf der ganzen Linie. Tut mir leid. Aber wir strengen uns weiter an. An Detective Mercedes Barron von Arthur Vaughn, gerichtsmedizinischer Assistent. Detective Todesursache bei einer weißen Frau, Alter 18, zweifelsfrei als Susan Lewis aus Brian Moore, Pennsylvania identifiziert, ist ein massives Trauma am Hinterhauptbein. Verbunden mit Erstickung durch Strangulierung mit Nylonligatur um den Hals. Klammer auf, zu genauer Ursache, Vergleiche Autopsieprotokoll. Klammer zu. Abstriche an Genitalien negativ. Test auf Sperma negativ. Detective. Sie war von dem Schlag auf den Kopf bewusstlos. Wahrscheinlich ist sie nicht einmal zu sich gekommen, als er sie stranguliert hat. Der Sexualakt war allerdings prämortal. Doch keine Zeichen für eine Ejakulation, möglicherweise aufgrund von Verhütungsmitteln. Das tut mir alles schrecklich leid. Das Autopsieprotokoll sollte mögliche Fragen beantworten. Andernfalls rufen Sie bitte jederzeit an. Detective Barron steckte die beiden Mitteilungen in ihre Tasche. Sie warf einen Blick auf das Autopsieprotokoll mit dem schematischen Diagramm und der seitenlangen Beschreibung ihrer toten Nichte. Eine Niederschrift dessen, was die Gerichtsmediziner ins Diktiergerät gesprochen hatte. Größe, Gewicht, Hirn, 1220 Gramm. Herz, 230 Gramm. Gut entwickelte, postadoleszente Amerikanerin. Keine Anomalien festgestellt. Ein Leben auf eine Reihe von Fakten und schematischen Darstellungen reduziert. Jugend, Enthusiasmus und Zukunft ließen sich auf diese Weise nicht messen. Detective Barron überkam ein seltsames Gefühl und sie war dem Gerichtsmediziner dankbar, dass er ihr in seiner zwanghaften Gründlichkeit nicht auch noch Dias von der Autopsie mitgeschickt hatte. Auf ihrem Heimweg machte Detective Barron an diesem Abend in einem kleinen Buchladen Halt. Der Verkäufer war ein kleiner, runder Mann mit glänzenden Augen, der sich oft die Hände rieb und seine Worte durch eine lebhafte Körpersprache unterstrich. Für Detective Barron war er eine perfekte Verkörperung des Dickenschen Uriah Heep. Etwas, in das man sich flüchten kann. Einen Roman nehme ich an, ein Abenteuer oder eine Horrorgeschichte. Eine Romanze oder ein Krimi. Was darf's denn sein? Eine richtige Flucht ist es, wenn eine Realität durch eine andere ersetzt wird. Der Verkäufer überlegte einen Moment. Sie sind nicht unbedingt der Romantyp, oder? Schon, vielleicht. Ich hege nur keine romantischen Gefühle. Aber ich suche etwas, das mich ablenkt. Also verließ sie den Laden mit zwei Büchern unter dem Arm. Eine Geschichte des Falklandkrieges und einer neuen Übersetzung von Aeschilos Orestia. Ein Stück die Straße hinauf gab es ein Delikatessenladen. Sie gönnte sich einen Nudelsalat und dazu eine Flasche Wein, den der Mann hinter der Theke als einen ausgezeichneten kalifornischen Chardonnay bezeichnete. Sie würde gut essen, ein bisschen lesen. Am späteren Abend lief im Fernsehen ein Footballspiel, das sie sich bis zum Einschlafen ansehen konnte. Das war eine heimliche Passion. Sie schmunzelte. Sie verbarg ihre Football-Leidenschaft vor ihren Arbeitskollegen. Sie fühlten sich durch ihre weibliche Kompetenz wahrscheinlich schon genug bedroht, wenn sie dann auch noch ihr Spiel für sich in Anspruch nahm? Da genoss sie lieber heimlich. Zum Beispiel, indem sie nur eine Eintrittskarte kaufte, im Orange Bowl in der unteren Preisklasse saß oder zu Hause blieb und sich allein vor ihrem Fernseher in einen Sessel plumpsen ließ, wobei das einzige Zugeständnis an ihr Geschlecht vielleicht darin bestand, dass sie aus einem langstieligen Kristallglas Weißweintrank statt helles Bier aus der Dose. Immerhin trug sie für den Anlass passende Kleidung. Spielten die Dolphins, zog sie ihr grün-orangefarbenes T-Shirt hervor und schwitzte nicht weniger vor Spannung als ein Mann. Ihr war durchaus bewusst, dass ihr Benehmen ein bisschen albern war, womit sie aber leben konnte, da sie niemandem schadete und ihren Spaß dabei hatte. Sie musste darin denken, wie Susan etwa vor einem Jahr einmal sonntags bei ihr vorbeigeschaut hatte und mit offenem Mund Zeuge geworden war, wie Detective Barron unter häufigen Flüchen in ihrem Wohnzimmer auf- und abwanderte, bis ein fast fünfzig Meter weiter Sprungtritt vom Kicker der Dolphins sie in den letzten Spielsekunden von ihren Qualen erlöste. Bei der Erinnerung musste Detective Barron grinsen. »Wenn die wüssten«, hatte Susan gesagt. »Scht, das bleibt unser süßes Geheimnis«, hatte ihre Tante sie unterbrochen. »Dass du das keinem weitererzählst.« »Och, Tante Merse«, hatte Susan schließlich gesagt, »wieso wird man aus dir eigentlich nie schlau?« Und dann hatten sie sich umarmt. »Aber wieso Football? Wieso Sport?«, hatte ihre Nichte gebohrt. »Weil wir alle im Leben unsere Siege brauchen«, hatte Detective Barron erklärt. In den folgenden Tagen kämpfte Detective Barron gegen den Drang an, im Morddezernat des Bezirks anzurufen. Während sie ihre eigenen Fälle bearbeitete und Beweismaterial auswertete, stellte sie sich vor, was bei den Kollegen passierte. Sie sah Beamte vor sich, die dem Killer wie ein Schatten folgten, während andere seine Wohnung ausfindig machten, einer Vielzahl an Zeugen sein Foto zeigten und all die kleinen Puzzleteile eines Kriminalfalls zusammensetzten. Etwa zehn Tage nach Susans Ermordung saß Detective Barron im Zeugenstand, um in einem Mordfall auszusagen. Ausgehend von den Fundorten der Patronenhülsen in dem Haus, in dem ein Drogendealer und seine Freundin ermordet worden waren, hatte Detective Barron den Tathergang rekonstruiert. Ihre Aussage war wichtig, aber nicht entscheidend. Folglich rät der hochdotierte Anwalt des Auftragskillers im Kreuzverhör keine aggressive Attacke, sondern versuchte es mit hartnäckigem Bohren. Sie wusste, dass ihre Fakten keine Angriffsfläche boten, doch sie musste dafür sorgen, dass der Mann die Geschworenen nicht allzu sehr verwirrte und die Wirkung ihrer Darlegung verpuffen ließ. Sie hörte, wie der gegnerische Rechtsbeistand seine nächste Frage stellte. Was haben Sie aus der Lage der Patronen für den Standort des Mörders geschlossen? Wenn Sie sich bitte die als Beweisstück 12 geführte Skizze ansehen wollen, Herr Verteidiger, dann sehen Sie, dass Sie 50 Zentimeter von der Schlafzimmertür entfernt gefunden wurden. Eine 9 Millimeter Browning wirft in einem regelmäßigen Abstand Hülsen aus. Folglich ist es mit geradezu wissenschaftlicher Präzision möglich zu bestimmen, wo genau der Schütze stand. Könnten Sie nicht weitergerollt sein? In dem Teil des Raums liegt ein 5 Zentimeter dicker Velour-Teppich, Herr Verteidiger. Haben Sie das nachgemessen? Ja. Der Anwalt wandte sich seinen Notizen zu. Detective Barron musterte den Angeklagten, einen kleinen, drahtigen, kolumbianischen Einwanderer, der nur über wenige Kenntnisse verfügte, abgesehen von den verschiedenen Methoden, Menschen zu töten. Ebenso sicher, wie er mit seiner Verurteilung zu rechnen hatte, würde sein Nachfolger aus der nächsten Avianza-Maschine steigen, sobald die Sitzung geschlossen war. Killer waren so etwas wie Papiertaschentücher im Drogengeschäft. Sie wurden ein paar Mal in Gebrauch genommen und dann entsorgt. Ihr Blick wanderte an dem Killer vorbei zur Rückseite des Gerichtssals, wo eben Lieutenant Burns eintrat. Ein Moment lang brachte sie ihn mit dem laufenden Mordprozess in Verbindung, doch dann sah sie, wie er ihr heimlich den Siegesdaumen zeigte. Ihre Fantasie machte Bocksprünge. Sie sah, wie der Lieutenant den Mittelgang des Gerichtssals entlang nach vorne kam, sich über die Schranke lehnte und einem gelangweilt reinschauenden Staatsanwalt ein paar Worte zuflüsterte. Der saß augenblicklich senkrecht, drehte sich auf seinem Sessel herum und stand auf. Detective Barron sah den Lieutenant gespannt an und erhielt ein verhaltenes Lächeln zurück. Ein Zucken um die Mundwinkel. Nicht mehr. Euer Ehren, meldete sich der junge Staatsanwalt, können wir kurz zur Beratung vortreten? Ist es wichtig, fragte der Richter zurück. Ich glaube ja, erklärte der Staatsanwalt. Der Verteidiger, der Gerichtsstenograf und der Staatsanwalt begaben sich auf die andere Seite der Richterschranke, wo die Geschworenen sie nicht hören konnten. Sie besprachen sich einen Moment, dann kehrten die drei zu ihren Plätzen zurück. Der Richter wandte sich an die Geschworenen. Die Verhandlung wird kurz unterbrochen, danach wird die Staatsanwaltschaft den nächsten Zeugen vorladen. Er sah Detective Barron an. Detective, offenbar werden Ihre Dienste anderweitig benötigt. Sie sind auf Abruf, vergessen Sie also bitte nicht, dass Sie weiterhin unter Eid stehen. Detective Barron nickte. Sie schluckte. Der Richter runzelte die Stirn. Detective, der Stenograf kann ein Kopfnicken nicht ins Protokoll aufnehmen. Ja, euer Ehren, unter Eid, ich verstehe. Detective Barron und der Lieutenant verließen zügig den Saal. Auf dem Weg durch die Eingangshalle und ein Metalldetektor sagte der Lieutenant, Sie haben den Karl vor ungefähr anderthalb Stunden kassiert. Sie verhören ihn derzeit im Morddezernat. Sie stellen sein Haus auf den Kopf und filzen sein Auto. Durchsuchungsbefehl haben wir heute Morgen bekommen. Da waren Sie wahrscheinlich gerade auf dem Weg ins Gericht. Wir haben versucht, sie zu erreichen, aber Sie saßen schon im Zeugenstand. Deshalb bin ich selbst hergekommen, um sie zu holen. Detective Barron nickte. Die beiden eilten aus dem Gebäude. Es herrschte der Herbst von Florida, das heißt, die drückende Sommerhitze hatte ein wenig nachgelassen. Die Flaggen vor dem Gerichtsgebäude flatterten in der milden Brise. Wieso haben Sie zugeschlagen? Sie beschatten den Typen seit einer Weile. Ein Beamter hat gestern Nacht beobachtet, wie der Mistkall in einem rund um die Uhr geöffneten Kaufhaus zwei Damenstrumpfhosen gekauft hat. Die hat er an der University of Miami zusammen mit einem Schlosserhammer in ein Schließfach gepackt. Was ist er für einer? Ausländer. Ziemlich irre. Araber oder so. Eine Art ewiger Student, habe ich mir sagen lassen. Hat sich außerdem unter verschiedenen Namen eingeschrieben. Sicher wissen wir bald mehr. An der Tür eines Zivilfahrzeugs blieb der Lieutenant stehen. Wollen Sie lieber bei der Vernehmung des Knaben oder bei der Durchsuchung seiner Wohnung dabei sein? Sie überlegte einen Moment. Machen wir erstmal einen Abstecher zu ihm nach Hause und fahren dann zum Dezernat hinüber. Geht klar. Auf dem Weg zum Haus des Tatverdächtigen rauschte die Stadt an der Windschutzscheibe vorbei. Der Lieutenant fuhr schnell und schweigend. Detective Barron versuchte, sich den Festgenommenen vorzustellen. Doch es wollte ihr nicht gelingen. Sie schimpfte mit sich. Gute Polizeiarbeit setzte voraus, dass Verdacht und Schlussfolgerung sich auf Fakten stützten. Sie wusste nichts über diesen Mann. Warte. Lass dir nichts entgehen. Sammle Informationen. Auf diese Weise würde sie ihn kennenlernen. Der Lieutenant drosselte das Tempo und nahm die Ausfahrt zum Flughafen, um jedoch ein paar Häuserblocks davor in eine unscheinbare Straße abzubiegen. Kleine Schlackensteinhäuser beherrschten das Viertel, in dem vornehmlich lateinamerikanische und schwarze Familien wohnten. Es gab viele Maschendrahtzäune und große Hunde, die dahinter patrouillierten. Das gehörte zur urbanen Normalität. Die größten Hunde wurden in den Randbezirken gehalten, in den Arbeitergegenden, in denen beide Eltern berufstätig waren und ihr Heim gegen Diebstahl zu schützen versuchten. Die Häuser waren ein Stück von der Straße zurückgesetzt, doch Bäume oder Sträucher, zum Beispiel die sonst allgegenwärtigen Palmen, suchte man vergeblich. Detektiv Barron fand die Gegend wenig einladend. Im Sommer erstickte die Straße wahrscheinlich in Staub und Hitze, in denen sich Spannungen und Ärger so schnell wie Bakterien ausbreiteten. Am Ende der Straße sah sie vor dem letzten kleinen Haus eine Reihe Streifenwagen. Der Lieutenant zeigte nach vorne. Wie es aussieht, hatte der Karl einen ihm treu ergebenen Dobermann. Ein Kollege vom Sward musste ihn wegpusten. Am Himmel dröhnte ein Flugzeug mit ausgefahrenen Rädern und Landeklappen beängstigend tief über die Dächer hinweg, sodass alles, was der Lieutenant ihr noch mitzuteilen hatte, im Lärm unterging. Wäre sie diesem Geräusch mit einiger Regelmäßigkeit ausgesetzt, musste Detektiv Barron unwillkürlich denken, dann wäre auch sie bald zu allem fähig. Sie parkten und bahnten sich einen Weg durch die Traube Schaulustiger, die schweigend die Vorgänge beobachteten. Detektiv Barron sah, dass zwei Beamte vom Morddezernat die Nachbarn befragten, um brauchbare Hinweise zu bekommen, bevor die Presse über sie herfiel. Sie nickte dem Leiter der Spurensicherung zu. Ähnlich wie sie ein ehemaliger Streifenpolizist, der allerdings ein paar Mal zu oft als verdeckter Ermittler gearbeitet hatte. Bei einer seiner letzten Razzien hat er eine beschlagnahmte Summe Drogengeld-Fragen offengelassen. In der Asservatenkammer waren 100.000 Dollar in 20er-Scheinen zusammen mit einem Kilo Kokain gelandet. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei College-Studenten aus dem Nordosten, die vor dem Polizeiausschuss für innere Angelegenheiten ausgesagt hatten, zum Zeitpunkt der Razzia über eine Viertelmillion Bares gehortet zu haben, sodass der Verbleib von 150.000 ungeklärt blieb. Eine heikle Situation, die zur Versetzung des Polizisten und zu erheblicher Strafminderung bei den Studenten führte. Das Geld tauchte nie wieder auf. Wie viele andere Kollegen auch, hatte Detective Barron sich standhaft geweigert, den offensichtlichen Schluss zu ziehen und sich lieber an die Version gehalten, dass jemand gelogen hatte. Und zwar hoffentlich nicht der Polizist. Wie auch immer, er war ein überaus kompetenter Ermittler und sie freute sich, ihn hier zu sehen. Wie geht's, Fred? Gut, Mörs. Und ihn? Muss irgendwie. Tut mir aufrichtig leid, dass hier... Danke, Fred. Das weiß ich zu schätzen. Das ist ein Mist, Karl Mars. Absolut eiskalt. Marken Sie sofort, wenn Sie da reingehen. Ich hoffe. Er hielt ihr die Tür auf. In dem kleinen Haus war es kühl. Sie hörte das Dröhnen der Klimaanlage. Wahrscheinlich hatten die Kollegen sie eingeschaltet. Dennoch fragte sie sich, als sie beim Eintreten fröstelte, ob es an der Aircondition lag. Auf den ersten Blick hatte sie eine typische Studentenbude vor sich. In den aus grauen Schlackensteinen und Kiefernbrettern zusammengeschusterten Regalen drängten sich Taschenbücher. Das bescheidene Mobiliar wirkte ramponiert. Ein verblichener indischer Baumwollüberwurf verbarg einen Riss im Sofa-Bezug. Zwei Sessel waren in Plastik gehüllt. Ein abgetragener brauner Holztisch war mit Brandflecken von Zigaretten überzogen. An den Wänden hingen Poster aus dem Reisebüro von der Schweiz, von Irland und Kanada mit üppig grüner, ländlicher Idylle. Detective Barron speicherte alles in ihrem Kopf, auch wenn es zunächst keine Erkenntnisse hergab. Ziemlich normal, wie? Sie drehte sich um. Fred, zeigen Sie mir etwas Interessantes. Müssen nur ein bisschen genauer hinsehen. Gucken Sie sich mal die Schreibmaschine an. Auf dem Schreibtisch stand eine Schreibmaschine mit einem eingezogenen Blatt Papier. Sie beugte sich darüber und las Unrein, 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 Unrein. Gott, 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 Töten. Ich muss die Erde reinwaschen. Außerdem habe ich seine Trophäenschachtel gefunden. Seine was? Trophäenschachtel. Ich … Entschuldigen Sie, Mörs, habe ich vergessen, dass Sie Angehörige sind. Der Kollege schwieg einen Moment. Offenbar hat er von seinen Opfern Andenken aufbewahrt. Von einigen jedenfalls. Im Schrank war ein Schuhkarton mit ein paar Zeitungsausschnitten über die Morde, einschließlich dem an ihrer Nichte. Außerdem ein paar Ohrringe und ein, zwei Ringe. Warten Sie, ein Darmschuh und eine Strumpfhose mit einem Blutfleck. Er zögerte. Bei einem Fall wie diesem ist ein solcher Karton ein absoluter Glückstreffer. Ich weiß zwar nicht, ob genug da drin ist, um ihn mit jedem Einzelnen dieser Morde in Verbindung zu bringen, aber es reicht wenigstens für einige von ihnen. Und das heißt, wir haben den Scheißkarl am Hacken. Sie seien an. Hoffentlich. Glauben Sie mir, da besteht kein Zweifel. Blöderweise müssen wir davon ausgehen, dass der Bursche noch mehr Dreck am Stecken hat, von dem wir nicht mal wissen. Er legte den Arm um ihre Schultern, um sie aus dem Zimmer zu führen. Keine Sorge. Die Hausdurchsuchung ist legal. Die Beweise sind da. Der Kerl fängt wahrscheinlich in diesem Moment an zu singen. Das Einzige, was uns Sorgen macht, ist dieser seltsame Wisch. Wahrscheinlich hat er eine weiche Birne. Wollen Sie nicht rüberfahren und sich selbst ein Bild machen? Danke, Fred. Ist doch selbstverständlich. Rufen Sie einfach an, jederzeit, wenn Sie was wissen wollen. Weiß ich zu schätzen. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser. Gut. Auch wenn es nicht der Fall war. Sie wandte sich an Lieutenant Burns, der draußen auf sie wartete. Ich will den Karl sehen. Leibhaftig. Als sie losfuhren, sah sie sich nicht noch einmal um. Im Morddezernat des Bezirkspräsidiums wurde sie zusammen mit Lieutenant Burns in einen abgedunkelten Raum mit einem halbdurchlässigen Spiegel als Trennwand zum angrenzenden Zimmer geführt. Sie begrüßte die Handvoll Kollegen, die sich ebenfalls hier versammelt hatten, um die Einfahrnahme auf der anderen Seite der Trennwand zu verfolgen. In einer Ecke bediente jemand ein Tonbandgerät. Alle schwiegen. Ein Moment lang fühlte sie sich an hunderte von Kino- und Fernsehfilmen erinnert. Jemand bot ihr einen Stuhl an und flüsterte, er leugnet immer noch alles und er scheint stark zu sein. Sie bearbeiten ihn schon seit zwei Stunden. Ich gebe ihm noch fünf Minuten oder auch fünf Stunden, schwer zu sagen. Hat er einen Anwalt verlangt? Wollte sie wissen. Nein, bis jetzt jedenfalls noch nicht. Sie dachte an die Zeilen in der Schreibmaschine. Ist er nüchtern? fragte sie den Kollegen, während ihr Blick zum ersten Mal auf den Verdächtigen fiel. Der Mann war klein, drahtig und muskulös. Gebaut wie ein Federgewichtsboxer mit gewähltem schwarzen Haar und leuchtend blauen Augen. Eine Kombination, die Detective Barron seltsam irritierte. Er trug Jeans und ein orangefarbenes T-Shirt, das an die Nationalmeisterschaften erinnerte, die das Football-Team der University of Miami gewonnen hatte. Ihr erster Eindruck war, dass er sich wandte. Sie sah, wie sich die Armmuskeln spannten. Sie musste unwillkürlich abschätzen, wie viel Kraft wohl in diesem Arm steckte. Und als ihr plötzlich das Bild von einem kurzen, dumpfen Schlag vor Augen trat, zuckte Schmerz wie ein weißer Blitz durch das dunkle Nichts. Seltsamer Bursche. Hat eben aus dem Koran zitiert, hören Sie mal. Sie konzentrierte sich auf die drei Männer im Vernehmungszimmer. Detective Moore stellte die Fragen, während Detective Perry still dabei saß und sich mitunter Notizen machte, die meiste Zeit jedoch den Verdächtigen unverwandt mit bohrendem Blick beobachtete. Seinen scharfen Augen entging keine einzige Regung. Sie verengten sich böse und bedrohlich, wenn sein Gegenüber arrogante, zweideutige oder ausweichende Antworten gab, so als weckte mangelnde Wahrhaftigkeit einen Zorn, der jeden Moment in Gewalt umschlagen konnte. Jedes Mal, wenn der Detective die Stellung wechselte, rutschte auch der Verdächtige unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Detective Baron fand die Vorstellung meisterhaft gelungen. Ich will wissen, wozu du die Strumpfhose gekauft hast. Sie war ein Geschenk. Für wen? Für jemanden in meiner Heimat. Wo ist das? Im Libanon. Und der Hammer? Damit wollte ich meinen Wagen reparieren. Wo warst du in der Nacht vom 8. September? Zuhause. Hat dich jemand gesehen? Ich lebe allein. Wieso hast du all diese Mädchen getötet? Ich habe niemanden getötet. Und wie kommt es denn, dass wir bei dir zuhause einen Ohrring gefunden haben, der einem Mädchen namens Lisa Williams gehörte? Und was ist mit der blutbefleckten rosa Strumpfhose, wie Andrea Thomas sie trug, als sie einen Mistkarl vom Campus der Miami-Dade entführt hat? Die war wohl auch ein Geschenk. Und du hast fleißig diese Zeitungsausschnitte gesammelt, wie? Ist wohl ein Hobby von dir, Artikel auszuschneiden. Das sind meine Sachen. Meine ganz persönlichen Sachen. Sie haben kein Recht, sie zu durchwühlen. Ich verlange sie zurück. Mal halblang, Scheißkarl. Du verlangst hier gar nichts. Sie sind ein Teufel. Ja, kann schon sein. Dann habe ich das Vergnügen, deinen Arsch in der Hölle schmoren zu sehen. Niemals. Ich bin ein wahrer Gläubiger. Wie? Du glaubst wohl an Mord? Es gibt unreine Menschen auf der Welt. Junge Frauen? Besonders junge Frauen. Wieso sind junge Frauen unrein? Ha! Ist doch wohl klar! Sag's mir trotzdem. Nein. Sie sind auch unrein. Ein Ungläubiger. Nur ich oder alle Cops? Polizistin. Alle Polizistin. Am liebsten würdest du mich erschießen, wie? Sie sind ein Ungläubiger. Im Koran steht, dass es heilig ist, einen Ungläubigen zu töten. Der Prophet sagt, damit verschaffen wir uns Zugang zum Himmel. Na klar doch. Wo du herkommst, Jungchen, wirst du nicht viel vom Himmel merken. Das hat nichts zu bedeuten. Das ist nur das Fleisch. Erzähl mir was über das Fleisch. Das Fleisch ist verderbt. Reinheit kommt vom Denken. Was musst du mit verderbtem Fleisch machen? Es vernichten. Und wie oft hast du das schon getan? Im Geist schon oft. Und mit den Händen? Das geht nur mich und meinen Meister was an. Und wer ist das? Wir haben nur einen Meister, der dem Garten weilt. Woher willst du das wissen? Er spricht mit mir. Oft? Wenn er mir befiehlt, dann höre ich auf ihn. Was sagt er denn? Lerne die Wege der Unläubigen kennen. Ihre Sitten. Sei bereit für den Heiligen Krieg. Wann fängt der Heilige Krieg an? Der Tatverdächtige lachte laut auf, warf sich in seinem Stuhl zurück, machte den Mund weit auf und prustete so laut, dass es in dem kleinen Raum wiederhalte. Ihm liefen Tränen die Wangen herunter. So lachte er mehrere Minuten lang, ohne dass ihn einer der Polizisten unterbrach. Detective Baron hörte es sich an und glaubte, dass es ihr das Herz zerreißen müsse. Endlich beruhigte sich der Mann so weit, dass ihm nur noch ein gelegentliches Kichern über die Lippendrang. Er blickte Detective Perry direkt in die Augen und sagte dann in einem schrecklich gleichmütigen Ton. Er hat schon begonnen. Perry schnellte hoch und schlug mit beiden Fäusten auf den Tisch, der ihn von dem Verdächtigen trennte. Das Geräusch halte wie ein Schuss und Detective Baron sah, wie die anderen in dem kleinen Raum erstarrten. Krieg gegen kleine Mädchen, wie? Gehört es zum Schlachtplan, sie zu vögeln? Der Verdächtige erwiderte den Blick des Ermittlers eiskalt. Es herrschte Stille. Als er sich wieder zu Wort meldete, sprach er mit wohlüberlegter Betonung. Ich weiß nichts von Ihren unreinen Frauen. Er zeigte mit dem Finger auf den Detective. Ab jetzt rede ich nicht mehr mit Ihnen. Der Finger stieß auf ein Blatt Papier, das vor ihm auf dem Tisch lag. Detective Baron wusste, dass darauf seine bürgerlichen Rechte aufgelistet waren. Ich muss auch nicht mit Ihnen reden. Der trommelnde Finger klang wie das Feuer aus einer kleinkalibrigen Pistole. Ich hätte jetzt gerne einen Anwalt. Das Klopfgeräusch nahm zu. Rufen Sie mir einen. Die Finger ballten sich zur Forst und schlugen auf den Tisch. Ich kenne meine Rechte. Ich kenne meine Rechte. Ich kenne meine Rechte. Ich kenne meine Rechte. Die beiden Beamten standen auf und sahen den Verhafteten feindselig an. Sie machen mir keine Angst, sagte er. Gott ist mit mir und ich fürchte euer ungläubigen Recht nicht. Schaffen Sie mir einen Anwalt her, damit ich von meinen Rechten Gebrauch machen kann. Damit ich mich an meinen Rechten erfreuen kann. Hören Sie. Schadech Rosbadech verlangt Rechtsbeistand. Ha! Die beiden Beamten verließen den Raum. Ich bin ein wahrer Gläubiger, brüllte er. Ein wahrer Gläubiger. Der Verdächtige sah ihn hinterher. Dann drehte er sich zu dem Spiegel um und hob den Mittelfinger. Das Tonband nahm einen weiteren, langen, heiseren Lachanfall auf, bis es von einem Polizisten unter leisem Fluchen abgestellt wurde. Detective Barron stand auf und seufzte. Wenigstens stellte sie fest, fiel es nicht schwer, den Mann zu hassen, der Susan umgebracht hatte. Und dieser Gedanke hatte etwas Tröstliches. Die Zeit ging über Detective Barrons Gefühle hinweg. Sie war in ihre berufliche Routine eingebunden, welche die Verhaftung des libanesischen Studenten in den Hintergrund drängte. Der Tag, an dem sie in Susans Zimmer im Studentenheim deren sämtliche Bücher, Kleider und Papiere zusammenpackte, um sie an ihre Schwester zu schicken, war noch einmal schwierig. Sie war auf einen unvollendeten Liebesbrief von einem Jungen namens Jimmy gestoßen, dem sie selbst nie begegnet war. Das schwärmerische Sprudeln einer jungen Frau, die beginnt, die Kindheit abzustreifen. Während sie die Worte gelesen hatte, war ihr ein großer, schlagsiger Junge in den Sinn gekommen, der beim Trauergottesdienst schüchtern am hinteren Ende der Kirche gestanden und am Grab Abstand gehalten hatte, weil er wohl nicht wusste, welche Stellung ihm in all dem Leid zukam. Vielleicht machte ihn der Gedanke, selbst am Leben zu sein verlegen, so wie es auch ihr einmal ergangen war. Und das Gefühl der Erleichterung, das die Jugend angesichts des Todes empfindet, die Dankbarkeit, wenigstens selbst noch eine Zukunft vor sich zu haben, erfüllte ihn womöglich mit Entsetzen. Detective Barron las, Ich kann es dieses Jahr kaum erwarten. Nach der Hälfte des Semesters machen wir eine einwöchige Exkursion auf die Bahamas. Wir nehmen das Forschungsboot mit und verbringen eine Woche unter Wasser. Ich wünschte, du könntest dabei sein. Ich denke an die letzten Nächte und das, was wir miteinander haben. Merce lächelte. Was hatten sie miteinander? Ein seltsam Moment lang hoffte sie, dass ihre Nichte wahre Leidenschaft und Hingabe kennengelernt, dass sie sich ganz der Lust hingegeben hatte. Das hätte ihr gewaltsames Ende gemildert. An dieser Stelle hatte sie den Brief weggelegt. Es schien ihr unfair, ihn zu lesen. Doch einen Augenblick hatte sie so etwas wie Freude empfunden, als sei es Susan, wenn schon nicht zum Leben erweckt, so doch ihr irgendwie zurückgegeben worden. Sie hatte sich schuldig gefühlt und mit dem Packen weitergemacht, nachdem sie diesen und einige ähnliche Briefe beiseitegelegt hatte, um sie dem schlachsigen Jungen zu schicken. Du musst dich beschäftigen, schärfte sie sich ein. Zehn Tage nach der Verhaftung von Chadeh Rosbadeh rief sie Detective Perry beim Morddezernat an. Dienstags tagte gewöhnlich die Grand Jury, das für die Anklageerhebung zuständige Gremium, und es war schon später Nachmittag. Perry meldete sich prompt und entschuldigte sich sofort. Du liebe Güte Murs, tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe. Es war hier so furchtbar hektisch. Geht schon in Ordnung, erwiderte sie. Waren Sie heute vor der Grand Jury? Also ja und nein. Das müssen Sie mir erklären. Naja, wir waren da und ja, wir rechnen noch heute mit der Anklageerhebung wegen mehrfachen vorsätzlichen Mordes. Aber nicht im Fall von Susan und einem weiteren Fall. Ich kann ihn nicht folgen. Sehen Sie, der Modus Operandi war in allen fünf Mordfällen in Date und einem im Regierungsbezirk Broward am dortigen Community College dergleiche. Rosbadeh hat da ein Seminar in Elektrotechnik belegt. Jedenfalls hatte er von allen sechs Morden Zeitungsausschnitte bei sich zu Hause. Seine Blutgruppe passt zu einer der Spermaproben, die wir in der Nähe von Susans Leiche gefunden haben, aber nicht zu der anderen. Und bei der passenden Probe ist dann noch die Frage des Alters. Er hat eine ganz gewöhnliche Blutgruppe und es war nicht möglich, sie weiter einzugrenzen. Das Labor hat ihn lediglich in die 25%-Kategorie einordnen können. Keine weiteren Ausschlussmöglichkeiten? Nein, genauso wie bei dem Fall in Broward. Ergo? Zu einem der anderen Fälle in Date haben wir nichts, lediglich die Zeitungsausschnitte. Das heißt? Na ja, wir bringen ihn durch den Schmuck und die Wäsche, die wir bei ihm zu Hause gefunden haben, und durch den Schuh, den er aus irgendeinem finsteren Grund behalten hat, mit drei der sechs Morde in Verbindung. Verbindung trifft es vielleicht nicht ganz. Wir nageln ihn fest. Es läuft auf Folgendes hinaus. Wir klären alle Fälle ab, aber wir kriegen vorerst nur drei Anklagen. Wenn der Prozess so weit ist, dass es um die Todesstrafe geht, können wir immer noch Beweise aus den anderen Fällen einbringen. Aber bis dahin dauert es noch ein Weilchen. Detective Barron saß schweigend da und dachte nach. Mers, tut mir leid. Das Entscheidende ist erst einmal, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Vielleicht kriegt er die Todesstrafe. Geht es nicht letztlich darum? Geben Sie nicht auf, bat sie. Was? Was ist mit seinem Wagen? Der war sauber bis auf einen Ohrring. Detective Barron wollte etwas sagen, wurde jedoch unterbrochen. Nein, ich weiß, was Sie denken. Der gehörte zu einem anderen Mädchen. Den Ohrring, den wir bei Susans Leiche gefunden haben, konnten wir noch nicht zuordnen. Sobald uns das möglich ist, naja, Volltreffer. Geben Sie nicht auf. Ganz bestimmt nicht, Mers. Wir bleiben dran. Aber Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Ich muss den Einsatz an Personal und Zeit gegenüber meinen Vorgesetzten rechtfertigen. Für die ist der Fall abgeschlossen. Wir bekommen eine Verurteilung. Die haben den Kerl schon zu den Akten gelegt. Ich schlage mich mit derselben idiotischen Bürokratie herum wie Sie. Verdammt, rutscht es ihr heraus. Ich kann Sie nicht verübeln. Ich fühle mich verarscht. So dürfen Sie das nicht sehen. Denken Sie an die Mistkerle, die Morde begehen und weiterleben, als wäre nichts gewesen. Mers, hören Sie, ich meine, Sie wissen selbst, wie selten wir einen Keller schnappen, der wie dieser Scheiß Karl wahllos Frauen umbringt. Sie müssen schon froh sein, dass er für die Fälle, die wir in trockenen Tüchern haben, in den Knast wandert. Und er hat nicht gestanden? Nee, dafür ist er viel zu helle. Wissen Sie, dass er unter anderem ein Seminar über Verfassungsrecht belegt hat? Er ist doch nicht. Keine Chance. Ich meine, natürlich werden Sie es mit der alten Masche versuchen, von wegen Unzurechnungsfähigkeit und so. Ich muss zugeben, dass der Karl tatsächlich irgendwie eine Macke hat. Mindestens eine, wenn Sie mich fragen. Eindeutig wir im Kopf. Aber selbst wenn Allah ihm eingeflüstert hätte, diese Mädchen zu töten, hat er unserem Jungen ganz bestimmt nicht befohlen, sie zu vergewaltigen. So läuft das nicht bei Allah. Nicht einmal, wenn er einen schlechten Tag hat. Und ganz sicher agiert Rosper Dech nicht wie ein paranoider Schizophrener. Sie schwiegen einen Moment. Detective Barron fühlte sich unbehaglich, so als sei das Zimmer plötzlich überhitzt. Sie hörte Detective Perry in der Leitung. Hören Sie, Mers, zögern Sie nicht, mich anzurufen. Sobald wir mehr erfahren melde ich mich. Sie bedankte sich und legte auf. Das Rechtssystem, dachte sie, war ganz und gar unfair. Sie hasste sich dafür, dass sie es in- und auswendig kannte, mit all seinen faulen Kompromissen. Die Tatsache, dass sie aus polizeilicher Sicht ganz und gar nachvollziehen konnte, was hier ablief, machte sie noch wütender. Sie hätte sich dafür ohrfeigen können, wie sehr sie das Ganze verinnerlicht hatte. In dieser Nacht schlief sie nicht. Sie sah sich sämtliche Late-Night-Talkshows an und las am Ende bis zum morgengrauen Eichylos. Als sie beim ersten zarten Morgenlicht, das in ihre Wohnung drang, zu den Eingangsversen der Odyssee wechselte, musste sie einräumen, dass auch die alten Griechen sie nicht besänftigen konnten. Sie ging an diesem Morgen früh zur Arbeit, wühlte sich fieberhaft durch allen möglichen Papierkram, revidierte Berichte, Analysen und Tatortauswertungen. Sie perfektionierte ihre Ergebnisse so lange, bis sie schließlich am späten Abend, als es erneut dunkel war, nach Hause ging. Nachdem sie sich bis auf Unterwäsche und T-Shirt ausgezogen hatte, legte sie Kissen und Decke auf den Boden und schlief auf dem harten Holz, um sich keinen Komfort zu gönnen. Die Zeit schien in der Schwebe zu verharren. Sie hatte das Gefühl, als wären alle ihre Emotionen auf Eis gelegt, während sie hoffte, dass Susans Tod irgendwie aufgeklärt würde. Kaum wurde die Anklage wegen dreifachen vorsätzlichen Mordes erhoben, ließ sich Detective Barron in der Staatsanwaltschaft beim Leiter der Abteilung für Tötungsdelikte blicken, um ihn durch ihre schiere Präsenz daran zu erinnern, dass der libanesische Student auch für Susans Tod verantwortlich war, selbst wenn er nicht angeklagt werden konnte. Sie verpasste keine Gerichtsverhandlung, keine Sitzung, die von den beiden Jungen mit dem Fall betrauten Staatsanwälten anberaumt wurde. Sie ging noch einmal sämtliche Indizien durch, dachte darüber nach, fing von vorne an. Sie versuchte vorauszusehen, in welchen Schwachstellen die Pflichtverteidiger stochen würden, die für Shadeh Rolosbadeh bestellt worden waren. Sie schickte den Staatsanwälten Memos mit jedem noch so kleinen Gesichtspunkt, über den sie gegrübelt hatte, um einen persönlichen Besuch oder zumindest einen Anruf folgen zu lassen, bis sie davon überzeugt war, dass die von ihr entdeckte Lücke in der Beweiskette geschlossen war. Sie wusste, dass sie ihn mit ihrer Pedanterie höchst lästig fiel. Doch sie hatte schon zu oft gesehen, wie die Staatsanwaltschaft aus Mangel an Umsicht und Nachdruck Prozesse verloren hatte, und sie war entschlossen, das zu verhindern. Als sie die Beweislage so oft gedreht und gewendet hatte, dass ihr nichts Neues mehr dazu einfiel, machte sie sich regelmäßige Besuche im Bezirksgefängnis zur Gewohnheit, wo der libanesische Student im Hochsicherheitstrakt in einer Einzelzelle untergebracht war. Sie bahnte sich ihren Weg durch elektronische Schließvorrichtungen, durch Korridore, deren düsteres Grau von den Verbrechen der einsitzenden Männer zu Zeugen schien, durch Metalldetektoren und an einem Schild vorbei, auf dem in großen Lettern stand »Unbefugter Zutritt zum Westflügel verboten. Zu Widerhandlungen werden strafrechtlich verfolgt«. Im Flur vor der Zelle des Libanesen zog sie sich einen Stuhl heran, um ihn einfach nur zu beobachten. Als sie das zum ersten Mal tat, hatte er gelacht und ihr Obszönitäten an den Kopf geworfen. Als er sie damit nicht beeindrucken konnte, hatte er sich entblößt. Einmal hatte er die Gitterstangen der Zelle gepackt, hatte gespuckt und getobt und versucht hindurchzugreifen, um sie zu packen. Irgendwann hatte er sich an einer Stelle hinter der Toilette verkrochen und nur gelegentlich in den Flur gespäht, um zu sehen, ob die Polizistin noch da war. Sie achtete peinlichst darauf, weder mit ihm zu sprechen noch auf irgendetwas zu reagieren, das er sagte. Sie hoffte, ihm mit der Wucht ihres Schweigens Angst zu machen. Sie erzählte niemandem von diesen heimlichen Besuchen. Und das Gefängnispersonal, das wusste, was sie hertrieb, vermerkte ihre Besuche nie auf einem offiziellen Formular. Das sei, ließ sie der Chef des Sicherheitstraktes wissen, das Mindeste, was sie tun konnten. Sie kam zu den Anhörungen zur Beweisaufnahme, in denen die Verteidigung versuchte, die im Haus des Studenten sichergestellten Beweisstücke aus dem Verfahren auszuschließen. Sie saß in der ersten Reihe und starrte dem Angeklagt mit einem bohrenden Blick auf den Rücken. Sie wusste, dass er es spürte, und es erfüllte sie mit großer Genugtuung, wenn sie sah, wie er unruhig wurde und sich ab und zu nach ihr umdrehte, sodass sich ihre Blicke trafen. Die Beweisstücke wurden zugelassen. Sauere Arbeit, flüsterte sie ihrem Freund Fred, dem Detektiv vom Bezirkspräsidium, nach seiner Aussage zu. »Peanuts«, wisperte er zurück und verließ den Saal. Sie war auch zur Verhandlung über Schadechlos Badechs Schuldfähigkeit zur Stelle. Sie hörte die Argumentation der Verteidiger, wonach ihr Mandant unter stressbedingten Kompensationsstörungen litt, worauf sie ihre Erleichterung der Richter erwiderte, das sei normal, wenn einem die Todesstrafe drohe. Monate vergingen. Es wurde Winter in Miami. Sobald die drückende tropische Hitze gewichen war, schien die Luft bei Tage klarer. Abends saß Detective Barron auf ihrer Veranda und genoss die kühle Brise. Sie dachte fast ausschließlich an den bevorstehenden Prozess. Das Einzige, was sie sich als kleine Abwechslung gönnte, war eine Eintrittskarte für einen der hinteren Ränge im alten Orange Bowl, wo sie mit den Füßen stampfte, den Dolphins laut zujubelte und mit einem weißen Taschentuch wedelte, während ihre Mannschaft das Spiel genau nach Plan absolvierte. Als sie jedoch an einem tristen Tag mit einem Wetter wie in New England, steter Nieselregen und kalter Wind, die Verbandsmeisterschaft verloren, erfasste Detective Barron auf ihrem nicht überdachten Platz inmitten der sonnenverwöhnten, hemdsärmeligen Zuschauermenge eine schreckliche innere Kälte. Als Fan stirbt man einen kleinen Tod, dachte sie. Niederlagen und Verluste sind unvermeidlich, aber dennoch schrecklich. Bei jedem Spiel, das sie sich ansah, ging es letztlich darum, das Elend des Besiegten zu spüren. An diesem Abend trang sie vor dem Schlafengehen fast eine ganze Flasche Wein. Sie erwachte mit einem Kater und der festen Überzeugung, die Mannschaft aus Los Angeles bestünde aus lauter Libanesen. Eine Woche vor Prozessbeginn bekam sie abends einen Anruf von Detective Perry. Er klang aufgeregt. Murs, sagte er. Morgen fällt die Entscheidung. Was? Morgen muss er sich schuldig oder nicht schuldig bekennen. Kein Prozess? Nein, er wird die drei Fälle gestehen. Und was springt dabei für ihn heraus? Er bleibt am Leben, weiter nichts. Wie viel kriegt er? Dreimal lebenslänglich. Er setzt die Mindestzeit von 25 für jeden Fall ab. 25 Jahre. Dreifach am Stück. Knallhart. Keine Begnadigung. Keine Vergünstigung. 75 schlimme Jahre. Außerdem wird er sich zu ein paar täglichen Angriffen bekennen. Also kommt noch was obendrauf. Der erhält locker 100 Jahre. Wir können jetzt schon mal zum Gefängnis rausfahren und sein Grab abschaufeln, denn da wird er mit Sicherheit sterben. Der kommt nie mehr raus. Er hat die Todesstrafe verdient. Murs. Murs. Er steht morgen vor dem Richter. Der Mann hat schon ein Dutzend Mordfälle entschieden, einschließlich diesem Foltermord an dem Radfahrer. Und bis jetzt hat er noch keinen von denen auf den elektrischen Stuhl gebracht. Sie erinnern sich doch an den Fall, Murs. Ja. Mit elektrischen Viehtreibstäben, Murs. Mit Feuerzeugen. Ja, verdammt, ich entsinne mich. Die Jungs sitzen nur 25 Jahre ab. Trotzdem. Er fiel ihr ins Wort. Natürlich finden sie das zum Kotzen. Das finden auch die Familien der anderen Opfer. Aber sie haben sich einverstanden erklärt. Außerdem machen sich alle ein bisschen Sorgen wegen der Schuldunfähigkeitssache. So ein ausgemachter Blödsinn. Auch wenn der keine Schraube locker hat. Er unterbrach sie ein zweites Mal. Ich weiß. Ich weiß. Aber die Burschen, die ihn verteidigen, haben sogar den Scheißkall in die geschlossene Anstalt gebracht, der letztes Jahr seine Freundin mit der Bügelsäge zerkleinert hat. Schon, aber. Kein Aber. Wollen sie das Risiko eingehen? Sie überlegte einen Moment. Bevor sie etwas sagen konnte, sprach Detective Perry bereits weiter. Und dass sie nicht auf den Gedanken verfallen, sich den Knaben selbst vorzuknöpfen. Ich weiß von all diesen Besuchen im Gefängnis, Murs. Daran dürfen sie nicht einmal denken. Er hat den Tod verdient. Murs, sagte Detective Perry. Sein Ton war sanfter als davor. Murs, lassen Sie es gut sein. Der Mistkerl ist aus dem Verkehr gezogen. Für immer. Es ist vorbei, verstehen Sie? Zwingen Sie mich nicht, Ihnen diese Gardinenpredigt zu halten. Verdammt, wahrscheinlich können Sie sie vorwärts und rückwärts herunterbeten. Es ist vorbei. Vorbei. Geht das in Ihren Schädel? Vorbei. Ja. Vorbei. Und zwar genau morgen um neun Uhr. Bis dann, sagte sie und legte auf. Shadeh Rosbader schien geschrumpft, verängstigt, zu frösteln, obwohl es im vollbesetzten Gerichtssaal heiß und stickig war. Als sie Detective Barron auf ihrem üblichen Platz in der ersten Reihe entdeckte, rückte er dicht an einen seiner Pflichtverteidiger heran, der sich umdrehte und ihren finsteren Blick zuwarf. Als der Richter hereinrauschte, legte sich knisternde Spannung über den Saal. Der ältere Mann mit verwegenen, wallendem weißen Haar ließ seinen wachen Blick über die Menschenmenge schweifen, über die zahlreich erschienenen Angehörigen der Opfer bis hin zu den Fernseh- und Zeitungsreportern, die sich hinter den Sitzreihen an die dunklen Wände drückten. Es war ein alter Saal, auf den ringsum die Porträts ehrwürdiger Richter blickten, die längst in Vergessenheit geraten waren. Wir hören zuerst Mr. Rosbader, bestimmte er. Es gibt, soweit ich weiß, ein Schuldbekenntnis des Angeklagten. Ja, euer Ehren. Einer der jungen Staatsanwälte hatte sich erhoben. Schlicht gesagt, wenn die Staatsanwaltschaft nicht auf Todesstrafe plädiert, wird sich der Angeklagte in allen Punkten schuldig bekennen. Somit erwartet Mr. Rosbader in allen Punkten die Höchststrafe, das heißt insgesamt 111 Jahre. Er setzte sich. Der Richter blickte zum Tisch der Verteidigung. Das ist korrekt, bestätigte einer der Verteidiger. Der Richter sah den Angeklagten an. Der libanesische Student erhob sich. Mr. Rosbader, haben Ihre Anwälte Ihnen erklärt, worum es hier geht? Ja, euer Ehren. Und sind Sie mit den Bedingungen Ihres Bekenntnisses einverstanden? Ja, euer Ehren. Sie wurden nicht genötigt oder gezwungen, dieses Bekenntnis abzulegen? Nein, euer Ehren. Sie handeln demnach aus freien Stücken. Ja, euer Ehren. Sie wissen, dass Ihre Anwälte eine Verteidigungsschrift vorbereitet haben und dass Sie auf dem Recht bestehen können, sich Ihren Anklägern vor zwölf Geschworenen ihresgleichen zu stellen und von der Staatsanwaltschaft eindeutige Beweise für diese Anschuldigung gegen Sie zu verlangen? Das habe ich verstanden, euer Ehren. Sie waren bereit, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, aber das bin ich nicht. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ich habe nur getan, was mir aufgetragen war. Dessen habe ich mich schuldig gemacht. In den Augen des Propheten bin ich unschuldig. Ich heiße den Tag willkommen, an dem er mich zu sich nimmt und wir gemeinsam im Garten wandeln. Detective Barron hörte, wie die Reporter mitschrieben, um ja kein Wort des Angeklagten zu verpassen. Das ist schön, erwiderte der Richter. Ich freue mich, dass Ihre religiösen Überzeugungen Ihnen Trost spenden. Ja, das tun Sie, euer Ehren. Gut, danke. Der Richter machte eine knappe Handbewegung und der libanesische Student setzte sich hin. Der Richter blickte in den Saal. Sind die Angehörigen der Opfer zugegen? Es herrschte Stille. Schließlich stand ein älteres Paar direkt neben Detective Barron auf. Ein weiteres Paar erhob sich, gefolgt von einer ganzen Familie. Auch sie stand auf. Die prekäre Stille im Saal hielt an und sie beobachtete, wie Schadech-Rozpadechs Schultern zuckten. Angst, dachte sie. Er sah beharrlich nach vorn. Möchte jemand von Ihnen etwas zu Protokoll geben? Ein Moment lang herrschte Verlegenheit. Detective Barron schwirrten tausend Worte durch den Kopf. Über Susan, darüber, was sie ihrer Familie bedeutete, was einmal aus ihr hätte werden können. Es drückte ihr die Kehle zu und sie musste sich setzen. Doch einer der anderen, die aufgestanden waren, ein großer, dünner, distinguiert aussehender Mann in gut geschnittenem Nadelstreifenanzug schritt nach vorn. Seine Augen waren gerötet. Eine Sekunde starrte er zum Tisch der Verteidigung und sein Blick schien alle Wärme aus dem Raum zu saugen. Dann wandte er sich an den Richter. Eure Ehren? Martin Davies, Vater von Angela Davies, Opfer. Er stockte. Wir haben diesem Bekenntnis zugestimmt, weil uns klar ist, dass das Rechtssystem eher uns betrügen würde, die einen solchen Verlust erlitten haben, als diesen … Er wusste nicht weiter, suchte nach dem richtigen Wort … Diesen Abschaum! Er schwieg. Unser Verlust, euer Ehren. Unser Verlust … Er sprach nicht weiter. Sein letztes Wort hing über dem Gerichtssaal und halte in der Stille nach. Detective Barron wusste sofort, weshalb er nicht weitergesprochen hatte. Alle wussten es wohl. Wie konnte man einen solchen Verlust benennen? Sie merkte, wie sich ihr Hals noch weiter zuschnürte, und sie geriet einen Moment in Panik, weil sie glaubte, keine Luft mehr zu bekommen. Jedenfalls nicht, wenn Davies versuchte, weiterzureden. Er tat es nicht. Er machte auf dem Absatz kehrt und schritt durch den Saal, durch die rückseitige Tür in die Eingangshalle. Kunstlicht leuchtete auf, als die dort draußen postierten Kameraleute der Fernsehteams seine Trauer einfingen. Detective Barron wandte sich wieder nach vorne. Shadegh Rosbadegh hatte sich zwischen seinen beiden Verteidigern erhoben. Von ihm wurden die Fingerabdrücke genommen, und der Richter verkündete, nachdem er die Anklagepunkte verlesen hatte, das Urteil. Die Höchststrafe in allen Fällen. Die Jahre reihten sich schnell aneinander, und die beiden Anwälte traten beiseite, um zwei riesigen Gefängniswärtern Platz zu machen, die Shadegh Rosbadegh mit festem, entschlossenem Griff aus dem Gerichtssaal führten. Der Richter erklärte, die Sitzung ist geschlossen, und rauschte in seiner schwarzen Robe durch eine Seitentür hinaus. Im Nu sprangen die Reporter auf. Im selben Moment schwirrten Fragen und Antworten durch den Raum. Eine Familie bahnte sich kopfschüttelnd ihren Weg. Eine andere blieb stehen, um sich über das Rechtssystem zu empören. Detective Barron sah, wie die Staatsanwälte einem grinsenden Detective Perry die Hand schüttelten. Sie trat nach vorn und beobachtete den libanesischen Studenten. Er hatte schon fast den für Gefangene vorgesehenen Ausgang erreicht, als er stehen blieb, sich umdrehte und den Saal absuchte. Schließlich trafen sich ihre Blicke, und zum ersten Mal schienen seine Augen nicht verängstigt, sondern traurig. Er schüttelte heftig den Kopf, als wolle er etwas energisch verneinen. Sie sah, wie er mit den Lippen ein, zwei Worte formte, konnte jedoch nichts verstehen. Und dann war er verschwunden. Sie hörte nur noch, wie die Tür ins Schloss fiel. In diesem Moment empfand sie vollkommene Leere. Zuerst übertrieb sie es mit allem. An einen leichten, morgendlichen Dauerlauf von zwei Meilen am Strand war sie gewöhnt, doch jetzt erhöhte sie das Pensum auf fünf Meilen in 45 Minuten, sodass sie die Luft wegblieb. Bei der Arbeit ging sie jeden Aspekt eines jeden ihrer Fälle zwei-, dreimal durch und schöpfte Genugtuung aus der pingeligen Präzision. Da sie schlechter schlief als früher, trank sie mehr. Eine Freundin bot ihr Valium an, doch sie hielt sich an das bisschen gesunden Menschenverstand, den sie sich noch zutraute, und lehnte das Medikament ab. Ihr war bewusst, dass ihr Verhalten seltsam und verzweifelt war, und ihr war ebenso klar, dass sie ernste Schwierigkeiten hatte. Wenn sie tatsächlich einmal schlafen konnte, hatte sie lebhafte Träume, die sich um den libanesischen Studenten, Susan und ihren eigenen toten Ehemann drehten. Manchmal sah sie das Gesicht des Mannes, der sie angeschossen hatte. Manchmal ihren Vater, dem die Tränen in den Augen standen, während er sie ansah, als machte sie ihn über den Tod hinaus traurig. Sie hasste den Gedanken, dass es vorbei war. Sie wusste, was als nächstes kam. Schadech-Rospadech würde erst einmal an die Verteidigungsstelle im mittleren Florida überstellt, wo man ihn auf seinen physischen und mentalen Zustand hin untersuchen würde. Zu gegebener Zeit würden sie ihn in den Hochsicherheitstrakt in Ralford verbringen, wo er seine Haft antreten musste. Bis ans Ende seiner Tage. Die Tatsache, dass er weiterlebte, erfüllte sie mit Entsetzen. Immer wieder hatte sie dieses Kopfschütteln vor Augen, das ihr gegolten hatte, und versuchte in all der Verwirrung, der Angst und dem Wahn zu entschlüsseln, was er ihr mit dieser letzten Geste hatte sagen wollen. Sie lag nachts wach und grübelte. Wie bei einer raffinierten Kamerafahrt versuchte sie, jeden Bruchteil seiner Bewegung einzeln einzufangen und zu einem Ganzen zusammenzufügen. Sein Kopf hatte sich zuerst nach rechts, dann nach links gedreht. Er hatte den Mund geöffnet und Worte geformt, die jedoch in all dem Lärm und Gedränge untergegangen waren. Sie gewöhnte sich an, jedes Wochenende einige Zeit am Schießstand der Polizei zu verbringen. Es hatte etwas Befriedigendes, ihr Geschick mit der Police Special Kaliber 38 zu vervollkommenen. Die Wucht des Rückstoßes an ihrer Hand war eine angenehme, sinnliche Erfahrung. Sie kaufte sich eine halbautomatische Browning Kaliber 9mm, eine große, schlagkräftige Pistole, und meisterte bald auch diese Waffe. Sie ging zu Lieutenant Burns und bat darum, sie aus der Tatortanalyse zurück in den Streifendienst zu versetzen. Ich würde gern wieder Streife fahren. Was? Regelmäßigen Schichtdienst versehen, vielleicht ein Revier übernehmen? Keine Chance. Das ist ein offizielles Ersuchen? Und wenn schon? Ich soll sie da rausschicken, damit sie den nächstbesten Handtaschendieb wegpusten? Halten sie mich für verrückt? Ersuchen abgelehnt. Wenn sie weiter oben vorstellig werden wollen, nur zu. Wenn sie es bei der Gewerkschaft versuchen wollen, auch gut, aber es läuft auf das Gleiche hinaus. Ich muss raus, ich brauch das! Nein, brauchen sie nicht. Sie brauchen ihren Seelenfrieden zurück. Den kann ich ihnen nicht geben, das kann nur die Zeit. Sie wusste nicht einmal mehr, was das war. Sie rief Detective Perry an. Wissen Sie, Merce, wir waren kurz davor, ihn auch für den Mord an Susan dran zu kriegen. Wir hatten den Zeitungsausschnitt, den wir bei ihm zu Hause gefunden haben, und nachdem das Bild von dem Kali in der Zeitung veröffentlicht wurde, haben ihn ein paar Studenten wiedererkannt, die an dem Abend mit Susan in der Bar waren. Sie hätten vor Gericht bezeugt, ihn an dem Abend dort gesehen zu haben. Das Dumme war nur, dass sie ihn nicht mit ihr zusammengesehen hatten, oder wie er ihr nach draußen gefolgt war. Und einer der Studenten kann sich genau erinnern, dass er noch drinnen war, als Susan schon verschwunden sein musste. Wir waren also nah dran, aber… Kann ich ihren Namen bekommen? Sicher. Sie machte sich eine Notiz, um die Studenten später aufzusuchen. Unablässig dachte sie an das Kopfschütteln des libanesischen Studenten. Was? fragte sie sich immer wieder. Was wolltest du mir sagen? Sie lag im Bett und empfand nur tiefe Dunkelheit. Der Urteilsspruch war Wochen her. Der tropische Frühling hatte die Stadt in kürzester Zeit in üppig sprießendes, sattes Grün gehüllt. Selbst die Nächte schienen voller wiedererwachtem Leben. Wenn er nun sagen wollte, nein, ich hab Susan nicht umgebracht. Mach dich nicht lächerlich. Er hat dich gehasst. Er hat und Allah, das! Er hat sich irgendeine Form von Vergebung erhofft. Von ihr? Dafür trug er zu viel Angst und Arroganz in sich. Eine unmögliche Kombination. Was dann? Er hat den Kopf geschüttelt. Weiter nichts. Vergiss es! Aber wie? Doch dann schlich sich eine seltsame, nagende Sorge ein. Als gäbe es etwas, das sie übersehen hatte, obwohl es ins Auge sprang. Ein Moment drehte sich ihr alles im Kopf und sie knipste die Lampe an. Sie warf einen Lichtkegel in die Nacht. Merce tapte durchs Schlafzimmer zu einem kleinen Schreibtisch, in dem sie sämtliche Polizeiberichte sowie Notizen über Susans Ermordung aufbewahrte. Langsam breitete sie die Papiere vor sich aus. Verhalte dich endlich wie eine gottverdammte Polizistin und nicht wie eine verzweifelte Angehörige, hämmerte sie sich ein. Dann nahm sie sich die Unterlagen vor. Finde es, was immer es ist. Irgendetwas hast du übersehen. Und da war es. Ein winziges Detail. Und zwar im forensischen Zwischenbericht ihres Chefs. Alkoholrückstände. Sie las, der Karl muss ein, zwei Drinks intus gehabt haben. Alkohol versaut uns immer die Ergebnisse. Mein Gott, entfuhr es ihr laut. Sie hastete zu einem Bücherregal im Wohnzimmer, zog ein Wörterbuch heraus und schlug schiitischer Moslem nach. Doch das half nicht weiter. Sie entdeckte ein Vorlesungsverzeichnis, das Susan einmal bei ihr zurückgelassen hatte. Sie nahm es und blätterte es ungeduldig durch. Orientalistik, fand sie auf Seite 154. Sie unterstrich den Namen des Institutsdirektors und schnappte sich ein Telefonbuch. Er stand drin. Sie sah auf die Uhr. Drei Uhr morgens. Drei Stunden saß sie reglos da und versuchte, ihre Angst zu überwinden. Tut mir leid, dachte sie, als der Zeiger auf sechs stand. Sie wählte die Nummer. Kann ich bitte Harley Trent sprechen? Gott, sagt eine schlaftrunkene Stimme. Am Apparat. Keine Terminverschiebung, habe ich ausdrücklich im Seminar gesagt. Professor Trench, hier spricht Detective Mercedes Barron von der städtischen Polizei Miami. Es geht um eine Ermittlung. Du liebes bisschen. Tut mir leid. Normalerweise sind es Studenten. Sie wissen, dass ich früher auf er bin und das nutzen sie aus. Sie hört einen Räuspern. Wie kann ich ihnen weiterhelfen? fragte er. Wir haben bei einem wichtigen Fall einen Tatverdächtigen, der aus dem Nahen Osten stammt. Er gibt an, schiitischer Moslem zu sein. Ah, so wie dieser grässliche Kerl, der die jungen Mädchen ermordet hat. Ja. Nun ja, fahren sie fort. Wir müssen wissen, also wir können diesen Karl laufen lassen, falls wir nachweisen können, dass er was getrunken hatte. Sie meinen etwas Alkoholisches? Richtig. Ein Bier oder ein Glas Wein oder ein Gin Tonic? Richtig. Also das ist leicht zu beantworten, Detective. Wenn er ein gläubiger Schiite ist, so wie dieser arme Irre es von sich behauptet hat, nie im Leben. Wie bitte? Eine Todsünde, Detective. Kein Tropfen Alkohol, nicht über ihre Lippen. Nie und nimmer. Das gilt gleichermaßen für die fanatischen Moslems wie die Erneuerer. Ein wahrer, konservativer Moslem würde keinen Tropfen anröhnen. Würde wahrscheinlich fürchten, der Ayatollah wäre dann höchstpersönlich hinter ihm her. Wir reden hier wohl nicht von einem Saudi- oder nordafrikanischen Moslem, sondern von einem augenrollenden, Geiselnehmenden-Giiten? Nie im Leben. Beantwortet das Ihre Frage, Detective? Detective Barron schwieg. Detective? Ja, tut mir leid. War nur ein Gedanken. Danke, ja. In der Tat. Alkoholrückstände, dachte sie. Wieder wurde ihr schwindelig. Sie legte auf und starrte auf die Worte auf dem Tisch. Alkoholrückstände. Mein Gott, dachte sie. In Zeitlupe sah sie dieses Kopfschütteln vor sich. Hartnäckig. Insistierend. Sie rannte ins Schlafzimmer und wühlte die Papiere durch, bis sie zu der Aufstellung der Gegenstände kam, die in Chadej Rosbader's Haus gefunden worden waren. Kein Alkohol. Aber er war in der Bar, dachte sie. Man hatte ihn dort gesehen. Aber war auch beobachtet worden, ob er was getrunken hatte? Mein Gott, dachte sie erneut. Sie sprang auf und lief ins Bad. Ein paar Sekunden starrte sie ihr Spiegelbild an und sah Angst und Schrecken in ihren Augen. Dann drehte es ihr den Magen um. Sie beugte sich über die Toilette und erbrach sich heftig. Sie wischte sich ab und sah wieder in den Spiegel. Mein Gott, sagte sie sich ins Gesicht. Vielleicht, der läuft noch frei draußen rum. Das heißt, vielleicht, 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 oh mein Gott. Oh, Susan, es tut mir so leid, aber der läuft vielleicht immer noch da draußen rum. Susan, Kleines, es tut mir so leid. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Doch dann brach es endlich aus ihr heraus. Oh, Susan, 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 schluchzte sie. Und zum ersten Mal seit dem Anruf vor so vielen Monaten überließ sie sich dem Kummer. Und was sie so lange so erfolgreich unterdrückt hatte, stürzte in einer Tränenflut aus ihr heraus. Zweites Kapitel Eine Literaturstudentin Das gleißende Licht über dem Highway fiel erbarmungslos durch die Windschutzscheibe und blendete ihn eine Sekunde lang. Und er stellte sich vor, wie er über den Tisch hinweg seinen Bruder anstarrte und ihn sagen hörte Weißt du, ich wünschte, wir hätten uns früher näher gestanden. Er erinnerte sich, wie er ihm ohne zu überlegen, aber wahrheitsgemäß geantwortet hatte Oh, wir stehen uns näher, als du denkst. Viel näher. Douglas Jeffers fuhr Richtung Süden und dachte an das fahle Licht der Krankenhauskafeteria, in dem das Gesicht seines Bruders seine Konturen verlor. Das Licht, dachte er, ich erinnere mich immer an das Licht. Er trat aufs Gas und sah, wie die Zwergkiefern und Büsche an den Seiten des Highways noch schneller auf ihn zuzurasen schienen. Amerika verschwimmt, dachte er. Mit 160 Sachen über den Highway, sagte er laut und trat das Pedal weiter durch. Er fühlte, wie der Wagen anzog und freute sich, wie die Landschaft an den Scheiben vorbeiflog. Er hatte das seltsame Gefühl, stillzustehen, während die Welt an ihm vorbeiraste. Als der Wagen beim Überholen eines Sattelschleppers mit Anhänger im Sog der unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein wenig schlingerte, packte er das Lenkrad fester. Er spürte, wie es unter seinen Fingern zuckte, als wollte es sich beschweren oder ihn warnen. Der Motor dagegen dröhnte vergnügt, basso profundo. Er sah auf den Tacho und als die Nadel 160 erreichte, nahm er abrupt den Fuß vom Gas, bis er auf bescheidene 110 herunter war. Er fummelte einen Moment an der Skala des Radios herum, bis er den Sender in Florence, Georgia mit näselnder Countrymusik ohne Störungen bekam. Der Moderator kündete in gedehntem Südstaaten-Akzent einen Hörerwunsch an. »Für all die bemerkenswerten Schulbusfahrer in Florence, die jetzt auf Streikposten zuhören...« Dann ließ er Johnny Paycheck singen, »Now you can take this job and shove it. I ain't working here no more.« Jeffers fiel in den Refrain ein und dachte an das Treffen mit seinem Bruder vor zwei Tagen. Er wartete geduldig an einem kleinen Tisch in einer Ecke der Krankenhauskafeteria, bis Marty seine Morgenvisite beendet hatte und den Raum betrat. »Tut mir leid, dass ich dich abwarten lassen«, fing der Jüngere an, doch Douglas winkte ab. Ein paar Minuten redeten sie über belanglose Dinge und ignorierten das Klappern und Stimmengewirr um sie herum. Der Raum erstrahlte in kaltem Neon, in dem beide Brüder bleich und kränklich wirkten. »In dem Licht hier sehen wir alle wie kurz vor der Psychose aus«, meinte Douglas Jeffers. Martin Jeffers lachte. »Wie lang ist das jetzt her?«, fragte er. »Ein paar Jahre. Drei vielleicht«, erwiderte Douglas Jeffers. »Kommt einem gar nicht so lang vor?« »Nein, eigentlich nicht.« »Viel zu tun?« »Ja, wir beide, nehme ich an.« »Kann man sagen.« Douglas Jeffers dachte über das Lachen seines jüngeren Bruders nach und daran, wie selten er es gehört hatte. Martin war von Natur aus ernst. Aber was wollte man von einem Psychiater erwarten? Erst recht von einem, der seine Tage in dem Lärm und inmitten der zusammenhanglosen Schreie einer großen Nervenheilanstalt zubrachte. »Wieso bleibst du hier?«, wollte er wissen. Martin Jeffers zuckte die Achseln. »Weiß nicht. Ich fühle mich hier wohl. Ich werde gut bezahlt und dann das Gefühl, ein nützliches Glied der Gesellschaft zu sein. Eine Reihe von Faktoren.« »Buse«, dachte Douglas Jeffers. »Doch er sprach es nicht aus.« »Mein Bruder«, dachte er, »sieht zu viel und erkennt folglich wenig.« Als sein Bruder Kaffee trank, spreizte er wie eine gezierte Tante beim Fünf-Uhr-Tee den kleinen Finger von der Tasse ab. Sein Bruder hatte rastlose Hände. Unentwegt zupfte er an dem Namensschildchen herum, das er an seinem weißen Kittel trug, oder zog einen Kugelschreiber aus der Tasche, kaut er an einem Ende herum und steckte ihn zurück. Dachte er über eine Frage nach, so fuhr er sich mit der Hand an den Hinterkopf und zwirbelte sich eine Strähne um den Finger. War die Strähne straff genug gespannt, kam die Antwort. »Wie läuft's denn so im Seelenklempner-Geschäft? Sichere Zukunftsaussichten? Eine Wachstumsindustrie«, erwiderte Martin Jeffers. »Zahlenmäßig jedenfalls. Es geht immer um die gleichen Geschichten, ein ums andere Mal, mit unterschiedlichen Akzenten, aber auch wenn jede ihre individuellen Züge hat, ist es im Grunde doch immer das Gleiche. Das macht es interessant. Manchmal beneide ich dich allerdings um die Abwechslung in deinem Job.« Der ältere Bruder runzelte die Stirn. »Hm, so viel anders ist das gar nicht«, sagte er. »In gewisser Weise geht es auch bei mir immer wieder um die gleichen Geschichten.« »Macht es wirklich einen solchen Unterschied, ob es um Jonestown oder Salvador oder um die Unruhen in Miami geht oder auch um das Barrio von Ost-Los Angeles?« Das Leid ist überall dasselbe. Beim Absturz einer 727 in New Orleans oder den Boat People auf den Philippinen, Schlag auf Schlag, eine Tragödie pro Woche, ein Desaster pro Tag. »Letztlich dreht sich meine Arbeit immer wieder darum. Ich bin dem Unheil auf der Spur und versuche einen Blick darauf zu werfen, bevor es weiterzieht.« Er lächelte. Er fand die Beschreibung gut. Natürlich schüttelte sein Bruder den Kopf. »Wenn du es so beschreibst, klingt es wenig reizvoll. Vor allem klingt es ermüdend.« »Nein, eigentlich nicht.« »Hast du es nicht manchmal satt?« »Ich meine, ich bin auch schon mal sauer auf meine Patienten.« »Nein, ich liebe die Jagd.« Sein Bruder antwortete nicht. Douglas Jeffers blickte geradeaus auf die Straße und sah, wie die Teerdecke unter der Hitze flirrte. Die Sonne wurde erbarmungslos von seiner Motorhaube reflektiert, sodass ihm das Licht in die Augen stach. Die Straße vor ihm war leer, und er ließ die Blicke schweifen, nahm die Farben und Formen des ländlichen Georgia in sich auf. Hundert Meter vom Haltestreifen entfernt ragten hohe Nadelbäume auf und warfen ihre kühlen Schatten auf die Erde. Er fühlte sich versucht, anzuhalten und sich unter einen Baum zu setzen. Es wäre angenehm, dachte er, etwas Einfaches und Kindliches zu tun. Dann schüttelte er den Kopf und starrte wieder geradeaus, während er versuchte, die Entfernung zwischen seinem Wagen und der kleinen, dunklen Erhebung auf dem Highway vor ihm abzuschätzen. Eine Minute verging, noch eine, und er fuhr hinter einem Kombi. Es war ein großes, amerikanisches Fabrikat, randvoll mit Kindern, Koffern, Hund und Eltern. Auf dem Dach flatterte eine über dem Gepäck festgezurrte Plane im Wind. Douglas Jeffers Blick traf den eines kleinen Jungen, der mit dem Gesicht zu ihm auf dem hintersten Sitz angeschnallt saß, als sei er von der übrigen Familie geächtet. Der Junge hob zaghaft die Hand in seine Richtung und Jeffers winkte lächelnd zurück. Dann scherte er auf die linke Fahrspur aus und überholte. »Weißt du noch?« fragte ihn sein Bruder. »Welche Bücher wir als Kinder gelesen haben?« »Klar«, antwortete Douglas Jeffers. »Der Zauberer von Oz? Robinson Crusoe, die mutigen Kapitäne, Ivanhoe, der kleine Hobbit und der Herr der Ringe. Der Wind in den Weiden, The Wonder Clock, die Schatzinsel, Peter Pan. Denk einfach nur glückliche Gedanken und schon kannst du fliegen.« Sie lachten. »Danach habe ich sie getauft«, sagte Martin Jeffers. »Wen?« »Die Männer in meinem Programm.« »Es ist ein Insider-Joke hier in der Anstalt.« »Die Männer in dem Sexualtäterprogramm.« »Wir nennen sie die Lost Boys.« »Wissen Sie davon?« Martin Jeffers zuckte die Achseln. »Sie sind jedenfalls eine Sorte für sich.« »Sicher«, vermutete Douglas Jeffers. »Keine aller Welttypen.« »Nein, ganz bestimmt nicht.« Sie schwiegen einen Moment. »Eins wüsste ich gern«, setzte sein Bruder an. »Was magst du an der Fotografie am liebsten?« Douglas Jeffers dachte sorgfältig über die Frage nach, bevor er antwortete. »Mir gefällt die Vorstellung, dass ein Bild unauslöschlich ist. Es hat etwas Makelloses, beinahe Heiliges. Es lügt nicht. Es kann nicht lügen. Es fängt die Zeit und die Ereignisse vollkommen ein. Wenn du dir in deinem Beruf etwas ins Gedächtnis rufen musst, dann musst du in die Vergangenheit hinabsteigen, mit all ihren verworrenen Emotionen, ihren Ängsten und Knäueln anderer Erinnerungen. Ich nicht? Wenn ich einen Blick in die Vergangenheit werfen will, kann ich ein Band aufschlagen und mir ein Foto raussuchen. »Völlig unbelastet. Die reine Wahrheit.« »Hm, so einfach wird es wohl doch nicht sein.« »Ist es aber«, dachte Douglas Jeffers. »Aber ich will dir auch sagen, was ich daran nicht mag«, fuhr er fort. »Meist landet deine beste Arbeit im Papierkorb. Die Fotoredakteure suchen immer nach der besten Illustration für ein Ereignis. Selten ist es auch das beste Foto. Jeder Fotograf hat seine persönliche Galerie, seinen heimlichen Schatz an Bildern, seine eigene Erinnerung an die Wahrheit.« Wieder herrschte Schweigen. Douglas Jeffers wusste genau, was sein Bruder ihn als nächstes fragen würde. Es wunderte ihn nur, dass er damit so lange gewartet hatte. »Wieso kommst du jetzt?«, fragte Martin Jeffers. »Wieso dieser Besuch?« »Ich unternehme eine kleine Reise. Ich würde gerne meine Wohnungsschlüssel bei dir lassen. Geht das in Ordnung?« »Ja, aber wo willst du hin?« »Mal hier, mal dort. Auf den Spuren der Vergangenheit. Alte Erinnerungen auffrischen.« »Könnst du eine Weile bleiben? Wir könnten über die alten Zeiten reden.« »Dir ist sicher nicht entfallen, dass unsere alten Zeiten nicht gar so rosig waren.« Sein Bruder nickte. »Sicher.« »Wo genau soll's hingehen?« Douglas Jeffers schwieg. »Du willst oder kannst es nicht verraten?« »Ich will es mal so sagen,« antwortete er nach einer Weile. »Es ist eine empfindsame Reise.« Er hauchte die Worte ironisch. »Wenn ich dir die Rute verrate, verliert es ein bisschen an Abenteuer.« Martin Jeffers schien beunruhigt. »Das ist mir zu hoch.« »Wird dir schon noch klarer werden.« Douglas lachte schroff. Bei dem laut flogen Köpfe herum. »Hör zu, ich wollte mich nur verabschieden. Ist das so mysteriös?« »Nein, aber...« Der Ältere unterbrach ihn. »Sieh's mir einfach nach.« »Selbstverständlich«, erwiderte der Jüngere prompt. Schweigend gingen die beiden Männer einen Anstaltsflur entlang. Das Licht, das durch eine Fensterreihe fiel, wurde von den weißen Wänden reflektiert und brachte ihrer beider Gestalten zum Leuchten. Sie erreichten den Haupteingang und blieben stehen. »Wann sehe ich dich wieder?« fragte Martin. »Wenn es soweit ist.« »Du meldest dich ab und zu?« »Auf meine Art.« Douglas Jeffers sah, dass sein Bruder noch weitere Fragen stellen wollte, es sich aber anders überlegte und auf die Lippen biss. »Vielleicht hörst du von mir«, sagte Douglas Jeffers. »Der Jüngere nickte.« »Vielleicht hörst du auch über mich.« »Ist mir wieder zu hoch.« Doch der Ältere schüttelte den Kopf und versetzte seinem Bruder einen gespielten Kinnhaken. Dann drehte er sich zum Ausgang um. Bevor er durch die Tür ging, wandte er sich noch einmal zurück, packte geübt seine Kamera aus der Schultertasche und hob sie in einer einzigen flüssigen Bewegung ans Auge. Er ging ein wenig in die Hocke, brachte seinen Bruder ins Bild und machte eine Reihe von Schnappschüssen. Douglas Jeffers ließ die Kamera sinken und winkte unbeschwert. Martin Jeffers versuchte zu lächeln und hob zaghaft die Hand zu einem angedeuteten Gruß. So hatte er ihn verlassen. Bei der Erinnerung an den Ausdruck im Gesicht seines Bruders musste Douglas Jeffers lachen. »Mein Bruder«, sagte er laut, »sieht und sieht doch nicht. Hört und hört doch nicht.« Einen Moment lang wurde er traurig. »Lebe wohl, Marty. Für immer lebe wohl. Wenn es soweit ist, nimm die Wohnungsschlüssel und begreife. Wenn du kannst. Lebe wohl.« Er wurde plötzlich von einem Streifenwagen abgelenkt, der neben einer Baumgruppe parkte. Er warf einen raschen Blick auf den Tacho. Er fuhr etwa 110, aber was machte das schon für einen Unterschied? Hinter Tallahassee nahm er sich vor, würde er besser darauf Acht geben. Bei der Vorstellung, dass seine Reise durch eine zufällige Verkehrskontrolle ein jähes Ende finden könnte, drosselte er das Tempo. Andererseits würde ein langsamer Wagen ebenso sehr auffallen wie ein Raser. »Halte dich an eine mittlere Geschwindigkeit.« Er griff unter den Sitz und tastete nach dem Lederköfferchen, das er in den Hohlraum geklemmt hatte. Es war noch da. Er hatte die Pistole mit kurzem Lauf vor Augen. Nicht so zielgenau wie die 9 Millimeter, die er im Kofferraum aufbewahrte, und auch nicht so gut bearbeitet wie das halbautomatische Ruger-Gewehr Kaliber 30 in einem Kasten im Kofferraum. Doch aus kurzer Entfernung war sie sehr effizient. Und sie passte gut in seine Jackentasche. Das war wichtig. Es wäre kaum ratsam, über den Campus zu schlendern, wenn sich unter seinem Jackett eine Waffe abzeichnete. Er kam an einem Wegweiser vorbei. Die Grenze zu Florida war noch 16 Kilometer entfernt. »Wir kommen der Sache näher«, dachte er. Er spürte eine freudige Erregung, wie beim Erwachen am ersten Tag im Sommerurlaub. Er kurbelte die Scheibe herunter und ließ die gnadenlos heiße Luft des Südens durch den Wagen wehen. Die Hitze wirbelte um ihn herum, und er fühlte sich ein wenig schlapp. Er merkte, wie ihm der Schweiß unter die Achseln trat und schloss das Fenster wieder, damit die Klimaanlage ihre Arbeit tat. Er setzte seine Reise fort und ließ die Erinnerung an seinen Bruder zurück, um sich ganz auf den Highway zu konzentrieren. Er verließ die Interstate und fuhr durch den Florida Panhandle immer Richtung Miami. Die Bäume, registrierte er, waren hier unten weniger stattlich, als ob die Hitze sie entkräftete und die Sonne sie schrumpfte. Etwa 16 Kilometer außerhalb der Stadt fand er ein Motel. Es war ein schäbiges, unscheinbares Etablissement namens Happy Nights Inn. Er wollte schon gegenüber der müden Frau mit den strähnigen, grauen Haaren hinter der Theke des Bürogebäudes eine Bemerkung darüber fallen lassen, ließ es dann aber sein. Er trug sich unter einem falschen Namen ein, für den er einen Ausweis hatte, doch sie bat nicht darum. Er zahlte für fünf Nächte im Voraus und nahm den Schlüssel zu dem entlegensten Bungalow an der Rückseite des Motels. Er vermutete, dass er dort ungestört war. Danach musste er nicht einmal fragen. Das Zimmer kostete 18 Dollar die Nacht und er bekam, wofür er bezahlt hatte. Das Bett war wackelig, mit grauer Wäsche und einer fadenscheinigen Decke bezogen und es hing durch. Doch alles in allem wirkte das Zimmer sauber und lag, wie er feststellte, vollkommen abgeschieden. Er schob die Waffen unter die Matratze, duschte und machte den Fernseher an, doch er war nicht interessiert und beschloss, nach wenigen Minuten zu schlafen. Als er im Bett lag, plagte ihn allerdings Unentschlossenheit. Er ging sämtliche Argumente durch, die seine Fantasie seit Wochen beschäftigten. Wieder zog er eine Studentin mit Hauptfachgeschichte in Betracht. Sie hätte Sinn für Zusammenhänge, für Kontinuität, wäre in der Lage, das, was geschah, in ein größeres Gesamtgefüge einzuordnen. Aber konnte sie auch schreiben? Besäße sie die rasche, wache Auffassungsgabe, um genau das zu dokumentieren, was ihm vorschwebte? Er war sich nicht sicher. Vielleicht doch lieber Soziologie. Wer Soziologie studierte, hatte eine klarere Vorstellung von Zeitströmungen und war in der Lage, eine Feststellung gesellschaftlich richtig zu bewerten. Doch wieder schwankte er, als ihm klar wurde, dass ihm individuelle Flexibilität eigentlich mehr am Herzen lag. Eine Psychologiestudentin war außer Reichweite. Er wäre gezwungen, mit einer klinischen Präzision vorzugehen, die ihm nicht lag. Naturwissenschaften und Politologie konnte er von vornherein ausklammern. Zu dogmatisch und wahrscheinlich nicht sonderlich informiert. Und ihm war ganz gewiss nicht danach, in seiner Freizeit über Politik zu diskutieren. Ebenso wusste er, dass er keine Mathematikerin haben wollte oder eine Musikerin oder Linguistin. Sie wären zu sehr in ihr eigenes Spezialgebiet versponnen, um das Geschehen zu würdigen. Wahrscheinlich hatte er mit seinem ersten spontanen Gefühl richtig gelegen. Er sollte entweder nach einer Studentin der Literaturwissenschaft oder der Publizistik suchen. Jemand mit einem Interesse an Journalismus wäre hilfreich. Dann könnte er über die vielen Artikel diskutieren, für die er schon Fotos geliefert hatte und auf diese Weise einen Teil der natürlichen Angst kanalisieren. Andererseits war zu befürchten, dass eine angehende Journalistin nicht alles verstehen, sondern eine ungeschickte Nacherzählung abliefern würde, sodass ihr die subtilen Nuancen entging, die er ins Auge fasste. Was ich vorhabe, dachte er, reicht für ein ganzes Buch. Also muss ich mich nach einem Bücherwurm umsehen. Es gab ihm Genugtuung, dass er zu einer Entscheidung gelangt war, die obendrein nach reiflicher Abwägung und Analyse seinen ersten Instinkt als richtig bestätigte. Doch wieder zögerte er und mahnte sich, nichts zu überstürzen. Ein einsamer, zurückgezogener Typ wäre ein Desaster, während ein allzu beliebtes Mädchen viel zu schnell vermisst würde. Keine Bücherwürmer und keine Cheerleader. Triff eine sorgfältige Wahl, trug er sich noch einmal auf. Er spürte, wie eine angenehme Ruhe ihn erfüllte. Draußen hörte er die nächtlichen Geräusche von Insekten, die gegen die Fliegengitter stießen, untermalt von den auffäulenden Motoren großer LKW in rasanter Fahrt auf der fernen Autobahn. Halte dich an den Plan. Der Plan ist gut. Er war zufrieden und fiel nach kurzer Zeit in tiefen Schlaf. Durch die Fenster der McDonald's-Filiale am Campusrand der Florida State University in Tallahassee flutete helles Licht. Er legte die Hand an die Scheibe und fühlte die Wärme. Er hörte das Geräusch der Klimaanlage, die nicht nur mit den hohen Temperaturen draußen kämpfte, sondern auch mit der Hitze, die aus den Frittiermaschinen und der Verlangs brutzelnder Hamburger auf der großen Herdplatte aufstieg. Selbst so früh am Morgen wimmelte es im Restaurant bereits von Studenten. Er nimmte an seinem Kaffee, studierte den Lageplan des Campus und glich ihn mit dem Vorlesungsverzeichnis ab, das er sich vor dem Frühstück mühelos in der Universitätsbibliothek besorgt hatte. Bei der dritten Tasse Kaffee hatte er mehrere vielversprechende Seminare in geeigneten Lokalitäten ausfindig gemacht. Er steckte den Plan und das Vorlesungsverzeichnis in seine Aktentasche. Bevor er ging, überprüfte er seine Erscheinung in der Herrentoilette. Er rückte sich die Krawatte zurecht und strich sich das Haar aus der Stirn. Er trug ein blaues Searsucker Sportjackett zur kakifarbenen Hose. Niemand würde sich bei der dunklen Sonnenbrille etwas denken. Auf einem Campus in Florida trägt jeder eine Sonnenbrille. Er rückte die Kugelschreiber in seiner Hemdtasche zurecht und verkrumpelte ein wenig sein Jackett, zog eine Taschenbuchausgabe von John Fowles der Sammler hervor und steckte es sich so in die Außentasche seiner Jacke, dass der Titel zu erkennen war. Er hatte das Buch am Morgen gekauft, die Seiten sorgsam mit Eselsohren versehen und den Rücken verbogen, damit es zerlesen wirkte. Er hätte daran denken sollen, seine eigene Ausgabe mitzubringen. In die andere Tasche steckte er ein kleines Bündel Papiere. Er starrte sich an und war zufrieden. Der klassische wissenschaftliche Mitarbeiter, vielleicht auch ein wissenschaftlicher Assistent, ein wenig akademisch angestaubt auf der verzweifelten Suche nach einer Professur mit Festanstellung, aber dennoch freundlich und umgänglich, mit passablem Aussehen und vor allem harmlos. Er machte sich auf den Weg zum Campus. Zuversichtlich, freudig erregt, mit seinem Aussehen ebenso zufrieden wie mit seinem Plan. Zunächst war jedoch eine spirituelle Zwischenstation notwendig. Er ging eine ruhige Allee entlang, kam an der einen oder anderen Traube Studenten vorbei, denen er im Vorübergehen freundlich zunickte und suchte nach der Adresse. Er hätte mit einem Schild oder Emblem an der Hausfront gerechnet, so wie bei anderen Verbindungshäusern. Es war ein außergewöhnlicher Tag. Warm, aber nicht so heiß. Eine Atempause in Floridas normalem Sommer. Auf seine Weise kam ihm in den Sinn, war ein typischer Sommertag in Florida nicht viel anders als ein klassischer Wintertag im Nordosten. Die Hitze setzte einem genauso zu und zwang einen ins Haus wie die bittere Kälte im Norden. An den schlimmsten Tagen ist es gleichermaßen beschwerlich, sich im Freien aufzuhalten. In Florida verkriecht man sich in klimatisierte Räume. Er legte die Hand über die Augen und blickte in den wolkenlosen Himmel. Er dachte an Jack London und zitierte frei, »Nein, ein Mann kann in Florida nicht alleine wandeln, wenn die Temperaturen steigen.« Douglas Jeffers schmunzelte und blieb unter den dunklen Zweigen einer Eiche stehen. Er starrte auf ein zweistöckiges Holzhaus hinter einer grünen Rasenfläche, das etwa 20 Meter vom Bürgersteig zurückgesetzt war. Als zwei junge Mädchen aus der breiten Eingangstür traten, wandte er den Blick ab und sah über die Straße, bis sie vorbeigegangen waren. Sie lachten miteinander und hatten ihn offensichtlich nicht bemerkt. Er sah wieder zu dem weißen Haus hinüber und betrachtete die Fassade. Das Gebäude hatte viele Fenster sowie eine Seitentür. Den Rasen schmückte ein Zeichen mit zwei griechischen Buchstaben. Er las die Lettern zweimal und grinste innerlich. Hier Omega. Da wären wir also. Hier ist es passiert. Im Geist hatte er das gewünschte Bild der Mühelosigkeit des Profis vor Augen. Frontal, dachte er. Fang das Licht ein, wie es auf den linken, vorderen Teil der Fassade trifft. Ein Schnappschuss fürs Sammelalbum. Komm schon. Lass dich nur nicht erwischen. Garne hätte er gewartet, bis jemand den Gehweg entlang gelaufen oder aus der Tür getreten wäre, sodass die Größenverhältnisse deutlich werden würden. Doch die Person hätte vielleicht etwas gemerkt und das hätte Probleme nach sich ziehen können. Er richtete seine Position so aus, dass eine große Eiche am Rand der kurzgeschorenen Wiese einen vertikalen Maßstab lieferte. Er bewegte sich ein paar Schritte nach links, um einen leichten Schrägwinkel zu erzielen. Nachdem er sich rasch davon überzeugt hatte, dass der Bürgersteig in beide Richtungen menschenleer war, ging er auf ein Knie, als ob er sich den Schuh zubinden wollte, öffnete die Aktentasche und schnappte sich die Kamera. Belichtungszeit und Lände stellte er ein, bevor er den Apparat herausholte. Dann hob er ihn in einer einzigen flüssigen Bewegung ans Auge, richtete die Linse auf das Wohnheim und stellte gleichzeitig die Schafe ein. Dann drückte er ab. Der Motordrive sirrte und er betätigte noch einmal den Auslöser. Und nochmal. Zufrieden steckte er die Kamera zurück in die Tasche, band sich den Schuh zu und stand auf. Er spähte in beide Richtungen, um sich zu vergewissern, dass ihn niemand beobachtet hatte, und lief zügig die Straße weiter. Zielstrebig schritt er ein Dutzend Häuserblocks ab und blieb erst stehen, als er unter einem Baum eine leere Bank entdeckte. Er setzte sich hin und merkte erst jetzt, dass er außer Atem war. Das kam von der Aufregung, nicht von der körperlichen Anstrengung. »Hast du das Bild im Kasten?« fragte er sich. In seiner Fantasie hörte er die verzweifelte Stimme eines gehetzten Redakteurs. »Habe ich doch immer,« antwortete er. »Aber hast du dieses bestimmte Foto?« »Habe ich dich je enttäuscht.« »Bitte sag mir klipp und klar, ob du das Foto hast.« »Kinderspiel.« Er lachte laut. »Was für ein seltsamer Tourist«, dachte er, »Während alle anderen nicht schnell genug nach Disney World oder zum Epcot Center kommen können oder weiter zu den Keys ziehen, besuchst du den Ort, an dem... an dem was?« Er überlegte. Die meisten würden beim Anblick eines Fotos vom Chi Omega House auf dem Gelände der Florida State University daran denken, dass an diesem Ort zwei junge Frauen, die friedlich in ihren Betten geschlafen hatten, brutal ermordet worden waren, während eine dritte schwer verletzt überlebte. Ein Moment lang dachte Jeffers über die Phrase nach »brutal ermordet«. Das war Journalistenjargon. Eine Diktion, die nur entfernt etwas mit normaler Sprache zu tun hatte. Morde waren immer brutal. Ebenso Prügeleien. Und nicht nur, wenn man sie als bestialisch bezeichnete. Die Klischees der Zeitungswelt bildeten eine Art abstrakter Stenografie. Die Leser konnten die Worte »brutal ermordet« auf sich wirken lassen, ohne erfahren zu müssen, dass der Mörder in seiner Rage einem der Mädchen die Brustwarze abgebissen und ein anderes wie ein prähistorischer Berserker mit dem Ast einer Eiche verprügelt hatte. Douglas Jeffers dachte an die jungen Frauen, die eben lachend aus dem Haus gekommen waren. Er fragte sich für einen Moment, ob sie und ihre Schlafgenossin nachts den Zimmerschlüssel zweimal umdrehten, ob sie ihre Erinnerungen in einem der hintersten Winkel ihres Bewusstseins verschlossen. Jeffers betrachtete die Fassade und dachte, »Für diese Mädchen ist es ein Zuhause, ein Ort der Kameradschaft für vier College-Jahre. Doch in Wahrheit ist es viel mehr. Es ist ein Monument für etwas viel Bedeutsameres. Dies ist der Ort, an dem ein Serienmörder zum ersten Mal richtig die Kontrolle verloren hat. Der Anfang von seinem Ende. Jeffers erinnerte sich an den kleinen Mann mit dem gewählten braunen Haar, den er bei seinem Fototermin in einem Gerichtssaal in Miami gesehen hatte. Viele Monate nach der schrecklichen Nacht in dem Wohnheim der Studenten. Idiot, dachte er. Seine Erinnerung segmentierte die Erfahrung in einzelne Bilder. Klick. Der Mörder drehte sich um. Klick. Der Mörder sah ihn direkt an. Klick. Sie starrten sich gegenseitig in die Augen. Jeffers fragte sich, ob der Mann wohl über den Tellerrand seiner kleinen Show hinausblickte. Klick. Der Mörder öffnete den Mund und wollte etwas sagen, brachte es aber nur zu einem grimassenhaften, schiefen Lächeln. Klick. Der Mörder wandte sich wieder ab und gab mit süffisantem Grinsen ein paar unüberlegte Kommentare zu dem bevorstehenden Verfahren ab, mit denen er den Richter und die Geschworenen düpierte und den Ausgang unvermeidlich machte. Klick. Jeffers fing diesen hochnäsigen Ausdruck am Rande des rasenden Wahnsinns ein, bevor er wieder unter der blasierten Maske verschwand. Das war das Bild, das er für seine eigene Sammlung behielt. Was für ein Idiot, dachte er erneut. Jeffers drehte es den Magen um, wenn er nur daran dachte. Die Zeitungen hatten den Karl wahrhaftig als intelligent bezeichnet. Jeffers schüttelte heftig den Kopf. Was hat es mit Intelligenz zu tun, wenn man seine eigenen Emotionen nicht beherrschen kann? Wo bleibt die Selbstdisziplin? Wo bleibt die sorgfältige Planung? Der Einfallsreichtum, wenn man mitten in der Nacht in ein vollbelegtes Wohnheim einbricht, um die Bewohnerinnen abzuschlachten. Außer Kontrolle. Im festen Griff der Gier. Schwäche, dachte Jeffers. Die primitive Zügellosigkeit eines Schuljungen, der sich auch noch etwas darauf einbildete. Er entsann sich, wie wütend er selbst innerlich wurde, als seine Kollegen von der Presse und im Fernsehen fassungslos darüber rätselten, dass ein artikuliert sprechender, gebildeter Mann zugleich ein Serienmörder sein konnte. Er sah aus wie einer von uns. Er redete wie einer von uns. Er agierte wie einer von uns. Wie konnte er in das Profil passen, das die Polizei beschrieb? Jeffers spuckte wütend. In Wahrheit, resümierte Jeffers, passte es vorne und hinten nicht. Wie einfältig, wie dämlich. Na schön, vielleicht war er intelligent, vielleicht wirkte er liebenswürdig. Ob er auch den Todestrakt liebt? Verdient hätte er ihn jedenfalls, fand Jeffers. Vorsätzliche Dummheit. Er stand auf und merkte erst jetzt, wie heiß es geworden war. Er beschloss, zur Mensa hinüber zu gehen und etwas zu Mittag zu essen, bevor er sich auf seinen entscheidenden Erkundungsgang begab und seine Pläne in die Tat umsetzte. In der Mensa war es voll, laut und anonym. Jeffers trug sein Tablett zu einem Tisch in der Ecke und aß langsam, während er auf den vor ihm ausgebreiteten Plan und das Vorlesungsverzeichnis starrte und nur ab und zu einen verstohlenen Blick auf die bunte Schar Studenten warf. Er dachte darüber nach, wie sehr er sich treu geblieben war. Er erinnerte sich noch gut an die wenigen Monate, die er am College verbracht hatte, bevor er das Studium hinwarf, um seine Laufbahn als Fotograf anzutreten. Er hatte seine Zeit mehr oder weniger genauso verbracht wie jetzt. Allein, schweigend, der stille Beobachter am Rande. Einer, der zuhört, statt zu reden. Er wusste noch, wie unbehaglich er sich in seinem Zimmer im Wohnheim gefühlt hatte, fernab der unbeschwerten Geselligkeit der Kommilitonen. Dort im Norden war es Winter gewesen. Ein frostiger, trüber, grau verhangener Tag, der Schnee androhte. Er hatte seine Sachen in eine Reisetasche geworfen, seine Kameras geschultert, war bis ans Ende des Campus gelaufen und hatte als Zeichen seiner wiedergewonnenen Freiheit den Daumen gehoben, um quer durch die Nation Richtung Westen zu trampen. Bei der Erinnerung an diese Reise musste er schmunzeln. Bereits eine Woche, nachdem er losgezogen war, hatte er sein erstes Foto verkauft. Er wusste noch genau, wie er im Stadtzentrum von Cleveland in einer Suppenküche gesessen hatte. Er war wie immer allein gewesen. Ein alter Penner hatte sich neben ihn gesetzt und versucht, unter dem Tisch sein Knie an dem Seinen zu reiben, um ihn anzumachen, während er fett triefenden Eintopf schlürfte. Jeffers hatte blitzschnell sein Bein um das spröde Knie des Obdachlosen gehakt und es ihm mit einem Ruck verdreht. Es knirschte im Gelenk, während der Mann sich an den Tisch klammerte. Er wollte gerade vor Schmerz aufschreien, als Jeffers leise Warnung ihn davon abhielt. Ein Wort, ein Schrei, ein Hilferuf, und ich brächte die Knochen so, dass du diesen Winter da draußen krepierst. Verstanden? Als Jeffers losließ, verzog sich der Mann hastig und wenig später, gerade als er den Rest der Suppe mit einem Stück klebrigem Weißbrot auswischte, hörte Jeffers draußen Sirenen. Eine ganze Menge davon, die näher kamen und einen Häuserblock weiter verstummten. Er hatte seine Kameratasche geschnappt und war zu dem schäbigen Mietshaus gelaufen, in dem es brannte. Familien reichten den Feuerwehrmännern vor Panik schreiende Kinder durch die Fenster und Jeffers hatte ihm nur alles auf Zelluloid gebannt. Verkauft hatte er ein Bild von einem Rettungsmann, dem Eiszapfen von Helm und Jacke hing und der ein verängstigtes sechsjähriges Kind in eine Decke gehüllt aus der Gefahrenzone schaffte. Der Bildredakteur des Plaine Dealer war zuerst misstrauisch gewesen, hatte Jeffers aber schließlich erlaubt, die Dunkelkammer zu benutzen. Die Ausbeute an Nachrichten war an diesem Tag bescheiden gewesen und er war auf ein kleines Kunstwerk für die erste Seite des Lokalteils erpicht. Jeffers wusste noch genau, wie behutsam er in der Dunkelkammer vorgegangen war, wie unendlich vorsichtig er die Chemikalien gemischt und den Abzug in der Entwicklerflüssigkeit geschwenkt hatte, bis das Bild Gestalt annahm. Den Augen verdankte er es, dass er das Bild verkaufte. Die gütige Mischung aus Erschöpfung und Jubel im Gesicht des Retters im Gegensatz zum aufgestauten Entsetzen im Blick des Kindes. Es war eine starke Fotografie und der Redakteur platzierte sie auf der Titelseite. Verdammt guter Schnappschuss, sagte der Mann. 50 Dollar. Wohin sollen wir den Scheck schicken? Ich bin auf der Durchreise. Keine Adresse? Das YMCA. Und wo soll's hingehen? Kalifornien. Alle wollen ins Lotusland. Er seufzte. Freie Rede, freie Liebe, Orgien und Drogen, Hate Ashbery und Acid Rock. Er lachte. Verdammt, klingt gar nicht mal so schlecht. Dann zückte der Redakteur seine eigene Brieftasche und reichte ihm zwei Zwanziger und zwei Fünfer. Hätten Sie nicht Lust, ein bisschen zu bleiben und noch ein paar Fotos für uns zu machen? Ich bezahl sie. Wie viel? 90 die Woche. Er dachte, Cleveland ist kalt. Also sagte er es auch. Cleveland ist kalt. Detroit und Chicago genauso. New York ist lausig und Boston können Sie gleich vergessen. Junge, wenn Sie's warm haben wollen, gehen Sie nach Miami oder L.A. Wenn Sie Arbeit brauchen, versuchen Sie's hier. Verdammt ja, es ist Winter. Wissen Sie was? Sie kriegen 95 und ich kaufe Ihnen einen Parka und lange Unterhosen. Und was soll ich fotografieren? Keine Blumenausstellung, keine Sitzung der Industrie- und Handelskammer. Nur was in der Art, wie Sie's gerade abgeliefert haben. Warum nicht? Hatte Jeffers gesagt. Großartig, mein Junge. Nur eins noch. Das wäre? Ich riskiere was. Dieses Foto heute. Falls sich das als ein Zufallstreffer entpuppt, ich meine, falls ich nicht mehr von der Sorte zu sehen bekomme, na ja, dann sind Sie ruckzuck wieder auf dem Weg nach Kalifornien. Sie verstehen, was ich meine? Mit anderen Worten, ich soll Ihnen zeigen, was ich drauf hab. Genau. Versuchen Sie's trotzdem? Klar. Wieso nicht? Junge, mit der Einstellung werden Sie's in dem Geschäft weit bringen. Und noch was, Cleveland ist eine Arbeiterstadt. Schneiden Sie sich die Haare. Und so verbrachte er elf kurzgeschorene Monate in Cleveland. Er erinnerte sich. Ein Antikriegsdemonstrant, dem ein Arbeiter mit einem dicken Holzknüppel auf den Rücken schlug. Vom nächsten Häuserblock aus fotografiert. Belichtungszeit eine 250. Blende 16 mit Teleobjektiv. Die Körnigkeit hatte die Gewalt unterstrichen. Die Beerdigung eines Gangsters, bei der ein Bodyguard angesichts der Fotografen und Kameraleute explodierte. Jeffers hatte in rascher Abfolge geknipst und sich erst in letzter Sekunde weggeduckt, so dass er den Muskelprotz im schwarzen Anzug mit gebleckten Zähnen in Aktion einfangen konnte. Mit hochempfindlichem Film, Belichtungszeit eine Tausendstel und Blende 2,4. Noch eine Beerdigung. Diesmal mit Flagge. Ein Pilot, der mit seiner F-16 über Haifong zu stark unter Beschuss geraten war und es trotzdem noch bis zum Flugzeugträger Oriskany im Golf von Tonkin geschafft hatte. Beim Landeanflug aber nicht mehr über genug Sprit verfügt hatte und im aufgewühlten, warmen Wasser gestorben war, bevor die Rettungskräfte ihn erreichen konnten. Die Familie hatte einen gefassten Eindruck gemacht, dachte Jeffers. Es hatte wenig Tränen gegeben. Er hatte sie mit einer Fünfzehntel Sekunde und Blende 22 in dem Moment festgehalten, als sie wie Soldaten in einer Reihe aufgestellt ins Grab hinabstarrten und dann den Abzug eine Weile im Entwicklerbad liegen gelassen, um die graue Tönung des Himmels zu verstärken. Ihm kam der leichenstarre Junkie in den Sinn, der in einer eisigen Februarnacht die einzige Wärme in einer Nadel gefunden hatte und einfach erfroren war. Man hatte ihn im Hafengebiet gefunden. Sein Schnappschuss hatte mit einer Fünfhundertstel Sekunde und Blende 5,6 das Licht des Cuyahoga River eingefangen, das sich in der eisüberzogenen Welt spiegelte. Doch immer, wenn er an Cleveland dachte, erinnerte er sich vor allem an das Mädchen. Er hatte in der Dunkelkammer gearbeitet. In der Ecke plarrte ein kleines Transistorradio, das er sich von seinem ersten Lohncheck gekauft hatte und erfüllte den Raum mit den herben Texten von The Doors. Jedes Mal, wenn er das Radio einschaltete, drang Light My Fire heraus. An zwei mörderisch heißen Sommertagen hatte er einen der letzten Streifenpolizisten in der Stadt, der seinen Dienst zu Fuß versah, auf seinem frühmorgendlichen Rundgang begleitet. Dabei waren Fotos herausgekommen, die er zu routinemäßig, zu glatt fand. Der Polizist war umgänglich und beliebt. Überall, wo er auftauchte, wurde er begrüßt, gelobt und willkommen geheißen. Jeffers hatte über die Bilder die Nase gerümpft. Wo war der besondere Pfiff, die Spannung? Er wünschte, dass jemand auf den Polizisten schoss. Er betete darum und beschloss, einen weiteren Tag auf der Straße zu verbringen. In die Musik, die Dunkelheit und seine Pläne vertieft, hatte er zunächst überhört, wie der Bildredakteur nach ihm brüllte. Jeffers, du fauler Hund, schaff dein Hintern da raus! Er hatte seine Utensilien behutsam und betont langsam beiseitegelegt. Jim Morrison sang gerade »I know that it would be untrue«. Der Bildredakteur kannte, wie er rasch begriffen hatte, nur zwei Gemütszustände. Langeweile und Panik. »Was ist?« hatte er gefragt, während er aus seiner Kammer trat. »Eine Leiche, Jeffers, vollkommen kalt, mitten in den Heights. Ein hübsches, weißes Mädchen in einem reichen Wohnviertel, verdammt tot. Na mach schon, hau ab, melde dich am Fundort bei Buckinen. Also, was ist, willst du Wurzeln schlagen?« Er war seltsam nervös um die polizeilich abgesparte Zone geschlichen. Abseits von der Traube der übrigen Zeitungs- und Fernsehreporter sowie Kameraleute, die witzelnd auf jemanden warteten, von dem sie mehr erfahren würden. Sie gaben sich damit zufrieden, von einem Polizeisprecher en gros abgefertigt zu werden. »Wie komme ich an das entscheidende Foto?« hatte er sich gefragt. So war er unter der Nachmittagssonne hin und her geirrt und schließlich in der Hoffnung auf freie Sicht unbemerkt auf einen großen Baum geklettert. Wie ein Scharfschütze hatte er sich auf einen Ast gelegt und ein Teleobjektiv aufgeschraubt, durch das er zu den Polizisten hinunterblickte, die mit penibler Sorgfalt rund um die Leiche des Mädchens ihrer Arbeit nachging. Beim ersten Anblick eines nackten Beins, das der Mörder achtlos zur Seite geworfen hatte, schluckte er schwer. Jeffers hatte angestrengt hinuntergestarrt, um sich nichts entgehen zu lassen, hatte sich das Opfer mit Tele so nah wie möglich herangeholt und seinen Film verschossen. Er wollte unbedingt ihre Brüste sehen, ihr Haar, ihre Scham. Er justierte Winkel und Fokus und feuerte wie mit einer Waffe drauf los, wobei er die Kamera drehte und wendete, ihr schmeichelte, bis sie ihn der Leiche ganz nahe brachte. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, drückte unablässig auf den Auslöser und fluchte, wenn ihm ein Polizist den Blick verstellte. Kaum hatte er wieder freie Sicht, spulte der Film leise sirrend weiter. Diese Fotos hatte er für sich behalten. Die Zeitung hatte drei andere gebracht. Eins, das zeigt, wie die Feuerwehrleute das Opfer im Leichensack auf einer Trage wegschaffen, dann eine Aufnahme mit Teleobjektiv aus Bodennähe, auf der die Männer von der Kripo über der Leiche knien und sie verdecken, außer einem auffällig dünnen jungen Arm, der vom Rumpf heruntergerutscht war und behutsam von einem der Polizisten gehalten wurde. Das dritte fing eine Gruppe kichernder Teenager ein, die es in einer Mischung aus Angst und Neugier an den Rand des Fundorts gezogen hatte. Sie brachen in Tränen aus, als das tote Mädchen aus dem Unterholz geborgen wurde. Das letzte Bild hatte ihm am besten gefallen. Er hatte sich den Mädchen vorsichtig genähert und ihnen mit Süßholzraspelei mühelos den Namen entlockt. Das Foto fing die Wirkung eines Verbrechens ein. Ein Mädchen riss unter dem Schock die Augen weit auf, während das neben ihm die Hände vors Gesicht schlug und über die furchterstarrten Finger hinweg auf die Leiche blickte. Ein drittes hatte den Mund weit geöffnet, während ein viertes sich von dem Anblick abwendete. Der Bildredakteur fand diese Aufnahme am besten. Er brachte sie auf der Titelseite. Dafür könnte eine Prämie rausspringen, sagte er. Doch Jeffers, immer noch erfüllt von Erregung, fand, dass seine wahre Prämie in der Dunkelkammer im Entwickler lag. Kaum hatte er den Ertrag dieses Tages vor Augen, schloss er sich ein, um ihn zu genießen. Er lächelte. Fast 20 Jahre danach bewahrte er diese Bilder immer noch auf. Er würde sich nie davon trennen. Er hörte Gelächter und drehte sich zu einer Gruppe Studenten um, die in seiner Nähe saß. Sie foppten einen von ihnen, der es sich gutmütig gefallen ließ. Jeffers konnte nur ein paar Gesprächsfetzen aufschnappen, doch es ging offenbar um ein Referat, das der Student eingereicht hatte. Ein unbedeutendes Ereignis aus dem Semesteralltag. Jeffers sah auf Plan und Vorlesungsverzeichnis und entschied, dass es Zeit war zu Beginn. Er eilte über den Campus. Es war beinahe ein Uhr mittags und er wollte noch rechtzeitig einen Platz in soziales Bewusstsein in der Literatur des 19. Jahrhunderts ergattern. Er nahm die wenigen Stufen zum Vorlesungsgebäude mit zwei Schritten, schob die Sonnenbrille ins Haar hinauf, als er die abgedunkelte Eingangshalle betrat und schritt zielstrebig zum Vorlesungssaal 101, getragen von einem unablässigen Strom von Studenten, die allein oder in Grüppchen in den Saal hineingingen. Der Raum füllte sich rasch. Er fand einen Platz im Mittelgang, recht weit hinten. Er lächelte die junge Frau auf dem Nachbarstuhl an. Sie lächelte zurück, ohne ihr Gespräch mit einem Jungen neben sich zu unterbrechen. Er ließ den Blick schweifen. Es gab Dutzende von Unterhaltungen wie diejenige direkt neben ihm, gerade genug Lärm, um die Stille des Saals aufzulockern. Zu seiner Rechten entdeckte er einen Studenten, der Zeitung las, ein anderer blätterte durch ein Taschenbuch. Wieder andere legten Notizblöcke vor sich bereit. Er folgte ihrem Beispiel und versuchte gleichzeitig aus dem Verhalten der Studenten etwas herauszulesen. Eine unauffällige Bewegung, die ihm verriet, ob es sich bei dieser Person um einen geeigneten Kandidaten für ihn handelte. Er machte ein Mädchen aus, das allein auf der anderen Seite des Ganges saß, mehrere Sitzreihen vor ihm. Sie las Ambrose Beers, den Kopf gebeugt über die Kurzgeschichtensammlung in the midst of life. Jeffers markte, wie seine Augenbrauen sich hoben. Was für eine außergewöhnliche Kombination, dachte er. Der Autor, der womöglich seine Seele verkauft hat und ein 19-jähriges Mädchen. Das ist interessant. Er nahm sich vor, es während des Seminars zu beobachten. Wenige Stühle entfernt saß eine weitere junge Frau. Sie skizzierte gelangweilt etwas auf einem Block. Jeffers konnte die geschickt gezeichneten Formen ausmachen, die sich ihrem Bleistift entwandten. Für einen Moment dachte er, erregt darüber nach, welche faszinierenden Möglichkeiten eine Zeichnerin bieten würde. Er fragte sich, ob sie auch mit Worten skizzieren konnte. Er dachte, jemand, der die Realität mit Kunst wieder erschafft. Vielleicht eine gute Wahl. Er beschloss, sie ebenfalls im Auge zu behalten. Eine Minute nach eins betrat der Professor den Raum. Jeffers Blick verfinsterte sich. Der Mann war Mitte dreißig, genau wie er, und wortgewandt. Er begann den Unterricht mit einem Witz über David Copperfields Erzählungen von seiner eigenen Geburt, als ob das eine Schrulle von Dickens gewesen wäre, eine Art altertümlicher Dummheit. Jeffers spürte den Drang, aufzuspringen und zu schreien. Stattdessen verharrte er auf seinem Platz und suchte das Auditorium ab nach jemandem, der auch nicht über das Bonmot des Dozenten lachen konnte. Eine Studentin erregte seine Aufmerksamkeit. Sie saß nicht weit von ihm zu seiner Linken. Sie hob ihre Hand. Ja, Miss, äh, Hampton, sagte die junge Frau. Miss Hampton, Sie haben eine Frage? Wollten Sie damit sagen, dass Dickens, weil er Fortsetzungsromane schrieb, seine Ideen und seinen Stil an die Veröffentlichungsform der Zeitung anpasste? Denken Sie nicht, dass Dickens es intuitiv verstand, die Themen so zu gestalten, wie er es wollte und dass er seine beachtlichen Fähigkeiten nutzte, um sie in handhabbare Abschnitte einzupassen? Jeffers fühlte, dass sein Herz bedächtig schlug. Sein Verstand war hochkonzentriert. Nun, Miss Hampton, wir wissen, dass die Form für Dickens wichtig war. Die Form wichtiger als der Inhalt, Sir? Jeffers notierte in Großbuchstaben Form über Inhalt und unterstrich die Worte. Miss Hampton, Sie missverstehen? Blödsinn, dachte Jeffers. Dickens, es ging natürlich um den politischen und sozialen Einfluss seines Werkes. Aber wir sehen heute auch, dass die Zwänge der Form ihn einschränkten. Haben Sie sich nie gefragt, wie seine Geschichten und Charaktere hätten sein können, wenn er nicht in die Rolle eines Zeitungsschreibers gedrängt gewesen wäre? Nein, Sir, das kann ich nicht von mir behaupten. Darum ging es mir, Miss Hampton. Und um nicht mehr, dachte Jeffers. Er sah, wie die junge Frau sich wieder über ihren Schreibblock beugte und rasch etwas notierte. Sie hatte dunkelblondes Haar, das ohne rechten Schnitt in ihr Gesicht fiel und etwas verbarg, worin Jeffers eine bemerkenswerte natürliche Schönheit erkannte. Er bemerkte, dass sie alleine saß, je ein freier Stuhl zu ihrer rechten und linken. Er spürte, wie sein Körper unkontrollierbar zuckte. Er holte tief Luft und atmete langsam aus. Noch einmal zog er eine große Menge Luft ein und ließ sie vorsichtig seinen Lungen entweichen, als wäre sie zerbrechlich. Verstohlen legte er die Hand auf seine Brust und sprach lautlos mit sich selbst. Bleib ruhig. Du hast nicht erwartet, deine Biografin gleich im ersten Seminar zu entdecken. Vorsicht. 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 Immer vorsichtig. Sie hat Potenzial. Warte. Beobachte sie. Er zwang sich selbst, den Blick auf die beiden anderen Frauen zu lenken, die ihm zuvor aufgefallen waren. In einem plötzlichen inneren Bild sah er sich selbst als kleine, dunkle, gewundene Kreatur. Wartend. Erwartend. aufgerollt in der Dunkelheit neben einem vereinzelten Felsen an einem vielgenutzten Weg. Er lächelte und dachte mit Behagen. Fortschritt. Drittes Kapitel. Boswell. Sonnenschein drang durch die Fenster der Bibliothek. Er fiel auf das Notizbuch, das Anne Hampton auf ihrem Tisch aufgeschlagen hatte, sodass die blaue Linierung am blendenden Licht schmolz. Sie starrte so lange auf die Worte, die sie zu Papier gebracht hatte, dass die Buchstaben verschwammen und schließlich die ganze Seite nur noch ein helles Viereck war. Es erinnerte sie an Schneefelder im Winter daheim in Colorado. Sie sah sich im Geiste am oberen Ende einer langen Piste, die von Skispuren noch unberührt in der Sonne glitzerte. Es war früh am Morgen. Die Sonne versprach keinerlei Wärme, nur ein kaltes Licht, das die weiße Fläche überflutete. Sie dachte daran, wie die schillernde Widerspiegelung in die Höhe zu wachsen schien und sich spürbar mit der eisigen Luft vereinte. Eine Welt ohne Konturen, Tiefe oder Höhe, ein einsames, gähnendes, weißes Loch. Es wartete nur darauf, dass sie ihr kurzes Zögern am Rande der Angst überwand und vorwärts stürzte, dass sie eine Fontäne Pulverschnee aufpflügte, die wie spitze Nadeln auf ihr niederging. Sie lachte auf. Als ihr schlagartig bewusst wurde, wo sie war, schlug sie in gespielter Verlegenheit die Hände vor den Mund, reckte sich auf ihrem Stuhl und blickte durchs Fenster über die quadratische Rasenfläche bis zu den Palmen hinunter, die unter ihren Augen leicht wogten. Die Palmen, dachte sie, finden selbst dort ein zartes Lüftchen, wo keines ist. Vom kleinsten Windhauch rascheln sie genüsslich mit ihren Wedeln, während sie selbst von der gnadenlosen Sommerhitze nicht die geringste Abkühlung fand. Sie wandte sich wieder den Büchern zu, die sie auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Die Literaturstudenten erkennt man schon von Weitem, dachte sie. Sie ordnete ihre Bücher in zwei Stapel. Konrad, Camus, Dostoevsky und Melville auf der einen und ihr Notizbuch, Dickens nebst Twain auf der anderen Seite. Dunkelheit und Licht, dachte sie. Sie schüttelte den Kopf. Sie las nicht einmal die Hälfte dieser Bücher und verstand letztlich auch nicht, weshalb es so wichtig sein sollte, sie in ihrem Rucksack mitzuschleppen. Dennoch packte sie jeden Tag alle zusammen mit ihren Referaten ein, als könne das schiere Gewicht großer Worte auf ihrem Rücken sie zu neuen Einsichten beflügeln. Sie fragte sich, ob ihr wohl ihr Unterbewusstsein für die Bücher, die sie gelesen hatte, eine Art Bewertungssystem für Literatur diktierte. Bücher, die sie etwa ein Monat nach der Lektüre immer noch mit sich herumtrug, mussten wahre Klassiker sein. Drei Wochen sprachen für nachhaltige Bedeutung. Die zweiwöchigen überdauerten wohl nur wegen ihrer Thematik und nicht wegen ihrer künstlerischen Qualität. Eine Woche sagte etwas über eine große Figur in einem eher schwachen Buch. Unter einer Woche? Anwärter bestenfalls. Manchmal fragte sie sich, ob Bücher lebendig waren, ob die Charaktere, Schauplätze und Handlungsstränge sich nicht neu arrangierten, sobald man den Deckel zuklappte und nach einigem hin und her und für und wieder ihre alte Stellung bezogen, sobald man sie das nächste Mal aufschlug. Das wäre nur angemessen. Sie betrachtete Camus, der zu oberst auf ihrem dunklen Stapel lag. Vielleicht ruht sich Sisyphus im geschlossenen Zustand aus. Er setzt sich hin und atmet einmal durch, lehnt sich erschöpft an den Felsen und fragt sich, ob der Stein das nächste Mal auf dem Gipfel kurz ruckelt und dann liegen bleibt. Doch sobald er merkt, dass die Seiten aufgeschlagen werden, rappelt er sich auf, legt die Schulter unter den Brocken, spannt unter der kühlen Berührung die Muskeln, nimmt alle Kraft zusammen und schiebt, so fest er kann. Es juckte ihr in den Fingern, das Buch zu packen und ganz schnell aufzuschlagen, um zu sehen, ob sie Sisyphus beim Entspannen erwischte. Sie schmunzelte. Sie sah auf und für einen Moment traf sich ihr Blick mit dem eines Mannes auf der anderen Seite des Saals. Er hatte gelesen. Sie konnte den Titel nicht erkennen. Er lächelte. Sie lächelte zurück. Ein junger Dozent vermutete sie. Eine Weile schaute sie aus dem Fenster, dann wanderte ihr Blick zurück zu dem Mann. Er hatte sich in seine Lektüre vertieft. Sie sah auf ihre Bücher. Sie betrachtete ihre Notizen. Sie schaute noch einmal aus dem Fenster. Sie linste zu dem Mann hinüber, doch der war verschwunden. Sie musste an die Klage ihrer Mutter denken. Aber in Florida kennst du keine Menschenseele. Und ihre Antwort. Brauche ich auch nicht. Aber du wirst uns fehlen und Florida ist so weit weg. Ihr werdet mir genauso fehlen, aber ich brauche ein bisschen Abstand. Aber da ist es immer heiß, Mutter. Schon gut, wenn du es unbedingt willst. Ja, es ist genau das, was ich will. Es war gar nicht immer heiß, musste sie denken. In diesem Punkt hatte sich ihre Mutter geirrt. Im Winter gab es unweigerlich Kälteeinbrüche. Irgendeine eigensinnige Luftmasse aus Kanada, die Massachusetts aus den Augen verloren hatte, über der Landesmitte ins Trudeln geraten war und am südlichen Zipfel eine Bauchlandung machte. Dann war es unangenehm kalt. Ohne die atemberaubende Schönheit und Stille der Berge von Colorado. Es war einfach nur kalt. Man ballte die Finger zur Faust und die eisigen Temperaturen nisteten sich in den kaum isolierten Häusern ein. Man zog Pullover und Mantel an und blickte in einen Himmel, der normalerweise nur von Strand und Sonne kündete. Schon komisch, dass sie an einem Januartag in Tallahassee schon weitaus mehr gefroren hatte als jemals zu Hause. Sie sah in den Lichtstrahl, der auf ihren Tisch fiel. Zum Glück herrscht Sommerhitze, dachte sie. In diesem Moment kam ihr der seltsame Gedanke, dass sie in den letzten dreieinhalb Jahren trotz der Wärme, die schnelle Kontakte begünstigte, keine engen Freundschaften geschlossen hatte. Pizzafreunde, dachte sie. Strandfreunde. Was hast du für eine Note, Freunde? Hast du die zusätzliche Hausaufgabe gemacht, Freunde? Gehst du mit mir ins Bett, Freunde? Aber auch von dieser Sorte nicht allzu viele, gestand sie sich lachend ein. Allerdings nicht aus Mangel an Bewerbern. Sie zog ihren Block heran und kritzelte auf den Rand. Mach dir nichts vor, du bist ein kalter Fisch. Das gefiel ihr. Kalter Fisch und Camus passten gut zusammen. Sie machte es sich wieder auf dem Stuhl bequem und las. Der Abend dämmerte, als Anne Hampton die Bibliothek verließ und sich langsam auf den Heimweg quer über den Campus machte. Im Westen hatte die untergehende Sonne den Himmel in ein unglaubliches Purpurrot getaucht, in dem auch die majestätischen Wolkenformationen über dem Golf von Mexiko glühten. Sie liebte es, um diese Zeit unterwegs zu sein. Das restliche Tageslicht hielt sich zäh und verlieh den Formen und Gestalten ein letztes Mal Kontur, bevor es sich in die Übermacht der Dunkelheit fügte. Sterbenszeit, dachte sie. Sie erinnerte sich daran, wie sich die letzten Splitter Sonnenlicht im Atemregler des Tauchers gespiegelt hatten, als er wieder im Loch in dem vereisten Teich ihres Großvaters erschien, die Gestalt ihres Bruders in den Armen. Von der leuchtenden Aluminiumvorrichtung dieser seltsamen Wasserkreatur war das Licht schimmernd auf die Züge des kleinen Jungen gefallen. Dann hatte sie ihn nicht mehr sehen können. Tommy war augenblicklich von Feuerwehrleuten und Rettungshelfern umringt gewesen und das Einzige, was sie noch zu sehen bekam, war eine dunkle Masse, die hastig den Hang hinauf zu einem pulsierenden Rotlicht gefahren wurde. Sie entdeckte seine Schlittschuhe mit den zerschnittenen Schnürsenkeln, löste sich aus der verzweifelten Umarmung ihres Großvaters und holte sie. Natürlich, dachte sie, während sie weiterging, ist er nicht da gestorben. Erst zwei Stunden später war er innerhalb des Piepens und Summens moderner medizinischer Geräte im klinischen Sinne tot. Die Intensivstation des Krankenhauses war ein Wunder an Licht. Wohin ihr Blick auch fiel, fand sie immer neue Lampen, die in jeden Winkel leuchteten. Es war, als könnte man den Tod abwehren, indem man keine Dunkelheit zuließ. Sie hatte das Krankenblatt eines Arztes entdeckt. Darauf war ein Feld für den Zeitpunkt des Todeseintritts und die Schwester hatte 18.42 Uhr geschrieben. Ihrer Meinung nach war das nicht korrekt. Wann starb Tommy tatsächlich? Er war schon tot, als ich hörte, wie sich unter meinen Füßen im Eis diese kleinen Spinnweben ausbreiteten. Er starb, als ich ihn rief und er mir in der Verwirrung und dem allzu großen Vertrauen eines kleinen Jungen entgegenwinkte. Er starb, als er ins Wasser tauchte. Sie wusste noch, wie undramatisch es ausgesehen hatte. Eben noch glitt er mit ausholenden Armbewegungen voran und im nächsten Moment gähnte unter ihm dieses schwarze Loch, das ihn verschluckte. Sein Kopf tauchte nicht noch einmal auf. Sie erinnerte sich an das Brennen und die Taubheit in den Füßen, als sie die eigenen Schlittschuhe ausgezogen hatte und zum Haus ihres Großvaters rannte. Jeder Schritt im tiefen, tückischen Schnee war ihr kälter und mühsamer vorgekommen. Ein halbes Dutzend Mal war sie schluchzend hingefallen. Ich war noch ein kleines Mädchen, dachte sie. Und da war er schon tot. Eine warme Brise erfasste ihre Bluse und sie strich sich mit der Hand durchs Haar. Die Sonne war schon fast untergegangen. Mit dem Licht wich auch die Zielstrebigkeit und Energie und sie fühlte sich von der abendlichen Hitze abgeschlagen. Kein dünnes Eis in Florida, dachte sie. Niemals. Quer über den Campus kam sie an Trauben von Studenten vorbei, die zum Essen, zu Partys oder zum Lernen verabredet waren und bog in die Raymond Street in Richtung ihrer Wohnung ein. Sie dachte an so profane Dinge wie ihren Vorrat an Joghurt, Cottage-Cheese sowie Obst in ihrem Kühlschrank und überlegte, ob sie sich ein Cheeseburger gönnen sollte, verwarf den Gedanken aber. Iss Nüsse und Beeren, mahnte sie sich im Spaß. Sie dachte an ihre Eltern, die beide zur Leibesfülle neigten. Sie hasste die Berge an Kartoffelbrei und Steaks, die sie bei ihren seltenen Besuchen auffuhren. Die müssen mich für Appetit loshalten. Bin ich aber nicht. Ich bin nur wählerisch. Als sie unter den Quecksilberdampflampen Ecke Raymond und Bond Street weiterlief, staunte sie wie jedes Mal über das fluoreszierende Violett, in das ihre Haut und Kleider getaucht wurden. Für einen Augenblick sah sie sich als den Star in einem Horrorstreifen der 50er Jahre. Nachdem sie zufällig einer Überdosisstrahlung ausgesetzt war, würde sie sich jetzt in … ja, was … verwandeln? Das unglaubliche Mauerblümchen? Die fantastische Streberin? Die phänomenale Superstudentin? Plötzlich drang kreischendes Gelächter aus einem offenen Fenster, in das sich die rhythmischen Akkorde einer voll aufgedrehten Stereoanlage mischten. Das Sommersemester, dachte sie, wird am wenigsten ernst genommen. Ihr war es das liebste Semester. Vielleicht, weil sie dann die anderen Studenten, die sich die eine oder andere nicht bestandene Prüfung leisteten, deutlich überragte. Sie lief weiter und summte eine Melodie, die sie aus der dröhnenden Musik aufgeschnappt hatte vor sich hin, bis sie in die Francis Street einbog. Sie war nur zwei Häuserblocks von ihrer Wohnung entfernt und sah den Mann erst, als sie buchstäblich über ihn stolperte. »Entschuldigen Sie«, sagte er. »Können Sie mir helfen? Ich glaube, ich habe mich verfahren.« Sie zuckte zusammen. Der Mann stand im Schatten neben der geöffneten Autotür. »Habe ich Sie erschreckt?«, fragte er. »Nein, nein, überhaupt nicht. Falls doch, tut es mir leid.« »Nein, keine Sorge, ich war nur in Gedanken.« »Sie waren in Gedanken?« »Ja.« »Ach, das kenne ich«, seufzte er und kam auf sie zu. »Sie müssen an irgendetwas denken, und das erinnert sie wieder an etwas anderes. Und bevor sie sich versehen, sind sie vollkommen abwesend. Ich wollte sie nicht stören.« »Die Realität«, meinte sie, »stört immer.« Er lachte. Im schwachen Licht, das eine Lampe ein paar Häuser weiter spendete, schaute sie ihn sich genauer an. »Habe ich Sie heute nicht schon mal gesehen? In der Bibliothek?«, fragte sie ihn. Er lächelte. »Ja, ich war da, überfällige Lektüre.« Sie sah, wie er ihr Gesicht eingehend musterte. »Und Sie sind das Mädchen, Entschuldigung, die Frau mit den vielen Büchern? Ich dachte, wenn Sie die alle lesen müssen, kommen Sie nie da raus.« Sie lächelte. »Ein paar, nicht alle. Einige habe ich schon gelesen.« »Sie müssen Anglistik am Hauptfach studieren.« »Getroffen!« »Eigentlich nicht schwer zu raten.« »Nein, wahrscheinlich nicht«, pflichtete sie bei. »Komisch. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen.« »Sehen Sie«, frotzelte er. »Guter Riecher.« Sie lächelte ihn an und er grinste. Einen Augenblick herrschte Schweigen. Der Mann sah gut aus. Er war groß, gut gebaut, ein bisschen ungepflegt vielleicht. »Liegt wohl nur an dem Baumwolljackett,« dachte sie. »Damit wirkt jeder ein wenig angeknittert.« »Sind Sie Professor?« »Sowas in der Art,« antwortete der Mann. »Aber nicht von hier.« »Nein, bin zum ersten Mal hier. Und wie es aussieht, kann ich die Garden Street nicht finden. Ich habe überall gesucht.« Der Mann drehte sich um, zeigte zuerst in die eine Richtung und schaute dann in die andere. Ein Moment hatte sie das Gefühl, er suchte die Straße nach etwas ab, bevor er sich wieder zu ihr umwandte. »Die Garden Street ist wirklich nicht schwer zu finden,« sagte sie. »Zwei Straßen weiter. An der Ecke links, dann die zweite rechts. Die kreuzt ein paar Straßen weiter die Garden Street. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber es ist nicht mehr weit. Ich habe eine kleine Karte, keine besonders gute. Würden Sie mir vielleicht zeigen, wo genau ich stehe?« Er lächelte. »An sich ist das eine philosophische Frage, aber diesmal reicht mir eine topografische Auskunft.« Sie lachte. »Sicher,« antwortete sie. Sie trat neben ihn, während er die Karte auf dem Autodach ausbreitete. Er griff in die Tasche, vermutlich um einen Stift herauszuholen, und sagte mehr zu sich selbst. »Also, ich schätze, ich bin hier.« Und dann ... »Verdammt! Nicht bewegen!« »Was ist?« »Mir ist mein Zimmerschlüssel runtergefallen.« Er bückte sich. »Muss hier irgendwo sein.« Sie wollte ebenfalls in die Hocke gehen, um ihm suchen zu helfen, doch er winkte ab. »Sie zeigen mir am besten, wo ich bin.« Sie trat ans Auto und warf einen Blick auf die Karte. Einen Moment war sie verwirrt. Das war nicht Tallahassee, sondern Trenton in New Jersey. »Das ist die falsche Karte.« Weiter kam sie nicht. Eine Sekunde lang blickte sie nach unten und erkannte, dass der Mann einen kleinen, rechtwinkligen Gegenstand in der Hand hielt. »Gute Nacht, Miss Hampton«, sagte er. Bevor sie flüchten konnte, packte er ihr Bein und stieß ihr das Ding in den Oberschenkel. Sie hörte ein Knacken. Ein unglaublicher Schmerz durchfuhr ihren ganzen Körper. Es fühlte sich an, als hätte jemand in sie hineingegriffen, ihr Herz gepackt und brutal verdreht. »Woher weiß er, wie ich heiße?«, fragte sie sich. Dann merkte sie, wie sich ihre Augen verdrehten und es dunkel um sie wurde. Das Knacken verstummte und sie dachte, das Eis ist eingebrochen. Dann tauchte sie in das Dunkel ein. Als sie erwachte, war ihr erster Gedanke, dass sie sich den Tod anders vorgestellt hatte. Während sie langsam zu sich kam, wurde ihr klar, dass sie lebte. Dann spürte sie die Schmerzen. Es fühlte sich an, als hätte man jeden Knochen und jeden Muskel in ihrem Körper bis zum Anschlag gestreckt und dann geschlagen oder verrenkt. Ihr Schädel pochte, und an der Stelle, an der sie der Schlag getroffen hatte, brannte ihr Schenkel. Sie stöhnte vorsichtig und versuchte, trotz der Schmerzen die Augen zu öffnen. Sie hörte seine Stimme aus der Nähe, doch irgendwie körperlos. Versuch nicht, dich zu bewegen, dich frei zu winden. Versuch einfach, dich zu entspannen. Sie stöhnte wieder. Blinzelnd öffnete sie die Augen und ermahnte sich, nicht in Panik zu geraten, obwohl die Angst schnell die Oberhand über die Schmerzen gewann und vollkommen Besitz von ihr ergriff. Sie schnappte nach Luft und hyperventilierte. Wieder hörte sie die Stimme. Versuch, ruhig zu bleiben. Ich weiß, das klingt schwer, aber versuch es. Es ist wichtig. Sieh die Sache mal so. Wenn du ruhig bleibst, verlängerst du dein Leben. Wenn du dagegen in Panik gerätst. Ich weiß, du bist kurz vor der Hysterie. Also, das würde die Sache für uns beide nur erschweren. Hol tief Luft und verliere nicht die Fassung. Sie tat, was er sagte. Sie schlug die Augen auf und versuchte, ihre Situation einzuschätzen. Das Zimmer war größtenteils dunkel. Es brannte nur eine schwache Lampe in einer Ecke. Sie konnte den Mann nicht sehen, doch sie hörte seinen Atem. Langsam wurde ihr bewusst, dass sie sich nicht rühren konnte. Sie lag auf einem Bett auf dem Rücken, die Hände mit Stricken zusammengebunden und am Kopfende verknotet, die Füße am anderen Ende festgezurrt. Die Fesseln boten ein wenig Bewegungsspielraum. Sie veränderte ihre Lage, so gut es ging, und versuchte zu sehen, wo sie war. Ah, Neugier. Gut, das zeigt, dass du deinen Kopf gebrauchst. Sie wurde schlagartig von zwei Emotionen überwältigt, die unmittelbar aufeinander folgten. Zuerst empfand sie den Sog einer tiefen Verzweiflung über ihr Ausgeliefertsein, und sie schluchzte einmal auf. Es war, als fiele sie aus großer Höhe und stürzte immer rasanter ins Bodenlose. So schnell wie das Gefühl gekommen war, wich es der Wut. Ich werde leben, dachte sie. Ich werde nicht sterben. Als sie von diesem Gedanken ganz durchdrungen war, meldete sich die kalte, teilnahmslose Stimme des Mannes. Es gibt viele Arten von Schmerzen auf der Welt. Ich bin mit den meisten vertraut. Fordere mich nicht heraus, mein Wissen anzuwenden. Sie konnte das Schluchzen nicht unterdrücken. Sie merkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen, während sie sich fragte, was als nächstes passieren würde. Doch es gelang ihr, den Gedanken nicht weiter zu verfolgen. Nichts Gutes, sagte sie sich, doch das klang in ihren Ohren wie die Worte eines anderen, eines hilflosen Kindes. Bitte, bitte lassen Sie mich gehen. Ich tue, was Sie wollen, lassen Sie mich einfach nur gehen. Es herrschte Schweigen. Sie wusste, dass er ihre Bitte nicht in Erwägung zog. Bitte, versuchte sie es noch einmal. Sie hörte ihre eigene Stimme und wusste, wie nutzlos es war. Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen, flehte sie. Im Kopf ging sie die Möglichkeiten durch, doch sie weigerte sich, ihre Befürchtungen in Worte zu fassen. Sie hörte, wie der Mann langsam ausatmete. Es war ein schreckliches Geräusch. Du bist Studentin, sagte er. Du wirst lernen müssen. Für einen Moment hatte sie das Gefühl, ihr Herz bliebe stehen. Zum ersten Mal konnte sie am Rand ihres Gesichtsfeldes einen Blick auf den Mann erhaschen. Sie regte den Hals, um ihn zu sehen. Er hatte sich umgezogen und trug statt des Baumwolljackets und der Kagi-Hose, jetzt dunkle Jeans und ein schwarzes Sporthemd. Das irritierte sie, und sie musste zweimal hinschauen, um sicher zu sein, dass es sich um denselben Mann handelte. Auch sein Gesicht schien verändert. Das lässige, offene Grinsen war verschwunden. Seine Züge wirkten hart und kantig. Als sein ungerührter Blick sie traf, hatte sie das Gefühl, ohnmächtig in die Höhe gerissen zu werden. Sie schluckte schwer. Wehr dich nicht dagegen, empfahl ihr. Sie schwieg. Wenn du dich wehrst, ziehst du die Dinge nur in die Länge. Es ist klüger, wenn du dich meinen Plänen fügst. Bitte, wiederholte sie. Tun Sie mir nicht weh. Sie hörte sich selbst reden. Die Worte brachen ungebeten, flehentlich und hilflos aus ihr heraus. Ich mache alles, was sie wollen. Selbstverständlich tust du das. Er ließ die Augen nicht von ihr. Die absolute Gewissheit in seinem Ton traf sie wie ein Schlag. Was immer ich will. Wieder verstummte er. Aber das ist eine angelahnte Reaktion. Konditioniert. Und die Lektion hat gerade erst begonnen. Er hielt die kleine rechtwinklige Vorrichtung so hoch, dass sie sie sehen konnte. Sie zuckte unwillkürlich und versuchte zurückzuweichen. Er drückte auf einen Knopf an der Seite des Geräts und sie sah, wie ein elektrischer Strom von einem Pol zum anderen sprang. Damit hast du schon Bekanntschaft gemacht, erklärte er. Plötzlich drangen ihr die Schmerzen im ganzen Körper ins Bewusstsein. Ihr entwich ein halbstöhnender, halbseufzender Laut. Wusstest du, dass man so eine Betäubungspistole in Georgia, Alabama, Missouri, Montana und New Mexiko und einem halben Dutzend anderer Bundesstaaten ohne Waffenschein kaufen kann? Man bekommt sie auch über den Versand. Aber das ist leichter zurückzuverfolgen. Also, welche Verwendung hat man wohl für so ein Ding? Er fügte hinzu, außer Schmerzen zuzufügen. Sie merkte, wie ihre Unterlippe zitterte und das Beben in ihrer Stimme war neu. »Bitte, ich tue alles, bitte!« Er legte das Gerät weg. »Es wäre kaum fair«, meinte er, »es noch einmal einzusetzen, nachdem du es schon zu spüren bekommen hast.« Sie war an Iris heranhielt, schnappte sie nach Luft. »Aber stell dir eines vor«, zischte er. »Als ich dich vorhin damit außer Gefecht gesetzt habe, war es auf die niedrigste Stufe eingestellt. Wie würde es sich wohl anfühlen, wenn ich es hochdrehe? Stell dir die Schmerzen vor. Hat es sich so angefühlt, als ob jemand nach deiner Seele greifen und sie aus deinem Leib ziehen würde? Denk mal drüber nach.« Die Vision schwarzer Höllenqualen erfasste sie in einer einzigen Woge. Sie hörte die Antwort des kleinen Mädchens. »Ja, ja, ja«, rief sie. »Bitte, Gott!« »Nicht beten«, wies er sie schroff zurecht. »Nein, nein, tue ich nicht. Was immer Sie sagen, bitte!« »Nicht betteln!« »Ja, ja, natürlich, ja!« »Denk einfach nur drüber nach.« »Ja, ja, ja!« Sie nickte beflissen. »Gut. Aber denk dran. Es ist nie weit weg.« »Ich denk dran. Ganz bestimmt.« Plötzlich wechselte sein Ton. Er klang tröstlich. »Hast du Durst?« Ihr wurde bewusst, dass ihre Kehle ausgetrocknet war. Sie nickte. Er verschwand aus ihrem Blickfeld. Sie hörte, wie ein Wasserhahn lief. Dann kehrte er mit einem feuchten Handtuch zurück. Er begann ihr damit, über die Lippen zu streicheln. Sie sog daran. »Ist es nicht faszinierend, dass uns etwas so schlichtes wie ein in Wasser getränktes Handtuch so viel Erleichterung verschaffen kann?« Sie nickte. »Aber derselbe Gegenstand, der uns Erleichterung verschafft, kann zugleich die größte Angst einflößen.« Während er das sagte, drückte er ihr das Handtuch plötzlich auf Mund und Nase. Sie wirkte, versuchte, nach Luft zu schnappen und zu schreien, blieb aber unter dem nassen Handtuch stumm. »Oh mein Gott«, dachte sie. »Ich sterbe. Ich kann nicht atmen.« Sie merkte, dass sie langsam erstickte, und plötzlich sah sie ihren Bruder vor sich, wie er sie über das Eis hinweg zu sich winkte. Es fühlte sich an, als würde ihr die Lunge aus der Brust gerissen. Sie verdrehte die Augen und zuckte unter den Fesseln, während sich in ihrem Kopf die Panik wie ein riesiges schwarzes Tuch ausbreitete. Dann ließ er los. Sie rang nach Luft und pumpte verzweifelt die Lungen voll. Und jetzt wieder Erleichterung. Er benutzte das Handtuch, um ihr die Stirn zu befeuchten. Sie schluchzte. »Was haben Sie mit mir vor?« »Wenn ich dir das verraten würde, wäre nichts Geheimnisvolles mehr daran. Ihr ganzer Körper wurde geschüttelt, und sie schluchzte hemmungslos.« »Wieso?« Er ignorierte sie und ließ sie eine Weile weinen. Die Tränen versiegten, und sie sah ihn an. »Noch mehr Fragen?« »Ja. Nein, ich kann nicht...« »Schon gut«, beruhigte er sie sanft. »Ich habe damit gerechnet, dass du neugierig bist.« Er dachte einen Moment nach. Die Zeit schien unterdessen stillzustehen. Hast du je in der Zeitung einen Artikel über ein Verbrechen gelesen, aus dem nicht richtig klar wurde, was nun wem zugestoßen ist? Es bleibt deiner Fantasie überlassen, die Euphemismen und Analogien zu sondieren, um zu begreifen, was tatsächlich vorgefallen ist. Kennst du das? »Ja, nein, ich glaube schon. Bitte, was immer Sie wollen.« Er sah sie verärgert an. »Also genau das ist dir passiert. Du bist in einen von diesen Zeitungsartikeln hineingeraten. Du bist eine Nachricht.« Er lachte. »Nur, dass sie noch nicht ganz vollständig ist. Wir müssen auch noch eine passende Schlagzeile finden. Verstehst du das? Verstehst du, was ich sage?« Sie schüttelte den Kopf. »Es bedeutet, dass du eine Chance hast, am Leben zu bleiben.« Sie schluchzte. Sie wusste nicht, ob sie dankbar sein sollte. In dem Moment schlug er sie fest auf den Mund und das Zimmer drehte sich um sie. Sie kämpfte gegen die Bewusstlosigkeit an. Sie schmeckte Blut am Gaumen und ein Zahn schien zu wackeln. »Aber es bedeutet auch, dass es genauso gut anders kommen kann. Merkt ihr das?« Er wartete einen Moment und forschte in ihrem Gesicht nach der Wirkung seiner Worte. Sie wusste, dass sie die Angst nicht verbergen konnte. Ihre Lippe zitterte. »Ich mag das nicht«, stellte er in sachlichem Ton fest. Dann schlug er sie erneut. Seine Hand fuhr wie in Zeitlupe auf ihr Gesicht zu. Sie war erstaunt, dass sie den Schmerz spürte. Sie entspannte sich und fragte sich zugleich, wie sie dazu fähig war. Und diesmal überließ sie sich der Qual und fiel in Ohnmacht. Als sie aus der Bewusstlosigkeit erwachte, war sie auf der Hut und biss die Zähne zusammen, um kein Laut von sich zu geben. Sie fühlte, wie geschwollen ihre Lippe war und schmeckte getrocknetes Blut. Sie war immer noch gefesselt und die Schmerzen in ihren Gelenken und Muskeln kehrten zurück. Zwar weniger heftig, doch mit einer pochenden Nachhaltigkeit, die sie fürchtete. Sie konnte den Mann nicht hören, doch sie wusste, dass er nicht weit war. Sie atmete langsam ein und kämpfte gegen die Schmerzen an, während sie sich zwang, ihre Umgebung abzuschätzen. Ohne den Kopf zu bewegen, ließ sie den Blick über die Decke schweifen. Dort hing eine einzige nackte Birne. Doch die war aus. Sie ahnte, dass sie in einem kleinen Zimmer lag, und sie tippte auf ein kleines Apartment oder Zimmer in einem Hotel. Wenn sie den Kopf ein wenig nach links und rechts bewegte, konnte sie ein paar billige Möbel und ein Fenster mit heruntergezogener Jalousie erkennen. Etwas außerhalb ihres Gesichtskreises schien ein kleiner Flur zu sein, und sie vermutete, dass dort der Eingang lag. Sie konnte nicht sehen, woher das schwache Licht im Zimmer kam, ging jedoch davon aus, dass nebenan ein Badezimmer war, in dem er die Lampe angelassen hatte. Sie wusste nicht, wie spät es war oder wie lange ihre Ohnmacht gedauert hatte. Mit Entsetzen stellte sie fest, dass sie sich weder an das Datum noch an den Wochentag erinnerte, und sie versuchte, es sich ins Gedächtnis zu rufen. »Ich habe an einem Dienstag in der Bibliothek gesessen. Es ist Juli. Es ist Ende Juli. Die letzte Woche. Das Semester dauert nur noch drei Wochen. Oder vier?« Sie biss sich auf die Lippe und merkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. »Erinnere dich«, schrie sie sich innerlich an. Sie spürte, wie ihre Gedanken verzweifelt rasten, weil sie nicht sagen konnte, welcher Tag es war. »Wie lange bin ich schon hier?«, fragte sie sich weinend. Und als ob er ihren Gedanken gehört hätte, antwortete der Mann, »Von jetzt ab bestimme ich über die Zeit.« In seiner Stimme lag eine dunkle Endgültigkeit, und sie konnte die Tränen nicht zurückhalten. Zuerst kam ihr ein Schluchzer über die Lippen, dann ein zweiter, bis sich ihr ganzer Körper vor Verzweiflung schüttelte. Er ließ sie gewähren. Sie wusste nicht, wie lange sie geweint hatte, ob Minuten oder Stunden. Als sie ruhiger wurde, hörte sie einen Seufzer, und er sagte, »Gut, jetzt können wir weitermachen.« Reflexartig straffte sie den Körper. Sie hörte, wie es in einer Tasche, in der er wühlte, klirrte. »Was haben Sie vor?«, fragte sie. Augenblicklich war er neben ihr und flüsterte ihr Böse zu. »Keine Fragen.« Er schlug sie. »Keine Fragen.« Er schlug sie wieder. »Keine Fragen!« Er schlug sie ein drittes Mal. Es ging so schnell, dass sie Schmerz und Verblüffung nicht unterscheiden konnte. »Nein, nein, nein, tut mir leid!«, stammelte sie. Er sah sie an. »Irgendwelche Fragen?«, fragte er. Sie schüttelte hastig den Kopf. Er lachte. »Dachte ich mir.« Wieder stürzte ihr Herz im freien Fall in die Tiefe. Sie kämpfte gegen einen hysterischen Anfall an. Sie hörte ein Klicken und verdrehte den Kopf, um zu sehen, was es war. Zeitlich für einen Fototermin zurechtzumachen, meinte er. Er hielt eine OP-Schere hoch. Das stumpfe Metall fühlte sich kalt an. Sie zitterte bei dem Geräusch und stöhnte bei dem Gedanken, dass es nicht anders hatte kommen können. Gott, ich hab's gewusst. Er schnitt behutsam, doch unbeirrbar durch den Stoff ihrer Jeans. Zuerst trennte er ein Hosenbein vom Knöchel bis zur Taille auf, dann das andere. Sorgfältig faltete er die Kleidungsreste zusammen und legte ihre Beine frei. Sie zitterte, als sie merkte, wie er ihr unter das Kreuz fasste, um ihr Gesäß vom Bett zu heben. Nachdem er die zerschnittene Jeans entfernt und in eine Ecke geworfen hatte, ließ er sie wieder auf die Matratze herunter. Sie schloss die Augen und spürte, wie die Schere mit der gleichen schrecklichen Präzision ihre Bluse entlang glitt. Sie merkte, wie ihr BH entfernt wurde und fühlte den kalten Stahl an ihren Hüften, als er sich daran machte, den Slip aufzuschneiden. Wieder schluchzte sie. Eine Woge der Qual und der Scham und der Hilflosigkeit schlug über ihr zusammen. Was jetzt geschehen würde, schien ihr so dumpf, so offensichtlich und so unvermeidbar, dass es ihr kaum noch Angst bereitete. Tu es einfach. Bitte, damit ich es hinter mir habe. Sie wartete darauf, sein Gewicht auf ihrem Körper zu fühlen. Die Sekunden dehnten sich zu Minuten, und sie merkte, dass sie froh. Die Augen, immer noch festgeschlossen, fing sie an zu zittern. Sie hörte nichts weiter als seinen Atem in unmittelbarer näher. Ihr wurde bewusst, wie die Zeit verstrich. Ihr kam ein schrecklicher Gedanke. Mein Gott, wenn er nun nicht kann. Wenn seine Frustration… Sie befahl, sich den Gedanken fallen zu lassen, und öffnete langsam die Augen. Er saß einfach nur neben ihr. Als er sah, dass sie die Augen offen hatte, musterte er ihren Körper von oben bis unten. Du weißt natürlich, dass ich tun könnte, was ich will. Sie nickte. Spreiz die Beine. Sie gehorchte, soweit es die Fesseln erlaubten. Sie hörte das Sirren einer Kamera, und hinter ihren zugekniffenen Augen leuchtete es rot, als ein Blitz explodierte. Es gab noch eine Explosion. Und eine dritte. Langsam schlug sie die Augen auf. Gut, sagte er und steckte die Kamera wieder in eine Tasche. Nervös versuchte sie, die Beine wieder zu schließen. Werden sie mich… Fing sie an, doch ihre Worte gingen in einem weiteren Schlag ins Gesicht unter. Ich dachte, die Lektion hätten wir gelärmt. Herrschte er sie an. Er schlug sie wieder. Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, rief sie. Bitte nicht schlagen. Er sah sie nur an. Okay. Du kannst eine Frage stellen. Sie schluchzte. Raus damit! Werden sie… werden sie mich vergewaltigen? Er schwieg. Muss ich das? Erwiderte er schließlich. Er legte die Hand auf ihr Geschlecht. Sie fühlte, wie sich ihre Haut unter seinen Fingern zusammenzog. Dann schlug er sie erneut. Sie schnappte nach Luft. Ich hab dich was gefragt. Lass mich nicht warten. Oh Gott, nein, ja, ich weiß nicht, was immer Sie wollen, bitte. Gut. Er stand auf und ging ans Fußende des Bettes. Sie hob den Kopf, um ihn zu sehen. Er hielt etwas Kleines, Blitzendes hoch. Erkennst du, was das ist? Sie stöhnte. In ihrem Kopf wurde es dunkel. Ich war schon immer von der einfachen Rasierklinge fasziniert. Sie könnte deine Kehle so sauber durchtrennen, dass du es erst merken würdest, wenn dir das Blut in die Gurgel fließt. Voller Entsetzen riss sie die Augen auf. Er sah sie scharf an. Dann senkte er die Klinge langsam und glitt damit die dicke Haut an ihrem großen Zeh entlang. Bitte, setzte sie an, verstummte aber, als er sie wütend anfunkelte. Er trat an ihre Seite und berührte mit der Klinge ihre Hüfte. Sie spürte zwar nichts, sah jedoch, wie auf ihrer Haut eine dünne, wenige Zentimeter lange Blutlinie erschien. Betrachte mich als eine Rasierklinge, sagte er. Er trat neben ihren Oberkörper und glitt mit der Klinge ihren Oberarm entlang. Er war fast außerhalb ihres Gesichtsfeldes und sie konnte nur vage einen weiteren Blutstremen erkennen. Sie merkte, wie er schwindelig wurde, wie sich alles um sie drehte und sie versuchte, mit aller Macht bei Sinnen zu bleiben, zu schreien, irgendetwas zu tun. Plötzlich erschien er neben ihrem Gesicht und sie sah die Klinge in seinen Fingern. Er rammte ihr die Hand über Mund und Nase, während er zischte. »Soll ich dein Gesicht neu gestalten?« Sie verlor das Bewusstsein. Anne Hampton wachte langsam auf und dachte darüber nach, in Ruhe zu frühstücken. Und zwar richtig üppig, mit Eiern, Toast und Schinken zu einer Tasse Kaffee. Vielleicht noch etwas Süßes hinterher und dazu die gemächliche Lektüre der Zeitung. Etwas zu essen und schlechte Nachrichten, vermutete sie, würden ihr helfen, den grässlichen Traum abzuschütteln, der sie gequält hatte. Eine Horrorvision aus Rasierklingen und Wahnsinn. Im Halbschlaf versuchte sie, sich vom Bett zu rollen, als sie die Fesseln an Händen und Füßen spürte. Ein Moment lang war sie verwirrt und glaubte, sich diesen aufdringlichen Albtraum aus den Augen reiben zu können, um den vertrauten Alltag zu begrüßen. Dann wurde die Spannung an ihren Handgelenken und Knöcheln real und sie merkte, dass in Wahrheit die Gedanken an einen normalen Morgen das Traumgespinst waren. Als ihr das bewusst wurde, schluchzte sie auf. Dann dachte sie an ihr Gesicht. Unwillkühlig wollte sie sich mit der Hand an die Augen fassen, doch die Fesseln hielten sie zurück. Sie versuchte, ihre Hände zu sehen. »Ich muss es fühlen«, schrie sie innerlich. »Was hat er getan?« Eine unkontrollierbare Angst überflutete sie. »Bin ich noch der Mensch, der ich war?« Haltte es ihr durch den Kopf. Sie regte sich, um die Linie zu sehen, die er ihr mit der Klinge in den Oberarm geritzt hatte. Zu ihrem panischen Entsetzen konnte sie nichts fühlen, auch wenn sie sah, wo das Blut bräunlich verkrustet war. Keine Schmerzen. Überhaupt kein Gefühl. Mein Gesicht. Was hat er mit meinem Gesicht gemacht?« Sie versuchte, ihre Züge in Abschnitte einzuteilen. Sie verzog die Nase, und sie schien normal zu reagieren. Sie runzelte die Stirn und versuchte herauszufinden, ob ihre Muskeln irgendwo nicht reagierten, weil sie dort zerschnitten waren. Sie schob den Unterkiefer vor, sodass sich die Haut am Kinn und an der Unterlippe straffte. Sie war sich nicht sicher, denn ihre Unterlippe war nicht geschwollen. Sie zwang ihren Mund zu einem Lächeln und dann zu einem breiten Grinsen, sodass sich das Fleisch an ihren Wangen spannte und zusammenzog. Sie hielt die groteske Maske, während sie von innen heraus nach Veränderungen suchte, wie ein Blinder, der einen vertrauten Raum betritt und feststellt, dass jemand die Möbel verrückt hat, deren Position er sich so sorgsam eingeprägt hatte. Sie konnte nichts mit Sicherheit feststellen, und das machte ihr am meisten Angst. Sie schloss die Augen und betete stumm, dass sie nur dieses eine Mal, wenn sie sie wieder öffnete, ihr eigenes Zimmer mit ihren eigenen Sachen vorfand. Sie kniff die Lieder zusammen und versuchte, sich ihr Schlafzimmer vorzustellen. Sie dachte an die Fotos, die auf ihrer Kommode standen. Ihre Eltern, ihre Großeltern, ihr ertrunkener Bruder, der alte Hirtenhund ihrer Familie. Sie besaß ein antikes handgeschnitztes Schmuckkästchen, das in der Mitte zwischen den Bildern stand und in dem sie ihre Ohrstecker, Ringe und Halsketten aufbewahrte. Allesamt deutlich weniger wert als das Kästchen selbst. Sie versuchte, den Weihnachtsmorgen heraufzubeschwören, an dem sie es ausgepackt und ihre Eltern an sich gedrückt und geküsst hatte. Sie bemühte sich, die zarten, verschnorkelten Schnitzereien auf dem Deckel vor sich zu sehen und strich im Geist mit den Fingerspitzen darüber. Doch das alles schien so weit weg wie in einem Wunschtraum, und zum ersten Mal fragte sie sich, ob irgendetwas von dem, was vor wenigen Stunden noch real zu sein schien, tatsächlich existierte. Sie zitterte, doch nicht von der Kälte. »Wo ist er?« fragte sie sich. Sie konnte seinen Atem nicht hören, doch das hatte nicht viel zu besagen. Sie wusste, dass er in der Nähe war. Sie hob den Kopf, um in dem fahlen Licht ihre Umgebung auszumachen. Sie sah den Mann nicht, doch was sie erblickte, versetzte ihr einen Schock und stürzte sie in abgründige Verzweiflung. Sie rammte den Kopf ins Kissen zurück und brach in so heftiges Schluchzen aus, dass ihr ganzer Körper bebte. In diesem Moment fühlte sie sich zum ersten Mal zutiefst geschändet. Er hatte sie angezogen. Sie trug einen Slip, Hose, einen neuen BH und ein T-Shirt. Sie dachte, ich bin wie ein Kind. Und sie weinte hemmungslos. Erst nach mehreren Minuten wurde ihr bewusst, dass der Mann auf einem Stuhl unmittelbar hinter ihrem Kopf saß. Als die Tränen langsam versiegten, betupfte er ihre Lippen mit einem feuchten Waschlappen. Dann fing er an, behutsam ihr Gesicht zu waschen. Währenddessen bekam sie ihre Ängste allmählich unter Kontrolle. Sie konzentrierte sich auf die Empfindung des nassen Frottes auf der Haut und versuchte dabei festzustellen, ob sich irgendetwas taub anfühlte oder brannte und ihr zeigte, was er mit seiner Rasierklinge angerichtet hatte. Doch sie spürte nichts und atmete innerlich auf. Sie merkte, wie sich ihre Muskeln entspannten und kämpfte dagegen an, da sie jederzeit mit allem rechnen musste. Ihr wurde klar, dass ihr Körper nicht mehr ihrem Willen gehorchte, dass sie ihren Gliedern nicht mehr gebieten konnte, dass sie in der Angst und Anspannung der letzten Stunden einen Teil ihrer Selbstkontrolle aufgegeben hatte. In diesem Moment sprach er sie in sanftem Ton an. Sie hasste den Klang seiner Stimme, konnte sich der Wirkung aber dennoch nicht entziehen. Gut, sagte er. Entspann dich. Atme langsam ein und aus. Er verstummte. Schließ die Augen und finde deine innere Kraft. Das meint er nicht wirklich, dachte sie. In Wahrheit will er, dass ich sie verliere. Hör auf deinen eigenen Herzschlag, empfahle ihr. Du bist noch am Leben. Bis hierhin hast du es geschafft. Du machst Fortschritte. Ihr gingen hundert Fragen auf einmal durch den Kopf, doch sie biss sich auf die Lippen und schwieg. Sei einfach still. Sie merkte, dass ihr Atem ruhiger, ihr Herzschlag langsamer geworden war. Sie versteckte sich hinter den geschlossenen Augen, als sie spürte, dass er nicht mehr neben ihr war. Stattdessen hörte sie ihn ein paar Meter weiter irgendetwas tun. Ebenso schnell war er wieder bei ihr. So ist's gut, lass die Augen zu, meinte er fast säuselnd. Er streichelte ihr sanft über die Stirn. Glaubst du, dass ich dir wehtun würde? fragte er leise. Nein, erwiderte sie zögerlich. Ihre Augen blieben geschlossen. Aber du irrst dich, widersprach er im selben milden Ton. Als er zuschlug, schien hinter ihren geschlossenen Lidern Licht zu explodieren. Das Geräusch, mit dem seine Hand ihre Wange traf, war hart und entsetzlich, und sie schnappte in einer Mischung aus Schmerz und Verblüffung nach Luft. Sie riss die Augen auf und sah, wie er mit der erhobenen, flachen Hand zu einem weiteren Schlag ausholte. Der einzige Fixpunkt in einem Raum, in dem sich alles drehte. Sie kniff die Lider zu und versuchte, sich im Kissen unsichtbar zu machen. Nein, 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 bitte nicht noch mal, flehte sie. Und es war still. In der Dunkelheit hinter den geschlossenen Lidern herrschte heller Aufruhr. Zum ersten Mal konnte sie nur noch an die Schmerzen denken, die sie hasste, die sie fürchtete, von denen sie erlöst werden wollte. Nach einer Weile sagte er. Ich schulde dir noch einen Schlag. Denk dran. Sie hörte, wie er vom Bett zurücktrat und sich irgendwo im undurchdringlichen Dunkel des kleinen Zimmers zu schaffen machte. Sie verharrte hinter ihren Lidern und fühlte sich vollkommen alleingelassen, den fortwährenden Verletzungen vollständig ausgeliefert. Sie konnte nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ob sie wachte oder schlief. Die Grenzen zwischen Einbildung und Realität, zwischen Traum und angespannter Aufmerksamkeit waren verwischt. Ein Moment lang fragte sie sich, ob die Trennlinie zwischen Leben und Tod ebenso verschwamm. Der Gedanke machte ihr Angst und sie versuchte, sich selbst Mut zuzusprechen. Ich bin immer noch am Leben. Wäre es ihm darum gegangen, mich zu töten, hätte er es längst getan. Schon gleich zu Beginn. Er würde mich nicht am Leben lassen, mir weiter Schmerzen zufügen, nur um mich am Ende zu töten. Nein, er braucht mich. Und das bedeutet Leben. Doch ebenso schnell kehrte die Hoffnungslosigkeit zurück, und sie gestand sich ein, dass sie sich vielleicht irrte. Vielleicht brauchte er sie nur als das, was sie ihm bereits war. Ein gefesseltes Opfer. Vielleicht lief alles nur auf eine langsame Steigerung hinaus, und am Höhepunkt war sie … ja, was … entbehrlich? Sie versuchte, den Gedanken wegzuschieben und in einen der hintersten Winkel ihres Bewusstseins zu verbannen. Doch nachdem er sich erst einmal eingeschlichen hatte, drängte er sich immer weiter in den Vordergrund, bis er sie völlig gefangen nahm. Sie sah Szenen wie aus den Abendnachrichten vor sich. Eine Horde Kameraleute, ein Trupp Kripobeamte, eine Traube Schaulustiger, die sich alle um ihre nackte Leiche drängten. In ihrer Vision versuchte sie der Menge zuzuschreien, dass sie am Leben sei, dass sie noch atmen, weinen, denken konnte. Doch niemand schenkte ihr Beachtung. Für diese Leute war sie, so lautstark sie auch das Gegenteil beteuern mochte, tot. In diesem Zustand sah sie, wie man sie, starr vor Angst, auf eine Bahre legte, um sie ins Leichenschauhaus zu schaffen. Es war, als blieben ihre Rufe stumm. Der Mann trat in ihren Tagtraum, und sie sah, dass er einen Revolver in der Hand hielt. »Ich habe noch andere Waffen«, erklärte er in gleichgültigem Ton. Sie brauchte einen Moment, bis sie wusste, ob dies ein Trugbild oder Wirklichkeit war. Dann wurde ihr nach und nach das dämmerige Licht bewusst, die beigefarbenen Wände, die Fesseln, die sie hielten, und sie kehrte aus dem Zwischenreich in das Motelzimmer zurück. »Heb die Hüften«, wies er sie an. Sie tat, was er verlangte. Er legte die Waffe weg und zog ihr Hose und Slip herunter. »Eine Schusswaffe ist etwas äußerst Kaltes«, sagte er. Damit legte er ihr den Revolver auf den nackten Bauch. Sie fühlte das Gewicht des kühlen Metalls. Er ließ ihn einen Moment dort liegen. Dann nahm er die Pistole wieder in die Hand. Sie beobachtete ihn, wie er abwechselnd von ihr zu der Waffe blickte. »Wenn du deine Identität zerstören wolltest«, überlegte er, »würdest du dir dann nicht am ehesten in den Unterleib schießen?« Er deutete mit der Waffe zwischen ihre Beine. »Oh Gott, nein«, wimmerte sie. Sie hörte, wie er den Hahn mit einem Klicken spannte. Sie sah, wie er den Lauf nach unten richtete. Sie warf sich wild auf dem Bett hin und her und bäumte sich gegen die Fesseln auf, während der Mann langsam zielte. Sie winselte wie ein Tier, ohne den Blick für eine Sekunde von dem schwarzen, runden Loch des Revolvers abzuwenden. Es schien riesenhaft zu sein, groß genug, um sie ganz zu verschlingen. Ein letztes Mal zerrte sie an den Stricken, dann sagte sie auf das Bett zurück und gab sich geschlagen. Sie schloss die Augen nicht, sondern fixierte den Lauf der Waffe. Ein Moment lang glaubte sie zu sehen, wie die Kugel sich löste. Der Mann betrachtete sie von oben, zögerte eine Sekunde und drückte ab. Der Hahn schnellte mit einem Klicken herunter. Leer, sagte der Mann. Wieder drückte er ab. Es klickte auf einem weiteren leeren Zylinder. Als hätte ihr jemand auf den Rücken geschlagen, bekam sie plötzlich keine Luft mehr. Sie versuchte zu atmen. Er beobachtete sie aufmerksam. Dann zog er eine Handvoll Patronen aus der Tasche und schob bedächtig eine nach der anderen in die Trommel. Sie merkte, wie in ihr eine Woge der Übelkeit hochstieg. »Bitte«, flehte sie. »Ich muss mich übergeben.« Er war sofort neben ihrem Kopf. Die Waffe flog zur Seite und sie fühlte seine stützende Hand im Genick. Er hielt ihr einen kleinen Abfalleimer aus Plastik hin. Sie wirkte, doch es kam nichts. Langsam ließ er ihren Kopf herunter und zügig fing er an, ihre Lippen mit dem nassen Waschlappen zu reiben. Sie leckte an der Feuchtigkeit und schluchzte wieder los. »Heb die Hüften.« Auch diesmal tat sie, was er wollte. Rasch und geübt zog er ihr Slip und Hose wieder an. Er nahm die Waffe und zeigte sie ihr. »Darin bin ich ebenfalls Experte«, erklärte er. »Aber das wusstest du schon, nicht wahr?« Sie nickte. »Überhaupt«, fuhr er fort, »bin ich in den unterschiedlichsten Arten zu töten«, äußerst versiert. »Erfahren. Aber auch das muss ich dir eigentlich nicht erzählen, nicht wahr?« Sie schüttelte den Kopf. Er sah zu ihr herab, schwieg einen Moment und sprach dann weiter. »Du hast deinen Dostoyevsky gelesen, nicht wahr?« Sie nickte. »Ein paar?« »Schuld und Sühne?« »Die Brüde Karamasov?« »Aufzeichnungen aus dem Kellerloch?« »Ja. Und der Idiot?« »Wann?« »Letztes Jahr im Prosimina.« »Gut, dann weißt du sicher auch, was mit dem gefeierten Autor passierte, bevor man ihn nach Sibirien ins Arbeitslager schickte.« Sie schüttelte den Kopf. Er und weitere Verurteilte wurden vor dem Exekutionskommando des Zaren an die Wand gestellt. »Achtung«, brüllte der Kommandant, während die Männer zitternd vor ihm standen. »Anlegen«, wies er an, während die Männer hastig ihre letzten Gebete murmelten und auf ihre Henker starrten. Der Degen des Kommandeurs erhob sich, doch bevor er heruntersauste und der Feuerbefehl ertönte, kam ein Reiter herangeprescht und schwenkte wie wild ein Papier. Es war die Begnadigung des Zaren. Einige Männer fielen vor Dankbarkeit auf die Knie. Andere stammelten wirre Worte in geistiger Umnachtung, weil ihnen der kurze Moment im Angesicht des Todes den Verstand geraubt hatte. Einige starben auf der Stelle, da ihr Herz zu schwach war. Alle anderen landeten in den Lagern. Wie überlebte man wohl im Lager? Sie brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass ihr eine Frage gestellt worden war. Im Geist saß sie wieder in dem kleinen Raum, in dem sie und neun andere Studenten zusammengekommen waren, um über die Romane des Russen zu diskutieren. In der Erinnerung sah sie, wie sich die Sonne in der glatten grünen Tafel spiegelte. Durch Gehorsam, antwortete sie. Gut, glaubst du, dasselbe gilt hier? Sie nickte. Er überlegte und sah sie eindringlich an. Sag mir, was von allem, das dir passiert ist, am schlimmsten ist. Was macht ihr am meisten Angst? Was tut am meisten weh? Er saß am Bettrand und wartete auf ihre Antwort. In ihr braute sich eine Woge aus Gefühlen und Erinnerungen zusammen, und sie hätte an der Frage verzweifeln können. Sie dachte an den Revolver, mit dem er auf ihren Unterleib gezielt hatte, und kämpfte gegen den bitteren Geschmack der Galle auf der Zunge an. Sie erinnerte sich an die Brutalität des Elektroschockers, an die Rasierklinge in ihrem Gesicht, an das Gefühl, zu ertrinken, als er ihr das Handtuch auf Mund und Nase gedrückt hatte, an die willkürlichen, unberechenbaren Schläge. Alles tat weh, schrie es in ihr. Alles machte entsetzliche Angst. Und dann fragte sie sich. Wieso fragt er? Aus Anteilnahme? Was soll das für eine Anteilnahme sein? Sie konnte sich nicht dazu bringen, gründlich und logisch zu denken. Die Vorstellung, dass sie irgendwie Macht haben könnte, dass sie in der Lage sein sollte, einen gewissen Einfluss auf die Situation auszuüben, bestürzte sie. Und dann erfasste sie ein neuer, unerträglicher Gedanke. Vielleicht will er es wissen, damit er die anderen Methoden ausschließen kann. Damit nur noch die Schlimmste bleibt. Mein Gott, dachte sie, was soll ich ihm sagen? Nun komm schon, hakte er nach und es lag eine gewisse Ungeduld in seiner Stimme. Was ist das Schlimmste? Sie schwieg. Bitte, flehte sie sich an. Ich höre. Die Rasierklinge? Sie weinte los. Die Tränen liefen ihr ungehemmt die Wangen hinunter. Die Rasierklinge? Wiederholte er. Während sie weiter schluchzte, stand er auf. Für einen Moment konnte sie ihn nicht mehr sehen, dann kehrte er zurück und hielt die Klinge in der Hand. Diese Rasierklinge? fragte er. Ja, 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 bitte. Gott, bitte. Er hielt sie dichter an ihr Gesicht. Das setzt ihr am meisten zu. Bitte, bitte, bitte. Er fuhr mit der Klinge dicht über ihre Nase. Das ist zu viel, wie? Sie schluchzte nur noch und konnte vor Angst nicht mehr denken. In Ordnung, meinte er einfach. Sie sah ihn durch den Tränenfirm an. In Ordnung, ich benutze die Rasierklinge nicht mehr. Er schwieg. Außer, um mich zu rasieren. Er lachte. Er sah sie an und sagte, du kannst lächeln, das war ein Witz. Sie weinte weiter. Er sagte nichts, während sie Minute um Minute schluchzte. Nachdem sie sich schließlich ein wenig beruhigt hatte, blickte er sie freundlich an und fragte, möchtest du ins Bad? Das schlichte Angebot verblüffte sie. Sie nickte. In Ordnung. Rasch löste er ihre Fesseln. Bevor er jedoch ihre Handgelenke losband, sah er sie durchdringend an. Muss ich die Regeln noch einmal erklären oder denkst du, dass du sie verstanden hast? Wieder war sie verwirrt. Sie hatte keine Ahnung, was er meinte. Nein, überlegte er laut. Ich glaube, du weißt dich zu benehmen. Das Bad ist gleich hier um die Ecke. Natürlich gibt es auch ein kleines Fenster, das dich vor die Wahl stellt. Für den einen oder anderen bedeutet ein geöffnetes Fenster die Freiheit. Aber verlass dich darauf, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt nur eine Möglichkeit, von mir freizukommen, und zwar, wenn ich sage, du bist frei. Das solltest du mittlerweile begriffen haben. Trotzdem, das Fenster ist da. Die Wahl liegt also bei dir. Er band ihre Handgelenke los. Sie schob die Beine über den Bettrand und versuchte aufzustehen. Doch im selben Moment wich ihr das Blut aus dem Kopf und ihr wurde schwindelig. Sie hielt sich am Bettgestell fest. Lass dir Zeit. Fall nicht hin. Er war sitzen geblieben und rührte sich nicht. Sie stand langsam auf und spürte, wie sich die Muskeln in ihrem ganzen Körper schmerzhaft zusammenzogen. Sie machte einen kleinen Schritt, dann den nächsten. Babyschritte, meinte er. Gut. Sie stützte sich mit einer Hand an der Wand ab, nahm dann die andere hinzu. An der Wand entlang tastete sie sich in den engen Flur von dort aus ins Bad. Das Licht brannte in ihren Augen und sie legte die Hand darüber. Ihr erster Gedanke galt im Spiegel und sie zwang sich, die Augen zu öffnen. Ihr tat alles weh. Da kam es auf ein bisschen zusätzlichen Schmerz nicht mehr an. Sie brachte das Gesicht nah an den Spiegel und untersuchte es auf Verletzung. Die Lippe ist geschwollen, stellte sie fest. Aber damit habe ich gerechnet. Auf der Stirn hatte sie einen Bluterguss, von dem sie nicht wusste, wie er dahin gekommen war. Auch ihr Kinn war von seinen Schlägen rot gezeichnet. Doch ansonsten fehlte ihr nichts. Vor Dankbarkeit schluchzte sie auf. Als sie Wasser ins Becken laufen ließ und es sich ins Gesicht spritzte, um ein wenig von den Qualen abzuwaschen, zitterten ihre Hände. Sie hatte plötzlich großen Durst und fing an, sich das Wasser in den Mund zu schöpfen, bis ihr davon übel wurde. Bei der nächsten Woge beugte sie sich über die Toilette und erbrach sich heftig. Als sie fertig war, griff sie nach dem Waschbeckenrand und stützte sich ab. Dann blickte sie auf und sah das Fenster. So wie er gesagt hatte, stand es offen. Sie gestattete sich einen kurzen Traum von Flucht, doch dann wurde ihr klar, dass er auf der anderen Seite warten würde. Sie wusste das mit absoluter Sicherheit. Dennoch trat sie ans Fenster und legte die Hand auf den Rahmen, als erhoffte sie sich von der angenehmen, kühlen Luft der Sommernacht ein wenig Linderung. Sie blickte in das Dunkel hinaus. Er ist da irgendwo, dachte sie. Am äußersten Rand ihres Blickfeldes konnte sie seine Gestalt ausmachen. Sie sah, wie sich die Zweige der Bäume im Wind bewegten, doch sie wusste, dass er sie dort erwarten würde. Er würde mich umbringen, sagen, dachte sie. Auch wenn sie das Wort umbringen vermied und stattdessen nur ein diffuses Dunkel aus Schmerz und Qual vor Augen hatte. Plötzlich kam ihr der Gedanke, ich brauche zu lange. Er wird böse auf mich sein. Hastig beugte sie sich noch einmal über das Waschbecken und spritzte sich so schnell sie konnte noch eine Handvoll Wasser ins Gesicht und eine weitere in den Mund. Beeil dich, tu einfach, was er will. Sie hielt sich erneut an der Wand fest und stolperte in das Motelzimmer zurück. Ich warte, sagte er. Sie taumelte durch den Raum zum Bett. Ohne zögern ließ sie sich wieder darauf nieder und streckte ihre Hände hoch, sodass er sie leicht festbinden konnte. Dasselbe tat sie mit den Beinen. Im nächsten Moment spürte sie, wie die Stricke an den Knöcheln festgezurrt wurden. Besser, erkundigte er sich. Sie nickte. Willst du schlafen oder soll ich Fragen beantworten? Sie erfasste eine Erschöpfung, als sei sie nicht nur kurz ins Bad gegangen, sondern käme von einer unglaublich beschwerlichen Gipfelbesteigung zurück. Also schlafen, hörte sie ihn noch feststellen. Sie merkte, wie sich ihre Augen verdrehten. Als sie erwachte, saß er am Fußende des Bettes. Wie lange habe ich? fing sie an, doch er unterbrach sie. Fünf Minuten, fünf Stunden, fünf Tage. Was macht das für einen Unterschied? Sie nickte. Da hatte er recht. Kann ich jetzt Fragen stellen? Ja, dies wäre ein guter Zeitpunkt. Werden sie mich töten? Wollte sie wissen. Kaum waren ihr die Worte über die Lippen gekommen, bereute sie es. Nur wenn du mich dazu zwingst, erwiderte er. Siehst du, daran hat sich nichts geändert. Du bestimmst immer noch über dein Schicksal. Sie glaubte ihm nicht. Wieso tun sie mir das alles an? Ich verstehe das nicht. Ich habe eine Aufgabe für dich, und ich muss mir ganz sicher sein, dass du sie übernimmst. Ich muss dir vertrauen können. Mir sicher sein. Ich tue alles, was sie wollen. Sie müssen es nur sagen. Nein, antwortete er. Danke für das großzügige Angebot, aber mir genügen keine verbalen Beteuerungen. Ich muss es ohne jeden Zweifel wissen. Dazu musst du begreifen, wie viel Macht ich über dich habe. Du musst wissen, wie nahe du dem Tod bist. Er stand auf und löste ihre Hände vom Bettgestell, um sie vor ihrem Körper zusammenzubinden. Ich muss kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Ich muss dich wohl nicht daran erinnern, was ich von dir erwarte. Er ging Richtung Tür. Bitte, flehte sie. Lassen Sie mich nicht allein. Sie traute ihren Ohren nicht. War das wirklich sie, die sprach? Ich brauche nicht lange, beruhigte er sie. Dir passiert nichts. Sie rief noch einmal hinter ihm her, als er durch die Tür verschwand. Ein Moment lang sah sie draußen Dunkelheit und dachte, es muss noch Nacht sein. Als sie allein im Zimmer war, sah sie sich um. Alles war wie zuvor, doch in Abwesenheit des Mannes machte es ihr plötzlich Angst. Sie zitterte. Das ist verrückt, dachte sie. Er tut dir diese Dinge an. Dann wurde ihr bewusst, dass sie die Tür nicht abgeschlossen hatte. Und sie bekam noch mehr Angst. Jeder kann hier einbrechen und mich finden. Sie fürchtete auf einmal, jemand könnte hereinkommen und sie vergewaltigen. Das würde nichts ändern. Es würde den Mann lediglich wütend machen. Sie wäre für ihn wie verdorbene Ware. Und er würde sie wegwerfen. Wie ein Stück Müll. Sie kämpfte mit widerstreitenden Gefühlen. Die eine Stimme in ihr schrie, wie verdreht diese Befürchtungen waren. Er ist derjenige. Schnapp dir die Pistole. Töte ihn. Das ist deine Chance. Doch sie rührte sich nicht vom Fleck. Befreie dich aus den Fesseln. Lauf weg! Und wohin? Wo bin ich? Wo könnte ich hin? Er wird mich töten, dachte sie. Er wartet direkt hinter der Tür. Ich komme keine drei Meter weit. Doch, lauf weg! Nein, tu's nicht! Sie weinte still und versuchte, ans College zu denken. An ihre Familie, ihre Freunde, ihr Leben. Doch das alles schien flüchtig und erschreckend weit weg. Das einzig Reale, dachte sie, ist dieses Zimmer. Sie versuchte, sich zu trösten und merkte, wie sie leise ein Liedchen aus ihrer Kindheit sang. Lavendel ist blau, Tirelli, Tirelli. Lavendel ist grün. Wenn ich König bin, Tirelli, Tirelli, dann bist du Königin. Sie erinnerte sich, wie sie das ihrem kleinen Bruder vorgesungen hatte und er darüber eingeschlafen war. Sie merkte, wie weitere Tränen in ihr aufstiegen. Aber er ist tot, dachte sie. Oh Gott, er ist gestorben. Sie legte den Kopf ins Kissen und wartete auf die Rückkehr des Mannes. Sie versuchte, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, doch ihre Ängste waren nicht im Zaum zu halten. Sie merkte, dass sie das Gefühl für die Zeit verlor. Als hätte der Mann ihr die Fähigkeit genommen, abzuschätzen, wie die Minuten und Stunden verstrichen. War er seit einer Stunde weg? Oder seit fünf Minuten? Die Stille erfasste alles um sie herum. Die Dunkelheit war böse und bedrohlich. Sie zwang sich auf das Geräusch seiner Schritte zu horchen, doch die pechschwarze Nacht, in die sich das Zimmer hüllte, gab keinerlei laute Preis. Sie hob die Hände und legte sie auf die zusammengekniffenen Augen, um sich wenigstens in ihre eigene Dunkelheit zurückzuziehen und dort irgendetwas zu finden, an das sie sich klammern konnte. Wieder versuchte sie, an etwas Geringfügiges, Gewöhnliches und Vertrautes zu denken. Irgendein Gegenstand, den sie besaß und der bewies, dass sie existierte. Eine Erinnerung, die ihre Vergangenheit aufleben ließ. Etwas Handgreifliches, das ihr die Kraft gab, um ihre Zukunft zu kämpfen. Sie dachte an ihre Eltern zu Hause in Colorado, doch sie erschienen ihr plötzlich wie Gespenster. Sie konzentrierte sich mit aller Macht auf das Gesicht ihrer Mutter. Im Geist setzte sie wie ein Künstler ihr Porträt zusammen. Sie malte die Augen, den Mund, das Lächeln, das ihr so vertraut sein sollte. Dann fragte sie sich, ob die Erinnerung vielleicht nichts weiter als ein Traum war, und sie schlug vorsichtig die Augen auf. Sie zuckte heftig zusammen. Der Mann beugte sich über sie. Ich hab sie nicht reinkommen hören, entfuhr es ihr. Sein Gesicht wirkte hart. Eine Weile starrte er sie einfach nur an. Das hier ist jetzt die Realität, erklärte er. Dann schlug er fest mit der flachen Hand zu. Glaubst du es jetzt? Ja, bitte, flehte sie. Er schlug wieder zu. Der Schmerz hüllte ihren ganzen Körper wie in eine düstere Wolke. Willst du am Leben bleiben? Er schlug sie wieder. Sie nickte vehement. Ich glaube dir nicht, herrschte er. Er schlug ein drittes Mal zu. Doch, bestimmt, wimmerte sie. Ein vierter Schlag traf ihr Gesicht. Dann in rascher Folge ein fünfter, sechster und siebter, bis der Mann die Schläge mit beiden Händen auf sie niederprasseln ließ, wie um das Feuer ihrer Hysterie zu schüren. In den Sekundenbruchteilen zwischen den Schlägen versuchte sie, das Wort Bitte herauszuschluchzen. Doch irgendwann gab sie auf unter dem Fausthagel, der aus dem Dunkel auf sie niederging. Sie hob nur noch flehentlich die gefesselten Hände und ließ ihre Tränen für sie sprechen. Er hörte erst auf, als er vor Anstrengung keuchte. Er setzte sich auf den Bettrand und holte Luft, während sie still wimmerte. Nach einigen Sekunden hörte sie durch die Schmerzen und die Tränen hindurch wie aus weiter Ferne. Du enttäuschst mich. Sie fühlte seine Hände an ihrer Hose. Plötzlich zog er sie herunter und entblößte sie wie zuvor. Hörst du mir zu? fragte er. Ja, ja, beteuerte sie, schlug die Augen auf und sah ihn an. Sie registrierte, dass er den Revolver in der Hand hielt. Du bist ein zu großes Problem, stellte er in festem, nüchternem Ton klar. Ich hatte Hoffnungen in dich gesetzt. Aber ich sehe, dass du nicht lernst. Also werde ich dich einfach nur vögeln und töten. Das hätte ich von Anfang an tun sollen. Die Worte durchbrachen mit solcher Wucht ihre Todesangst, dass sie den inneren Rückzug aufgab und sich der Gegenwart stellte. Bitte, nein, 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 ich mache alles. Geben Sie meine Chance. Sagen Sie mir nur, was Sie wollen, was Sie brauchen. Ich tue es, alles. Bitte, bitte, egal was. Alles, bitte. Nein, 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 bitte, bitte geben Sie mir noch eine Chance. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich tue es, was auch immer. Sie müssen es nur sagen, bitte. Mir war nicht klar, bitte. Alles, 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 alles. Er stand neben dem Bett und zielte mit der Pistole auf sie. Oh Gott, bitte, bitte, schluchzte sie. Sie wollte an etwas anderes denken, den letzten Moment ihres Lebens woanders verbringen. Doch sie sah nur den fürchterlichen Lauf des Revolvers. Sie stöhnte, während die Sekunden vergingen. Alles? fragte er schließlich. Oh ja, 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 bitte, alles. Na schön, wir werden sehen. Für Sekunden verschwand er. Dann kehrte er wieder zurück. Er hatte den Elektroschocker in der Hand. Tu dir selbst weh, befahl er. Er zeigte auf ihr Geschlecht. Genau da. In diesem Moment schienen ihr plötzlich all die anderen Schmerzen, die sie schon erlitten hatte, unbedeutend. Die Panik nahm völlig von ihr Besitz. Sie merkte, wie sich ihre Kehle zuschnürte, als bräche all das, was er ihr angetan hatte, auf einmal über sie herein. Doch mitten in diesem Chaos der Gefühle fand sie einen einzigen klaren Gedanken. Zögere nicht, schaffte sie sich ein. Sie drückte den Elektroschocker in sich hinein und versuchte im selben Moment, sich gegen den Schmerz zu panzern, der in ihr losbrechen würde. Doch er blieb aus. Sie sah verwirrt auf. Ausgeschaltet, meinte der Mann. Er nahm ihr den Elektroschocker aus der Hand. Eine Begnadigung, sagte er und lachte. Vom Zaren. Sie brach, wie ihr schien, zum hundertsten Mal in den letzten Minuten in Tränen aus. Es gibt Hoffnung für dich. Er wartete einen Moment. Das meine ich wörtlich. Er trat in den Schatten zurück und ließ sie ungestört weinen. Anne Hamptons erster Gedanke, als ihre Tränen versiegten, war, dass sich etwas geändert hatte. Sie war sich nicht sicher, was genau. Doch sie fühlte sich wie ein Bergsteiger, der auf dem Gletschereis ausgerutscht und im freien Fall in eine Felsspalte gestürzt war, bis er plötzlich den Ruck des Sicherheitsseils spürte. Sie kam sich vor wie ein Jojo kurz vor dem Punkt, an dem es zur Ruhe kommt. Immer noch in Gefahr, doch für den Moment in Sicherheit. Zum ersten Mal gab sie der Hoffnung nach, dass sie durch Gehorsam eine Überlebenschance hatte. Sie versuchte, sich in Gedanken ihr Bild vor Augen zu führen, konnte es aber nicht. Sie entsann sich, dass sie einmal Träume und Ambitionen gehegt hatte, doch sie wusste nicht mehr, welche. Immerhin konnte sie sich mit dem Gedanken trösten, dass es ihr später vielleicht wieder einfallen würde und beschloss zugleich, alles zu tun, was von ihr verlangt wurde, um am Leben zu bleiben. Sie blickte auf und sah, dass der Mann ihr ins Gesicht starrte. Er nickte, als wollte er ihr signalisieren, dass sie richtig lag. Die werden wir für eine Weile nicht brauchen, oder? meinte er. Er knüpfte die Stricke auf, die sie ins Bett gefesselt hatten. Zieh dich aus, befahl er. Sie gehorchte. Sie empfand nichts, als er ihren Körper von oben bis unten absuchte. Wie wär's, wenn du eine Dusche nehmen würdest? Du wirst dich besser fühlen, schlug er vor. Sie nickte und ging zögernd Richtung Badezimmer. Als sie die Tür erreichte, wandte sie sich noch einmal zu dem Mann um, doch er saß da und studierte in dem schwachen Licht eine Landkarte. Heißes Wasser überspülte sie, und sie dachte an nichts anderes als das Gefühl von Seifenschaum und Wärme. Sie hatte nicht gemerkt, wie kalt ihr gewesen war. Zum ersten Mal schien sie innerlich erfrischt, leer und unbeschwert. Sie blickte zum offenen Fenster, doch alles, was sie sah, war graues Licht, das langsam die Dunkelheit durchdrang. Es machte sie seltsam traurig, das Wasser abzudrehen. Als hätte sie etwas Altes, Vertrautes weggewaschen. Sie trocknete sich schnell ab und wickelte sich ein Handtuch als Turban um den Kopf, ein anderes um die Körpermitte. Sie versuchte, sich zu beeilen, doch ihr wurde schwindelig und sie musste sich am Türrahmen festhalten, um das Gleichgewicht zu halten. Sie sah, wie der Mann hoch sah. Pass auf, sagte er. Rutsch nicht aus. Es wird einige Zeit dauern, bis du wieder ganz bei Kräften bist. Sie setzte sich aufs Bett. Es ist schon fast morgen, stellte sie fest. Wie lange bin ich schon hier? Eine Ewigkeit, antwortete der Mann. Er stand auf und kam auf sie zu. Nimm das, wies er sie an. Er hielt ihr eine Pille und einen Becher Wasser hin. Sie wollte fragen, was es war, überlegte es sich aber anders. Sie schluckte die Pille herunter. Er erriet ihre Gedanken. Nur ein Schmerzmittel, Kodein genauer gesagt, damit du schlafen kannst. Danke, erwiderte sie. Sie blickte zu der Karte hinüber. Wann fahren wir? Er lächelte. Heute Abend. Es ist wichtig, dass ich auch ein bisschen Ruhe bekomme. Natürlich, meinte sie und legte sich aufs Bett. Er wühlte einen Moment in dem Matchbeutel, der seine Waffen enthielt, und zog ein paar Handschellen heraus. Die werden bequemer sein als die Stricke, sagte er. Setz dich auf. Sie gehorchte. Er legte eins ihrer Handgelenke in eine Schelle und die andere um das eigene. Leg dich hin. Sie ließ den Kopf auf das Kissen sinken. Er streckte sich neben ihr aus. Träum was Schönes, sagte er. Wie ein Paar nach der Liebe suchten beide Schlaf. Anne Hampton erwachte vom Rauschen der Dusche. Sie merkte sofort, dass sie wieder an das Bettgestell gefesselt war. Sie rollte sich, so gut es ging, wie ein Embryo ein und wartete. Das Handtuch, das sie sich um den Körper geschlungen hatte, war verschwunden und sie war nackt. Einen Moment fragte sie sich, ob der Mann sie vergewaltigen würde, sobald er herauskam, doch der Gedanke verblasste ebenso schnell, wie er gekommen war und wich einer dumpfen Gefügigkeit. Sie hörte, wie die Dusche abgestellt wurde und nach wenigen Minuten erschien der Mann und trocknete sich ab. Er war nackt. Tut mir leid, entschuldigte er sich. Ich musste dein Handtuch nehmen, das hier ist ein billiges Etablissement. Die Geizen mit der Wäsche. Sie wartete. Nein, sagte er nach einer Weile. Zeit, dass wir weiterkommen. Sie nickte. Gut, meinte er. Sie sah zu, wie er sich Unterwäsche, Jeans und ein Sweatshirt anzog. Eher beiläufig bemerkte sie, dass er äußerst fit war. Er kämmte sich kurz das Haar, setzte sich dann auf die Bettkante und schlüpfte in Sportsocken und Laufschuhe. Sie wartete auf einen Befehl, während der Mann seine Sachen zusammensuchte. Sie sah, wie er die Betäubungspistole und den Revolver in eine kleine Reisetasche warf. Er zog einen kleinen Koffer unter dem Bett hervor und sie erhaschte einen Blick auf das Seersucker-Jackett, das gefaltet darin lag. Bin gleich wieder da. Sie sah ihm hinterher. Es war Nacht. Er kehrte augenblicklich zurück, eine mittelgroße rote Reisetasche in der Hand, die mit verschiedenen Reisverschlussfächern versehen war. Tut mir leid, erklärte er beschwingt, aber ich musste bei den Farben und Größen schätzen. Normalerweise bin ich in solchen Dingen allerdings ziemlich gut. Er nahm ihr die Handschellen vollständig ab und trat zurück, um ihr zuzusehen. Die Tasche war voller Kleider. Es waren eine Kaki-Hose, eine Jeans, Shorts, eine Windjacke, ein Pullover und ein Sweatshirt dabei. Außerdem zwei Seidenblusen, eine davon in einem leuchtenden Blumenmuster und ein passender Rock. Schließlich ein Seidenkleid mit einem Designer-Label. In einem Fach befand sich ein Knäuel Wäsche, in einem weiteren Strümpfe und Socken. Sieh die Jeans an, schlug der Mann vor. Oder die Kaki-Hose, wenn dir das lieber ist. Er drehte sich um und reichte ihr zwei Schuhkartons. Sie wusste nicht, wo er sie aufbewahrt hatte. Sie enthielten ein paar elegante Sandaletten und ein paar Laufschuhe. Pack die Sandaletten ein, wies er sie an. Er sah zu, wie sie sich ankleidete. »Du bist hübsch?« stellte er fest, als sie vor ihm stand. »Danke.« Sie hatte das Gefühl, die Stimme einer anderen zu hören. Einen winzigen Moment lang fragte sie sich, wer plötzlich hereingekommen sein könnte, bis sie merkte, dass sie selbst gesprochen hatte. Er reichte ihr eine Papiertüte mit dem Namen einer Drogerie. Sie machte sie auf und entdeckte Zahnbürste und Pasta, etwas Make-up, eine Sonnenbrille und eine Schachtel Tampax. Sie nahm die blaue Verpackung und starrte sie mit einem seltsamen Gefühl an. Ein beunruhigender Gedanke machte sich in ihr breit, je länger sie darauf starrte. »Ich hab aber meine...« Sie verstummte. »Könntest du aber, bevor wir fertig sind,« antwortete er. Sie hätte weinen können, erkannte aber, dass sie sich besser zusammenreißen sollte. So biss sie sich auf die Lippe und nickte. »Mach dich frisch, dann gehen wir.« Zögernd ging sie ins Bad. Zuerst putzte sie sich die Zähne, dann tupfte sie vorsichtig ein wenig Make-up auf ihr Gesicht, um die Blutergüsse zu verdecken. Er stand im Türrahmen und sah zu. »Die sind in ein, zwei Tagen verblasst.« Sie erwiderte nichts. »Fertig?« fragte er. Sie nickte. »Geh zuerst noch mal aufs Klo, wir sind eine ganze Weile unterwegs.« Sie fragte sich, wo ihre Scham geblieben war. Wieder hatte sie das Gefühl, dass nicht sie selbst, sondern jemand anders sich auf die Toilette setzte, während der Mann ihr zusah. Ein Kind vielleicht. »Trag deine Tasche selbst,« befahl er. Sie steckte die Zahnbürste und die anderen Toilettenartikel in eins der Fächer. Dann hob sie die Tasche hoch. Sie hatte einen Schulterriemen, den sie sich über den Arm legte. »Ich kann noch was nehmen,« bot sie an. »Hier, aber sei vorsichtig.« Er reichte ihr eine zerbeulte Fotografen-Tasche und hielt ihr die Tür auf. Anne Hampton trat in die Nacht hinaus und spürte, wie ihr die abendliche Wärme von Florida in Muskeln und Knochen kroch. Sie fühlte sich schwindelig und zögerte. Der Mann legte ihr eine Hand auf die Schulter und deutete auf einen dunkelblauen Chevrolet Camaro, der vor der kleinen Motelleinheit stand. Sie sah einen Moment in den Sternen übersäten Himmel. Sie suchte den Großen und den kleinen Bären und dann den Orion. Ein plötzliches Gefühl der Wärme durchrieselte sie, als mischte sie sich mitten unter die Himmelskörper und ginge in ihrer Masse auf. Sie fixierte einen Stern, einen unter unzähligen, der im dunklen All zu schweben schien. »Ich bin dieser Stern, und er ist ich«, dachte sie. Allein, isoliert, hing sie in der Nacht. »Komm schon«, drängte der Mann. Er war seitlich an den Wagen getreten und hielt ihr die Tür auf. Sie ging zu ihm hinüber. »Es ist eine schöne Nacht«, meinte sie. »Es ist eine schöne Nacht, Doug«, korrigierte er sie. Sie sah ihn mit fragendem Blick an. »Sag es.« »Es ist eine schöne Nacht, Doug«, wiederholte sie. »Gut. Nenn mich Doug.« »In Ordnung.« »Ich heiße so. Douglas lieber als Doug, aber du kannst mich nennen, wie du willst.« Sie musste irritiert geguckt haben, denn er lächelte und erklärte, »Das ist mein richtiger Name. Du musst wissen, dass ich dich nicht belüge. Ich werde immer die Wahrheit sagen, oder was man eben dafür hält.« Sie nickte. Sie zweifelte nicht einen Augenblick daran. Ein Moment lang fragte sie sich, wieso, doch dann schüttelte sie den Gedanken ab. »Es gibt allerdings ein Problem«, überlegte Douglas Jeffers. Seine Stimme hatte plötzlich einen düsteren Unterton, der ihr Angst machte. »Nein, nein, nein, keine Probleme«, entgegnete sie hastig. Er sah in den Himmel. Sie vermutete, dass er angestrengt nachdachte. »Ich finde, du brauchst einen neuen Namen«, erklärte er. »Ich mag deinen alten nicht. Er stammt aus deiner Vergangenheit und du brauchst etwas für die Gegenwart und die Zukunft.« Sie nickte. Sie war selbst überrascht, dass sie das für eine vernünftige Überlegung hielt. Er deutete auf den Wagen und sie setzte sich auf ihren Platz. »Anschnallen«, wies er sie an. Sie gehorchte. »Du wirst Biografin«, sagte er. »Biografin«. »Ja, im Handschuhfach findest du Stenoblöcke und Stifte. Die sind für dich. Sorge dafür, dass du immer genug zur Hand hast, um aufzuschreiben, was ich sage.« »Ich versteh nicht ganz«, zögerte sie. »Ich erklär's dir unterwegs.« Er sah zu ihr hinunter. Dann lächelte er. »Von jetzt an bist du Boswell«, meinte er. »Boswell?« »Richtig«, er lächelte. »Ein kleiner literarischer Scherz, wenn du so willst.« Er schloss ihre Tür, ging um den Wagen herum und setzte sich auf den Fahrersitz. Sie schaute zu, wie er seinen eigenen Gurt umlegte und den Anlasser betätigte. »Versuch mal deinen Türgriff«, bat er. Sie legte die Hand darauf und zog. Der Griff bewegte sich, die Tür dagegen nicht. »Das gehört zu den Vorzügen des Chevrolet Camaro. Die Schnappvorrichtungen sind leicht auszuhebeln. Du wirst also jedes Mal, wenn wir halten, warten, bis ich zu dir herumkomme und dich rauslasse.« »Klar?« Sie nickte. »Das habe ich in Cleveland gelernt, als ich Fotos von dem Prozess gegen einen Footballspieler machte. Ein Karl, der gerne Stricherin ins Auto holte, um sich vor ihn zu entblößen. Wenn sie versuchten auszusteigen, Fehlanzeige.« Das gab ihm den eigentlichen Kick. Douglas Jeffers blickte sie an. »Siehst du, so etwas musst du aufschreiben.« Er wies mit dem Kopf auf das Handschuhfach. Eine Sekunde lang hatte sie Panik und griff hastig nach vorn. Er hinderte sie daran. »Schon gut, es war nun Beispiel.« Er sah sie an. »Weißt du, Boswell schreibt alles auf.« Sie nickte. »Gut«, sagte er. »Boswell.« Dann legte er den Gang ein, gab Gas und fuhr langsam in die Dunkelheit über dem nächtlichen Highway. Sie drehte sich um und blickte noch einmal zu den Sternen. Unvermutet erinnerte sie sich an einen Kinderreim und sprach ihn stumm vor sich hin. Sternchen, Sternchen, hell und klar. Ich wünsche mir was, ich wünsche es mir sehr. Bitte mach es wahr. Am Leben bleiben, dachte sie. Viertes Kapitel. Eine ganz normale Sitzung der Lost Boys. Obszenitäten flogen durch die Luft, doch sie prallten an ihm ab. Immer noch hatte er das Bild seines Bruders vor Augen, wer ihm in der Anstaltskantine gegenüber saß und ein unbekümmertes Grinsen auflegte, das einem Teenager angestanden hätte, im Gesicht eines erwachsenen Mannes hingegen etwas Beunruhigendes hatte. Er versuchte, sich seine Gedanken in jener Situation ins Gedächtnis zu rufen, blieb jedoch bei dem Moment hängen, als er in einer albernen Gefühlsaufwallung gesagt hatte, weißt du, ich wünschte, wir hätten uns früher näher gestanden. Und die unbarmherzige kryptische Antwort, oh, wir stehen uns näher, als du denkst, viel näher. Was glaube ich denn, wie nah wir uns stehen oder wie ähnlich wir uns sind, fragte sich Martin Jeffers. Zu seiner Rechten hatten zwei der Männer die Stimme erhoben und waren inhaltlich wie auch im Ton kurz davor zu explodieren. Jeffers drehte sich um und behielt die Männer im Auge, während er mit aller gebotenen Vorsicht versuchte herauszufinden, worum es bei der Auseinandersetzung ging. Er wusste zwar, dass Konfrontation ein unverzichtbarer Therapiebestandteil war, andererseits vergaß er nicht, dass er es hier mit gewalttätigen Menschen zu tun hatte und dass es zu seinen Aufgaben gehörte, zu verhindern, dass sie mit der Brutalität aufeinander losgingen, zu der sie fähig waren. Ihm kam die seltsame Idee, dass sie sich wie eine keifende Schar alter Frauen verhielten, die sich weniger über einen Gedanken oder einen realen Konflikt in die Haare gerieten, als vielmehr aus der schieren Lust am Streit. Er beschloss einzugreifen. Ich glaube, sie sagen nicht, was sie wirklich meinen. Diese Bemerkung gehörte zu seinem Standardrepertoire. Er wusste, dass seine ausweichenden Stellungnahmen die Männer frustrierten. Die meisten von ihnen waren Menschen mit sehr konkreten Vorstellungen und Gefühlen. Es ging ihm darum, dass sie lernten, abstrakter zu denken und sich von ihren Impulsen zu distanzieren. Verstanden sie erst mal, sich in andere einzufühlen, konnte man sie behandeln. Er erinnerte sich an einen Professor an der medizinischen Fakultät, der von seinem Seminar stand und sagte, denken Sie an die Erfahrung einer Krankheit. Führen Sie sich vor Augen, wie sie unsere Sinne, Gefühle und Emotionen beherrscht. Und dann denken Sie daran, auch wenn Sie Ihrer Meinung nach ein noch so guter Arzt sind, sind Sie nur so gut wie Ihre letzte richtige Diagnose. Zehn Jahre später hätte Martin Jeffers dem hinzugefügt und Therapie. Jeffers betrachtete die streitenden Männer. Leck mich, Jeffers, knurrte der Erste und machte eine wegwerfende Handbewegung. Leck dich doch selbst, warf der Zweite ein, und genieße es besser, denn was anderes kriegst du für lange Zeit nicht vor die Zunge. Musst du gerade sagen. Genau. Guck mal, wer das sagt, du Knurps. Donnerwetter, da schlotter ich aber vor Angst. Schau mal meine Hände, wie Zittergras. Jeffers beobachtete die beiden Kampfhähne genau. Er versuchte einzuschätzen, ob sie jeden Moment von ihren Stühlen aufspringen könnten. Dieser konkrete Streit machte ihm wenig Sorgen. Brian und Sanderling gerieten oft aneinander. Solange sie sich Beleidigungen an den Kopf warfen, würden sie es beim verbalen Schlagabtausch belassen. Unter anderen Umständen, vermutete Jeffers, würden die beiden wohl als Freunde durchgehen. Was ihn tatsächlich alarmierte, war Schweigen. Manchmal verstummten sie. Dabei waren sie nicht um Worte verlegen oder gelangweilt oder warteten darauf, dass jemand anders etwas sagte. Es war vielmehr eine Stille der geballten Wut. Dann verengten sich ihre Augen und fixierten den Gegner. Oder die Muskeln spannten sich kaum merklich. Jeffers musste daran denken, dass er einen Großteil seiner Zeit im Aufenthaltsraum damit verbrachte, auf weiße Knöchel zu achten, wenn sich Finger um Stuhllehnen krampften. Einmal hatten sie einen Mann in der Gruppe gehabt, erinnerte sich Jeffers, der immer auf der Stuhlkante saß, die Beine unter sich verschränkt. Als der Mann eines Morgens die Stellung seiner Beine wechselte, war Jeffers bereits aufgesprungen, um die Explosion abzufangen, zu der es Sekunden später kam. Jeffers wurde sich bewusst, dass er im Lauf der Monate jeden Mann in der Gruppe nicht nur als eine Ansammlung von Erinnerungen und Erfahrungen kennenlernte, sondern auch die Körperhaltung studierte. Dass drüben in seinem Büro zwölf Bände voller Notizen aus diesen Sitzungen standen, war nicht weiter verwunderlich. So leicht qualifizierte man sich nicht für die Lost Boys. Dazu bedurfte es zweierlei. Verdorbenheit und das Pech, erwischt zu werden. Fick dich! Fick dich selbst! Obszönitäten waren die Währung, die in der Gruppe getauscht wurde, wie Kupfergeld. Er überlegte, wie oft er wohl am Tag Leck mich oder Fick dich hörte. Hundertmal? Das reichte bestimmt nicht. Dann vielleicht tausendmal. Für ihn hatten die Worte jeden konkreten körperlichen Bezug verloren. Sie dienten den Männern eher als eine Art Interpunktion. Manche Menschen benutzten Leck mich oder Fick dich wie andere Kommas. Er dachte an die berühmte Lenny-Bruce-Nummer, die damit begann, dass der Comedian ins Publikum starte und fragte, ich wüsste gar nicht, wie viele Nigger heute Abend unter uns sind, bevor er gegen Ithaka, Kanacken, Polacken, Schlitzaugen, Krauts und was weiß der Himmel noch alles die Beleidigung so breit streute, dass sie harmlos und bedeutungslos wurden. Jeffers vermutete, dass sich im Aufenthaltsraum etwas Vergleichbares vollzog. So wie die Männer mit diesen Schimpfwörtern um sich warfen, waren sie neutralisiert. Ganz gewiss hatte das wenig mit den Verbrechen zu tun, derer sie sich schuldig bekannt hatten, auch wenn jeder von ihnen ein Sexualstraftäter war. Ach, geh doch zur Hölle, rief einer der Männer. Es war Brian. Er wandte sich an Jeffers. Hey, Doc, können Sie diesem Hurensohn nicht mal klar machen, wo es lang geht? Der hat immer noch nicht kapiert, wieso er hier ist. Hör zu, Arschloch, antwortete Senderling. Ich weiß, wieso wir hier sind. Ich weiß genauso gut, dass wir so schnell nirgendwo anders hinkommen. Und wenn doch, dann nur in den Knast, um verdammt viel Zeit abzusetzen. Ein weiterer Mann mischte sich ein, indem er zuerst einen Kussmund machte und dann einen so lauten Schmatzlaut von sich gab, dass er die ungeteilte Aufmerksamkeit der anderen erregte. Jeffers drehte den Kopf in seine Richtung und sah, dass es Steele war, der auf der anderen Seite des Kreises saß und es besonders genoss, Brian und Senderling aufs Korn zu nehmen. Und ihr wisst ja, meine Süßen, wie sie Jungs von eurer Sorte da lieben. Die drei Männer funkelten sich gegenseitig an und wandten sich dann an Jeffers. Er erkannte, dass eine Reaktion von ihm erwartet wurde. Er wünschte, er hätte besser zugehört. »Sie kennen alle unsere Regeln.« »Mürrisches Schweigen« schlug ihm entgegen. Die erste Lektion der psychiatrischen Assistenzzeit. Im Falle eines Zweifels sagt nichts. Und so verfiel die Runde in nachsichtige Stille. Jeffers versuchte, mit jedem Mann Blickkontakt aufzunehmen. Einige schauten zurück, andere wandten sich ab. Einige schienen gelangweilt und abgelenkt mit den Gedanken woanders, andere lagen auf der Lauer, waren auf dem Sprung. Eine Weile dachte Jeffers über das Mysterium der Gruppendynamik nach. Diese Gruppe bestand aus zwölf Lost Boys, von denen jeder einerseits ein eigenes, unverwechselbares Profil mitbrachte, andererseits aber auch die typischen Klischees erfüllte. Ihm kam plötzlich der verblüffende Gedanke, dass diese Männer alle an derselben Krankheit litten. Irgendwann einmal war jeder von ihnen in seiner Kindheit ein Lost Boy gewesen. Im Stich gelassen traf die Sache wohl am besten. Die steinigen Untiefen der Kindheit, dachte er, die Dunkelheit und Grausamkeit der Jugend. Die meisten Menschen wachsen heran und lassen sie hinter sich. Sie lernen, sich anzupassen und ihre Narben innerlich zu tragen. Die Lost Boys nicht. Und wie sie sich an der Erwachsenenwelt gerecht hatten, war wirklich erbärmlich. Zwölf Männer, die es zusammen auf beinahe hundert gemeldete Straftaten brachten, während die Dunkelziffer leicht das Doppelte betragen mochte. Ungelöste, nicht gemeldete oder niemandem nachzuweisende Fälle von Vandalismus und Kleindiebstahl bis hin zu ein oder zwei Vergewaltigungen oder auch einem halben Dutzend, wenn nicht sogar zehn, zwanzig oder mehr. Außerdem befanden sich unter den Lost Boys drei Mörder. Männer, die Menschenleben zerstört hatten, die offenbar in dem eigentümlichen Abwägungssystem des Strafrechts als weniger wertvoll galten und somit ein niedrigeres Strafmaß nach sich zogen. Auch wenn Jeffers sich oft damit schwer tat, zwischen Totschlag und vorsätzlichem Mord zu unterscheiden, besonders aus Sicht der Leiche. Das Schweigen im Aufenthaltsraum hielt an und Jeffers dachte erneut an seinen Bruder. Das hatte Doug ähnlich gesehen. Kurz anrufen und im nächsten Moment auf der Matte stehen. Es konnten drei Jahre zwischen zwei Besuchen vergehen und Monate, bis er sich auch nur telefonisch meldete und dann so tat, als wäre nichts, seine Wohnungsschlüssel mit den charakteristisch unklaren Instruktionen hinterlassen. Typisch. Was treibt er eigentlich derzeit? fragte sich Jeffers. Er kehrte im Geist noch einmal zu ihrem Treffen zurück. Sein erster Gedanke war allerdings, was war bei Doug schon typisch? Mit leichtem Unbehagen registrierte er, dass er keine Antwort hatte. Er sah seinen Bruder vor seinem geistigen Auge, die Sonne in seinem hellbraunen Haar. Doug, dachte er, war dieser attraktive, lässige Mensch, dessen gutes Aussehen weniger mit besonderen physischen Vorzügen zu tun hatte, als vielmehr mit seiner unbekümmerten Einstellung zum Leben. Einen Augenblick lang beneidete er seinen Bruder um diese entspannte Lebenssicht, die er sich in seinem Beruf als Fotograf leisten konnte, während ihm, Martin, die unausgesprochene Förmlichkeit seiner eigenen Zunft zuwider war. Ich bin steif, dachte er. Er beneidete seinen Bruder um sein Leben im Freien, das ihn mit Dingen konfrontierte, die tatsächlich passierten, statt mit Dingen, über die nur geredet wurde. Manchmal kann ich die Beständigkeit kleiner Räumer und verschlossener Türen, suggestiver Bemerkungen und Kommentare sowie stummer, bereter Blicke, die meinen Beruf ausmachen, nicht leiden, dachte er. Dann schüttelte er innerlich den Kopf und sagte sich, natürlich kannst du sie leiden, du liebst sie geradezu. Dennoch spielte er einen Moment mit dem Gedanken, wie das Leben wohl durch eine Linse aussah. Wir stehen uns näher, als du denkst. Ist es denn so viel anders? fragte er sich plötzlich. Sicher. Er sieht ein Ereignis in der Unmittelbarkeit des Augenblicks. Ich höre die Erzählung im Nachhinein. Mit Betroffenheit wurde ihm bewusst, dass er sich nicht an die erste Kamera seines Bruders erinnern konnte. Es kam ihm so vor, als hätte Doug von der Grundschule an schon immer eine besessen. Er überlegte, wo und wie Doug wohl den ersten Fotoapparat bekommen hatte. Gewiss nicht von ihren Eltern. Das Einzige, was sie großzügig ausgeteilt hatten, war Elend, dachte Martin Jeffers. Darin waren sich die beiden Brüder stets einig gewesen. Er musste plötzlich an die Nacht denken, in der sie zu ihren Pflegeeltern gebracht wurden. Und augenblicklich wunderte er sich, wie lange er nicht mehr daran gedacht hatte. Er hörte den heftigen Regen, der gegen die Fenster der Polizeistation prasselte, und das Klappern der Fenster im Sturm. Das Gebäude hatte im Dunkeln gelegen, doch die harte Holzbank, auf der er saß und sich an die Hand seines Bruders klammerte, erstrahlte im grellen, künstlichen Licht. Es war spät nachts gewesen, und sie waren noch sehr klein. Dass sie lange aufblieben, hatte nichts mit der Vorfreude auf Heiligabend zu tun. Sie waren vielmehr vor Angst wie von Sinnen und sich vollkommen im Klaren darüber, dass sie in ein Mysterium der Erwachsenenwelt hineingetappt waren, als sie längst hätten schlafen sollen. Sie hatten etwas gesehen, das für ihre Augen nicht bestimmt war, und das zu fortgeschrittener Stunde, als sie nicht hätten auf sein sollen. Sein Magen krampfte sich zusammen, als er daran dachte, wie er den Kopf gehoben und in dem grellen Licht seinen Cousin mit undurchdringlicher, abweisender Miene gesehen hatte. Und dann seine ersten Worte. Eure Mutter ist gegangen, damit hatten wir schon seit einiger Zeit gerechnet. Ihr sollt jetzt zu uns, kommt mit. Und dann der Anblick dieses schmalen, gebeugten Rückens, der sie in das Unwetter hinausführte. Ich war vier und Dug war sechs. Er versuchte, die Erinnerung abzuschütteln, obwohl er sich fragte, weshalb sie nie über ihre richtige Mutter gesprochen hatten. Er starrte aus dem Fenster des Aufenthaltsraums und versuchte vergeblich, sich ihr Gesicht ins Gedächtnis zu rufen. Er erinnerte sich nur, dass ihr jede Zärtlichkeit abging und dass sie ständig wütend war. Sie unterschied sich nicht allzu sehr von der Cousine, die ihre Rolle übernommen hatte. Ihr Bild hatte er sofort vor Augen. Das dünne, braune Haar zu einem strengen Dutt zurückgekämmt, der zu ihrem leuchtend rot geschminkten vollen Mund, der sich nie zu einem Lächeln verzog, nicht passte. Später im Wagen zum Trauermarschtakt der Scheibenwischer hatte sich diese neue Mutter zu ihnen umgedreht und gesagt, wir sind jetzt eure Eltern. Ich bin Mom, er ist Dad. Über andere Eltern wird nicht gesprochen. Er erinnerte sich noch, wie seine eigene Therapeutin ihn einmal gefragt hatte, aber was ist denn mit ihrer leiblichen Mutter passiert? Und seine Antwort, das habe ich doch selbst nie richtig erfahren. Die Therapeutin hatte geschwiegen, ein klassisches Schweigen des Zweifels. Er hatte es selbst schon tausendmal angewendet. Was war passiert? fragte er sich. Ganz einfach, sie war weg. Tod, davongelaufen, was machte das schon für einen Unterschied? Sie mussten beide im Drugstore ihrer neuen Eltern arbeiten. Er musste die Arzneifläschchen reinigen und die Reihen verschreibungspflichtiger Medikamente fein säuberlich auf den Regalen einordnen und so war er Arzt geworden. Doug musste die Dunkelkammer reinigen, später auch die Entwicklerflüssigkeit mischen und schließlich, als er älter wurde, selbst entwickeln. Also wurde er Fotograf. So einfach war das. Es ist was aus uns geworden, sagte er sich. Aber was ist tatsächlich aus uns geworden? Nichts ist einfach. Das wusste er sehr wohl. Es war das Erste, was er als Assistenzarzt gelernt hatte. Mentale Befindlichkeiten mochten zunächst klar und eindeutig erscheinen, doch selten blieb es dabei. Wenn die Erkenntnisse der Psychiatrie einen Sinn ergaben, die Theorien, Diagnosen, Behandlungspläne, schien ihm das Spektrum realen Verhaltens seltsam rätselhaft. Er begriff zwar, weshalb die Lost Boys im klinischen Sinne Sexualstraftäter waren, doch auf einer höheren, grundsätzlicheren Ebene entging ihm das Wieso und Warum. Er konnte sich die physische Kraft vorstellen, die nötig war, um ein Opfer am Arm zu packen und ihm Gewalt anzutun. Doch für die Willenskraft, die dabei ausschlaggebend war, fehlte ihm die Fantasie. Er schüttelte den Kopf. Doug versteht reale Dinge, dachte er. Ich verstehe Theorien. Ich habe überlebt, dachte er. Verflucht, wir haben beide überlebt. Wir haben es zu etwas gebracht. Es geht uns verdammt gut. Dann kam ihm der Gedanke, wie seltsam es doch war, dass jemand Experte in menschlichen Schwächen und Leiden werden konnte und es dennoch nicht schaffte, sein Wissen auf sich selbst anzuwenden. Er lachte sich aus. Du bist ein Lügner, dachte er, und kein besonders guter. Er fragte sich, wieso der Besuch seines Bruders so viele Erinnerungen wachrief. Doch dann räumte er ein, wie dumm die Frage war. Natürlich löste der Besuch seines Bruders eine Welle der Selbstbeobachtung bei ihm aus. Ihm war heiß und er merkte, dass die Sonne durch das Fenster direkt auf seine Brust schien. Er rutschte auf seinem Stuhl zur Seite, ohne dass es half, und verrückte ihn dann ein wenig. Wisst ihr, was ich am meisten hasse? fragte einer der Lost Boys. Wie irgendwelche Freaks in einer Sondershow behandelt zu werden, genau das. Jeffers hob den Kopf, um zu sehen, wer gesprochen hatte. Er warf einen Blick auf Simon, den Anstaltspfleger, der bei den Lost Boys für Ordnung sorgte. Der Mann schien in der Sonne zu dösen und sich um die Unterhaltung nicht zu scheren. Simon war ein schwarzer Hühne, dessen Körper unter dem lose sitzenden Kittel der Pfleger gut versteckt war. Jeffers wusste auch, dass er einen schwarzen Gürtel in Karate besaß und professioneller Kickboxer gewesen war. Simons Gegenwart war die ultimative Abschreckung für Gewaltausbrüche. »Freaks, Freaks, Freaks, genau das sind wir«, meldete sich Meriwether zu Wort. Meriwether war ein schmächtiger, blasser Mann im mittleren Alter, der sein karges Einkommen einmal als Buchhalter verdient und sich schuldig bekannt hatte, die Tochter eines Nachbarn vergewaltigt zu haben. Erst nachdem er zu den Lost Boys gestoßen war, hatte Jeffers bei dem Mann eine zwanghafte Zuneigung zu Jugendlichen festgestellt. Meriwether stand auf der Liste der Zweifelhaften. Jeffers glaubte kaum, dass es bei dem einen Verbrechen, zu dem er sich bekannt hatte, geblieben war. Und er bezweifelte auch, dass dieses Programm bei ihm etwas ausrichten konnte. Er vermutete, dass Meriwether eines Tages an einen Jungen geraten wurde, der stärker war als er und der ihm für das Kleingeld in der Jackentasche die Kehle aufschlitzte. Jeffers dachte nicht daran, sich für seine unwissenschaftliche Spekulation zu schämen. »Ich kann es einfach nicht ab, wie Sie uns anglotzen«, sagte Meriwether. »Dich«, warf Miller ein, der ihm im Kreis gegenüber saß. Miller war nicht nur Vergewaltiger, sondern auch ein verurteilter Krimineller. Zweimal hatte er Männer bei Kneipenschlägereien getötet und dreimal wegen täglichen Angriffs, Raubs und Erpressung gesessen. Jeffers mochte ihn besonders wegen seiner offenen, geradlinigen Einstellungen zu den Therapiesitzungen. Miller hasste sie. Dennoch stand er nicht auf der Liste der Zweifelhaften. Jeffers hielt es für möglich, dass der Mann lernte, nicht wieder zu vergewaltigen. Doch auch dann würde er ein Vollzeitkrimineller bleiben. »Siehst du, Kleiner? Die spüren was bei dir. Etwas Schleimiges direkt unter der Oberfläche. Das tun wir alle, Kleiner. Gibt dir zu denken was?« Meriwether zögerte nicht. »Meinetwegen spüren sie etwas bei mir, aber die müssten nur einen Blick in deine Visage werfen und dann wissen sie's. Du verstehst, was ich meine? Sie wissen es einfach.« Miller knurrte etwas, dann lachte er. Jeffers schätzte an ihm, dass er sich nicht so schnell provozieren ließ, auch wenn er sich fragte, wie viel Selbstbeherrschung der Kerl noch besaß, wenn er etwas getrunken hatte. Die anderen Männer, die in dem losen Kreis im Aufenthaltsraum zusammensaßen, lachten ebenfalls oder lächelten zumindest. Wright, Weingarten, Bloom, der offenbar eine Vorliebe für Jungen hatte. Wasserman, der mit 19 das Küken war und eine Highschool-Ballkönigin vergewaltigt hatte, weil sie nicht mit ihm hatte tanzen wollen. Pope, mit 42 der Älteste. Ein behandlungsresistenter, bösartiger Mann mit grauen Haaren. Lastwagenfahrer, Muskeln und Tattoos. Jeffers schätzte, dass er weit mehr Verbrechen begangen hatte, als die Polizei ahnte. Meistens blieb er stumm und er führte die Liste der Zweifelhaften an. Parker und Knight vervollständigten die Lost Boys. Sie passten zueinander. Akne im Gesicht, Wut im Bauch, Mitte 20, beide College-Abbrecher. Der eine war Programmierer, der andere Teilzeit Sozialarbeiter gewesen. Sie verspotteten zwar vieles, würden jedoch irgendwann, hoffte Jeffers, begreifen, dass sie eine Chance im Leben hatten. Das Gelächter veräppte und Meriwether platzte in die Stille hinein. »Mir passt das immer noch nicht.« »Passt was nicht, Kleiner?« »Wir sind nicht verrückt. Was haben wir hier zu suchen?« Mehrere Stimmen meldeten sich gleichzeitig. »Wir sind hier zur Reparatur. Wir sind wegen dieses Programms hier.« »Wir sind hier, du Dumpfbagger, weil wir alle rechtskräftig als Sexualverbrecher verurteilt worden sind. Geht das in einen Schädelschleimer?« »Man, kann ja sein, dass du nicht weißt, was du hier zu suchen hast. Ich schon!« Der letzte Beitrag erntete Gelächter. Es veräppte im selben Moment und Jeffers beobachtete, wie Meriwether wartete, bis Schweigen herrschte. »Ihr seid dümmer, als ich dachte«, fing er an. Hönisches Zischen und ein paar Buhrufe. Wieder wartete Meriwether. Jeffers registrierte das gequälte Grinsen im Gesicht des kleinen Mannes, der es eindeutig genoss, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. »Denk mal einen Moment darüber nach, Freaks. Wir sind hier zwar in einer Klapse, aber ist einer von uns wirklich bekloppt? Wenn wir tatsächlich Kriminelle wären, meint ihr nicht, dass sie uns dann einfach wegsperren würden? Statt Wasser und Brot geben sie uns Zuckerbrot und Peitsche. Nehmt an dem Programm teil, sagen sie, und lernt richtig zu lieben. Lernt zu hassen, was ihr mal gewesen seid. Dann biegen wir euch wieder hin und ab geht's zurück in die Welt.« Er legte eine Pause ein und sah sich erwartungsvoll um. »Wisst ihr, was mir wirklich auf den Geist geht? Jedes Mal, wenn ich durch eine der irren Stationen laufe, weichen mir alle aus. »Mir!« »Ist schon zum Lachen, was, Miller, du taffer Bursche?« »Sie wissen es«, er lachte. »Wir alle denken doch ganz tief drinnen, da, wo wir den Seelenklempner nicht reingucken lassen, dass wir das hier hinter uns bringen. Wir hängen einfach nur lange genug rum und sagen das Richtige. Naja, irgendwann kommen wir raus. Die werden mich nicht ändern.« Er wandte sich an Jeffers. »Stecken Sie sich Ihre Aversionstherapie sonst wohin. Stecken Sie sich Ihren Peergroup-Pressure sonst wohin. Ich hab für sowas ein bisschen zu viel drauf.« »Glauben Sie?«, fragte Jeffers. Meriwether lachte. »Was für eine Wischiwaschi-Frage! Sehen Sie nicht, dass wir alle im Grunde so denken?« Er überlegte. »Ganz tief drinnen? Ganz tief drinnen? Wo Sie nicht rankommen?« Miller brummte. »Meinst aber auch nur du, Arschloch.« »Und ob ich das meine?«, bekräftigte Meriwether. Die beiden Männer starrten einander an und Jeffers dachte wieder an seinen Bruder. Er erinnerte sich, wie überrascht er gewesen war, als er erfuhr, dass Doug routinemäßig Taschengeld aus der Ladenkasse stahl. Er hatte das nicht deshalb für falsch gehalten, wurde ihm bewusst, weil es nicht richtig war zu stehlen, sondern weil es, falls er aufflog, schlimme Konsequenzen nach sich ziehen würde. Er konnte sich noch an das unbekümmerte Lachen seines Bruders erinnern und daran, wie er betonte, dass er es nur zum Teil wegen des Geldes machte. »Verstehst du nicht, Marty? Jedes Mal, wenn ich mir was nehme, gibt es mir das Gefühl, ihm eins auszuwischen. Ich bin dann nicht mehr nur das Opfer.« Doug war dreizehn gewesen, und er hatte sich geirrt. Wir waren seine Opfer. »Er schlug Doug«, dachte Jeffers. »Wieso eigentlich nicht mich?« Wahrscheinlich lag es an der hartnäckigen, offensichtlichen Rebellion seines Bruders. Dann schüttelte er den Kopf und räumte ein, dass dies wohl nur die halbe Wahrheit war. Natürlich hatte Doug sich nicht unterkriegen lassen, doch da war noch etwas anderes, tieferes, das ihr Vater gesehen hatte und das ihn in weißglühende, brutale Wut versetzte. »Die Wahrheit«, konterte Meriwether, »tut weh.« »Dann sag mir doch mal, was du für die Wahrheit hältst, du mieser kleiner Schieber. Erzähl mir, was du über mein Leben weißt.« Meriwether lachte. »Lass mich mal überlegen.« Er musterte Miller wie ein Gutachter die beschädigte Ware. »Na ja«, fing er langsam an und genoss seine Show. »Wahrscheinlich hast du deine Mutter gehasst.« Alle außer Miller lachten. »Sie hat alle außer dir geliebt.« Meriwether setzte mit einem Lächeln fürs Publikum noch einen drauf. »Und jetzt, wo du dich nicht an ihr rächen kannst?« Der ganze Raum gröelte über die Binsenweisheit. »Da rächst du dich an anderen.« Meriwether zögerte. Schließlich fügte er hinzu. »Tada!« »Grundsätzliche Wahrheiten ans Licht gebracht.« Miller lächelte nicht. Jeffers merkte, dass er wieder versuchte, sich das Gesicht seiner leiblichen Mutter vorzustellen, es aber nicht konnte. Wenn er an das Wort Mutter dachte, kam ihm nur die Frau des Drogeriebesitzers in den Sinn. Ihre Cousine und Mutter, die nachmittags in einer Ecke des Hauses saß und sich sommers wie Winters Luft zufächelte, während sie ihren Tee trank. »Rät weiter, du stückdampfende Kacke. Du steckst schon so tief in der Scheiße, dass du genauso gut darin ersticken könntest«, sagte Miller. Jeffers überlegte einen Moment, ob Miller explodieren würde, bezweifelte es aber. Er besaß die Weisheit des erfahrenen Knastbruders. Wenn er glaubt, sich rächen zu müssen, schätzte Jeffers dann auf seine Weise. Er wird einen günstigen Zeitpunkt abwarten und die Vorfreude auf die Rache ist genauso süß wie der Moment, in dem er ihm das selbst gebastelte Messer zwischen die Rippen rammt. Jeffers notierte sich in seiner Kladde mit den Sitzungsprotokollen, dass er den Konflikt zwischen den beiden Männern weiterhin beobachten sollte. »Also«, fuhr Meriwether fort, »wie alt war diese letzte Braut? Diejenige, die du vertrimmt und dann auch noch ausgeraubt hast, nachdem du, tja, wie sag ich's denn möglichst taktvoll, deinen Spaß mit ihr gehabt hattest? Könnte sie vielleicht zwanzig gewesen sein? Ja, nein, vielleicht doch ein bisschen älter. Dann eher dreißig?« »Nein, immer noch ein klitzekleines bisschen zu jung. Dann womöglich vierzig. Ach, du liebe Güte, nein, weit daneben. Fünfzig, sechzig? Wie wär's mit dreieundsiebzig? Bingo!« Meriwether schloss die Augen und lehnte sich zurück. »Alt genug jedenfalls, um deine Mutter zu sein.« Meriwether schwieg einen Moment, bevor er sich an Jeffers wandte. »Wissen Sie, Doc, Sie sollten mich dafür bezahlen, dass ich hier die Arbeit für Sie mache.« Jeffers erwiderte nichts. »Also, du toller Hengst«, nahm Meriwether wieder Miller ins Visier. »Dann erzähl mal, wie war's denn so?« Miller kniff die Augen zusammen. Er wartete, bis es still war. »Weißt du was, Schwätzer? Es war perfekt. Ist es immer.« Miller schwieg. »Richtig, Freak?« Meriwether nickte. »Richtig.« Jeffers blickte in der halbherzigen Hoffnung in die Runde, jemand könnte ins Gespräch eingreifen. Er hatte im Laufe der Zeit erkannt, dass die Gruppe bestimmte Dinge nicht in Frage stellte. Spaß zu haben gehörte in diese Kategorie. Er notierte sich, dass er das Thema in den regelmäßigen Einzelsitzungen der Männer jeweils weiterverfolgen sollte. Die Gruppe, so seine Überlegung, dient nur dazu, das zu vertiefen, was in den täglichen Therapiesitzungen vermittelt wurde. Manchmal, dachte er und musste innerlich schmunzeln, geht die Rechnung auf. Manchmal auch nicht. »Miller«, schaltete sich Jeffers nun ein. »Wollen Sie der Gruppe etwa sagen, dass die brutale Vergewaltigung einer 73-jährigen Frau eine befriedigende sexuelle Erfahrung gewesen ist?« Mit einigen der anderen hätte er nicht so unverblümt reden können. Miller schüttelte den Kopf. »Nein, Doc, wenn Sie es so ausdrücken, nicht«, antwortete er verächtlich. »Eine befriedigende sexuelle Erfahrung, was immer das sein soll. Was ich sagen wollte, und der Freak da weiß, was ich meine. Stimmt, Spinner? Ist nur, dass sie eben da war. Und ich war da. Es kam einfach nur eins zum anderen. Keine besondere Sache.« »Und meinen Sie nicht, dass es für Sie eine besondere Sache war?« Miller versuchte, einen Witz zu reißen. »Na ja, vielleicht hat sie ja noch keiner so gut besorgt.« Es gab ein paar Lacher, die schnell verstummten. »Kommen Sie, Miller. Sie sind brutal über eine alte Frau hergefallen. Was für ein Mensch tut so etwas?« Miller funkelte Jeffers an. »Sie hören mir nicht zu, Doc.« »Ich sag ja, sie war zufällig da. Keine große Sache.« »Da liegt das Problem.« »Das war's eben doch.« »Na ja, jedenfalls nicht für mich.« »Wenn es keine große Sache war, was ist dann in Ihnen vorgegangen, als Sie es taten?« »Was in mir vorging?« Miller zögerte. »Wie soll ich das verdammt noch mal wissen? Ich hatte Angst, dass Sie mich identifiziert. Wissen Sie, also habe ich Ihre Brille zertreten und ich habe versucht, auf der Hut zu sein. Wollte die Nachbarn nicht wecken.« »Ach, Miller, kommen Sie schon.« Es wimmelt nur so von Ihren Fingerabdrücken und Sie wurden dabei erwischt, wie Sie den Schmuck der alten Frau verkaufen wollten. Woran haben Sie also gedacht? »Was weiß ich verdammt noch mal?« Er verschränkte die Arme und sah geradeaus. »Geben Sie sich ein bisschen Mühe.« »Hören Sie, Doc. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich stinksauer war. Hatte das Gefühl, dass alles komplett in die Hose ging. Ich war definitiv in einer ganz miesen Stimmung. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich alles zum Kotzen fand. So sehr, dass ich am liebsten geschrien hätte. Ich wollte jemandem wehtun, wissen Sie? Weiter nichts. Jemand anderem so richtig wehtun. Das brauchte ich dringend. Tut mir leid, dass mir das alte Mädchen da gerade in die Quere kam, aber sie war nun mal da und ich brauchte das in dem Moment. Kapiert? Fühlen Sie sich jetzt besser?« Jeffers lehnte sich zurück. »Für einen Neuling«, dachte er, »mache ich mich gar nicht so übel.« »Na schön«, meinte er, »reden wir über Wut. Will jemand was sagen?« Es trat kurzes Schweigen ein, bevor Wesserman, der stotterte, sagte, »M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Mal habe ich das Gefühl, dass ich immer wütend bin.« Als er die Antwort eines anderen Mannes in der Runde hörte, schlug Jeffers die Beine übereinander. »Wütend? Worauf?« Die Sitzung dauerte nur noch wenige Minuten und Jeffers wusste, dass die Gruppendynamik sie ohne sein Zutun füllen würde. Wut war stets ein furchtbares Gesprächsthema. Alle Lost Boys waren wütend. Damit kannten sie sich aus. Er sah sich im Aufenthaltsraum um. Es war ein offenes, licht- und luftdurchflutetes Zimmer mit weißen Wänden und einer Fenstereihe, die den Blick auf die Sportplätze freigab. Das Mobiliar wirkte alt und schäbig. Doch das war bei einer staatlichen Einrichtung nicht anders zu erwarten. An einer Wand lehnte eine zusammengeklappte Tischtennisplatte, die nur selten zum Einsatz kam. Irgendwann einmal hatte es auch einen Billardtisch gegeben. Doch eines Tages hatte ein psychotischer Patient mit einem Köh zwei Pfleger krankenhausreif geprügelt, und so wurde der Tisch weggeschafft. Wenn ein Windstoß durch ein geöffnetes Fenster blies, flatterten Zeitschriften auf. Der Fernseher schien verhext, er sendete nur Soaps und alte Filme. Es gab ein verstimmtes Klavier, an das sich immer mal wieder jemand setzte und hoffte, es würde sich durch unsichtbare Hand selbst stimmen. Das Klavier hat etwas mit den Patienten gemeinsam, dachte Jeffers. In der Hoffnung, eine Melodie zu finden, drücken wir immer wieder auf die Tasten. Doch meistens endet es in einem Missklang. Jeffers mochte den Raum. Er hatte etwas Stilles, Wohltuendes, und manchmal schien er Probleme regelrecht abzuwenden. Eine Prügelei passte einfach nicht hierher. Er glaubte nicht, dass er sich je mit seinem Bruder geprügelt hatte. Das war ungewöhnlich. Brüder kämpfen nun mal miteinander. Wieso sollte das bei ihnen anders gewesen sein? Doch so sehr er sich auch anstrengte, fiel ihm keine einzige Gelegenheit ein, bei der sie in mörderischem Zorn aufeinander losgegangen wären. Eine hemmungslose Rage, die im nächsten Moment verpufft. Er erinnerte sich noch an die Zeit, als Doug ihn mühelos am Boden festhalten konnte, indem er ihm die Arme auf dem Rücken verdrehte. Doch das hatte er nur gemacht, damit Martin nicht ihrer Mutter nachjagte, die ihre Schulzeugnisse dem Drogisten zeigen wollte. Er hatte zum ersten Mal in einem Fach, Französisch, nicht bestanden und schämte sich dafür. Er erinnerte sich noch an den eisernen Griff seines Bruders, gegen den er machtlos gewesen war. Doug sagte nichts, sondern hielt ihn einfach nur fest. Er war sich nicht sicher gewesen, was er vorhatte, ob er ihr das Zeugnis aus der Hand reißen und vernichten wollte oder was auch immer. Er wusste nur, dass der Drogist außer sich sein würde. Und da lag er richtig. Eine Woche lang jeden Abend in meinem Zimmer eingeschlossen. Aber das nächste Mal bekam ich eine Zwei und danach eine Eins. »Hey, Pope!« Es war Merriweather. »Komm schon, Pope, du bist ein Mörder, Pope. Sag uns, wie wütend du werden musstest, um jemanden umzubringen.« Jeffers wartete genau wie die anderen Männer im Raum. Das war eine gute Frage, musste er anerkennen. Vielleicht nicht unbedingt vom therapeutischen Standpunkt, aber um die Neugier zu befriedigen, allemal. Pope schnaubte. Er hatte schmale, schwarze Augenschlitze und im Vergleich zu seinem übrigen Körperbau zu breite Schultern. Jeffers hielt ihn für überaus kräftig. »Ich habe noch nie jemanden umgebracht, auf den ich richtig wütend war.« Merriweather lachte. »Ach nee, Pope, ich bitte dich. Du hast diesen Karl in der Kneipe erschlagen, hast du uns letzte Woche erzählt. Eine Prügelei, erinnerst du dich?« Das hatte nichts mit Wut zu tun. Das war nur eine Prügelei. »Er ist draufgegangen.« »Soll vorkommen.« »Glückliches Händchen.« »Ah, du meinst unglückliches Händchen.« Pope zuckte die Achseln. »Aus seiner Sicht vermutlich schon.« »Du meinst, du hast dich mit ihm geprügelt und er ist abgekratzt und du warst nicht mal wütend auf ihn?« »Du bist ein bisschen begriffsstutzig, Schlauchen, wie?« »Sicher hatte ich mit dem Schwachkopf eine Prügelei. Wir hatten was getrunken. Eins kam zum anderen und er hätte mich nicht beleidigen sollen. Aber das ist nix Besonderes. So was passiert jeden Abend in jeder x-beliebigen Kneipe.« »Aber ich bin noch nie stocksauer auf jemanden gewesen, dass ich mich nüchtern hingesetzt und ausgebrütet hätte, wie ich ihn umlegen soll. Könnt ihr euch eigentlich denken?« Das leuchtete der Gruppe ein und alle schwiegen eine Weile. »Ich war mal so wütend,« gab Weingarten zu. »Er hatte den größten Teil der Sitzung übergeschwiegen,« registrierte Jeffers. Er war ein Exhibitionist mit schmierigem Haar, der gefasst worden war, weil er in einer Einkaufspassage während seiner Schau eine junge Frau angefallen hatte. Sie hatte sich jedoch losreißen und ihn am nächsten Tag bei einer Gegenüberstellung wiedererkennen können. Und so war er bei den Lost Boys gelandet. Jeffers bezweifelte, dass das Programm bei ihm viel bewirken würde. Er hatte sein abartiges Verhalten eben erst gesteigert. Wahrscheinlich faszinierten ihn die neuen Erfahrungen zu sehr, als dass er gleich wieder damit aufhören würde. Die Lost Boys litten schließlich nicht an irgendeiner gewöhnlichen Krankheit. Plötzlich kam ihm wieder in den Sinn, wie ihnen an der Uni stets eingebläut worden war, eine Krankheit im Frühstadium zu erkennen, bevor sie weiter fortschreiten konnte. Hier musste man die Krankheit therapieren, nachdem sie bereits voll ausgebrochen war. Man versuchte, sie im Nachhinein auszumerzen. Gewöhnlich war es ein hoffnungsloses Unterfang, räumte er wehmütig ein. Auch wenn die Erfolgsraten stets geschönt wurden, um weiterhin die Finanzierung sicherzustellen. Ich meine, ich wollte ihn wirklich umbringen und so. Und was haben sie gemacht? fragte Jeffers. An der Highschool gab's einen Mistkerl, der mir tierisch auf die Eier ging. Ihr wisst schon, so'n Typ, der sich vor allen anderen vor dir aufpflanzt und dir richtig fest auf den Armbox, nur damit du alt aussiehst. Weil er weiß, dass du nicht zurückschlagen kannst. Versteht ihr, was ich meine? Ein richtiger Sack. Ein richtiges Arschloch. Und das aus deinem Mund? warf Meriwether ein. Weingarten ignorierte ihn und fuhr fort. Zuerst hätte ich ihn am liebsten umgebracht. Mein Dad hatte eine Jagdflinte. Er ging gerne auf Rotwildjagd, das fand ich richtig klasse. Aber er wollte mich nie mitnehmen. Da war ein richtig gutes Zielfernrohr dran. Und einmal hatte ich den Arsch direkt im Fadenkreuz. Hätt's machen sollen. Aber dann war ich ein bisschen schlauer und hab mir gedacht, ich geb's ihm einfach genauso, wie er es mir gegeben hatte. Ja? So richtig nett, vor allen anderen. Also hab ich gewartet und geplant, es ihm direkt vor dem entscheidenden Heimspiel zu zeigen. Ich wollte dafür sorgen, dass er einen Platzverweis kriegt. So einfach war das. Der Trainer hatte ein Ausgehverbot verhängt und ich wusste, dass der scheiß Karl was mit einer der Chill-Leader hatte. Ich bin ihn einfach zu der Stelle gefolgt, wo es die anderen gewöhnlich im Auto trieben und hab gewartet. Dauerte nicht lange, bis sie loslegten. Nach einer Weile habe ich mich rangeschlichen und zack, mit einem Eispickel sauber in jeden Reifen. Ich wusste, dass sie nie im Leben pünktlich zu Hause sein konnten. Bingo. Platzverweis. Das Mädchen war nämlich zufällig die Tochter des Trainers. Wasserdichte Sache. Und wie ging's weiter? Sie waren erst um vier Uhr morgens zu Hause. Und hat der Trainer den scheiß Karl ausgeschlossen? Weingarten zögerte. Er war immerhin der scheiß Fulbrek. Bezirksliga. Hat ein Stipendium für die Notre Dame in Michigan. Und es war immerhin das scheiß wichtige Heimspiel. Also, was glaubst du? Die Lost Boys brachen in Gelächter aus und Jeffers fiel ein. Weingarten musste ebenfalls lachen. Es war eine gute Idee, meinte er. Wenigstens hat sich der Mistkarl in der zweiten Schuttelzeit das Knie aufgeschlagen und war sein Stipendium los. Was ist denn aus ihm geworden? Wollte einer der anderen wissen. Weingarten grinste. Mann, der war so ein Mistkarl. Klar, dass der nur ein Cop werden konnte. Das Grölen der Lost Boys schallte durch den Raum. Sein Bruder, dachte Jeffers, hätte ein großartiger Sportler werden können. Wenn er spielte, hatte man das Gefühl, als zöge er den Ball magisch an. Er war schnell und konzentriert. Und er hatte eine seltsame Art von Starke, die nicht von der Muskelkraft abhing, aber umso überlegener war. Außerdem besaß Duck diese besondere Fähigkeit, wenn nötig, den ganzen Tag zu rennen. Er verfügte über eine unglaubliche Ausdauer. Sie speiste sich aus der Wut. Je mehr ihre Eltern ihn zum Sport ermunterten, desto weniger wollte Duck damit zu schaffen haben. Das gehörte wiederum zu seinen kleinen Rebellionen. Martin entsann sich, wie er eines Nachts in ihrem Zimmer saß, nachdem sie das Licht gelöscht hatten und seinem Bruder zuhörte, der über Hass sprach. Es hatte ihn überrascht, wie abgrundtief die Gefühle seines Bruders waren. Ich werde keinen Finger für sie krumm machen, hatte er erklärt. Ich werde rein gar nichts für sie tun. Nichts, was ihnen gefallen könnte. Nichts. Aus heutiger Sicht würde Jeffers sagen, dass sich in einer solchen Haltung ein tiefsitzender Selbsthass manifestierte. Doch seine Kindheitserinnerung war starker. Was er immer noch spüren konnte, war die geballte Wucht dessen, was sein Bruder im dunklen Zimmer zu sagen hatte. Er hatte Ducks Gesicht nicht sehen können. Stattdessen erinnerte er sich an den nächtlichen Blick aus dem Fenster über den Garten bis zur nächsten Straße, wo das Mondlicht durch die Bäume schien. Es war ein bescheidenes Haus in einem bescheidenen Vorstadtviertel, das die ganze Wut in seinen vier Wänden staute. Der einzige Mensch, auf den ich jemals so sauer war, dass ich ihn umbringen wollte, Mann, war meine Alte. Jeffers blickte auf und sah, dass Stil das Wort ergriffen hatte. Die hat immer nur gemeckert, Mann, Tag und Nacht, morgens, mittags und abends, verflucht. Manchmal habe ich gedacht, die meckert doch noch weiter, wenn sie schläft. Die anderen lachten. Jeffers sah, dass einige nickten. »Wisst ihr, der war es völlig egal, wo wir gerade waren und was wir gerade machten. Sie hat immer dafür gesorgt, dass ich mich klein gefühlt habe. Klein.« Es herrschte einen Moment Schweigen, bevor Stil fortfuhr. Jeffers war mit der Patientenakte von Stil bestens vertraut. Er hatte sein eigenes Viertel unsicher gemacht, indem er sich in der Mittagspause von seiner Arbeit als Klempner Fortstahl und Hausfrauen überfiel. Wieder trat Stille ein. »Wahrscheinlich«, sagte Stil nach einer Weile, »säß ich jetzt nicht hier, wenn mir was eingefallen wäre, wie ich mich an ihr hätte rächen können.« Jeffers machte sich eine Notiz und dachte, »ist ihr doch eingefallen?« Er sah auf die Uhr. Die Sitzung war fast um. Er fragte sich einen Moment, wieso sein Bruder sich geweigert hatte, mit ihm zu Abend zu essen, bei ihm zu übernachten oder wenigstens ein bisschen länger zu bleiben. Es ist eine empfindsame Reise. Was hat er damit gemeint? Martin merkte, wie in ihm Wut hochstieg. Doug konnte in einem Moment gnadenlos direkt sein und dann wieder unergründlich vage. Er hatte plötzlich ein leeres Gefühl im Magen. Wie gut, überlegte er, kenne ich meinen Bruder? Und automatisch kam die Frage hinterher, wie gut kenne ich mich selbst. Er ging seinen Terminkalender für den Rest des Tages durch. Visite, mehrere Stunden Einzeltherapie, Essen allein in seiner Wohnung, ein Ballspiel im Fernsehen, ein Kapitel in einem Buch, ins Bett. Am nächsten Morgen das Ganze wieder von vorne. Routine ist eine Art Schutzschild, dachte er. Er fragte sich, womit sich sein Bruder schützte. Und wovor? Das ist nicht schwer zu beantworten, dachte er. Er sah sich im Zimmer um. Wir schützen uns immer vor uns selbst. Ich bin dem Unheil auf der Spur. Er schmunzelte. Das war typisch Doug. Ein Hang zur Theatralik. Für einen Augenblick fühlte er einen Anflug von Eifersucht. Dann beließ er es dabei. Wir sind, wie wir sind, dachte er und wurde verlegen. Diese Weisheit ist nicht eben neu, sagte er sich. Und noch einmal kam ihm die Frage, wie ähnlich sind wir uns. Rechts von ihm regte sich der Pfleger Simon. Er streckte die Glieder und stand auf. Jeffers hörte, wie die Männer mit den Stühlen rückten und fühlte sich an eine Grundschulklasse kurz vor der Pausenglocke erinnert. Gut, meinte Martin Jeffers. Das war's für heute. Martin Jeffers sah den Männern nach, die allein oder in Grüppchen den Tagesraum verließen. Er hörte das Lachen durch den Flur. Als er allein war, sammelte er seine Papiere ein, machte ein paar Einträge in sein Notizbuch und schlenderte noch eine Weile durchs Zimmer, um die Sonne im Rücken zu genießen. Es war still, und er kam zu dem Schluss, dass die Sitzung ein Erfolg gewesen war. Keine Handgreiflichkeiten, kein unversöhnlicher Streit, auch wenn es nicht schaden konnte, Miller und Meriwether im Auge zu behalten. Es war ein wenig Fortschritt zu verzeichnen. Vielleicht konnten sie Weingartens Geschichte weiter vertiefen. Er beschloss in der nächsten Sitzung, das Thema Eifersucht anzuschneiden und zog die Tür hinter sich zu. Der Anstaltsflur war menschenleer, und er lief zügig am Eingang vorbei zu einer der Stationen. Er blickte durch die Glasscheibe in der Tür und hatte dasselbe lethargische Bild wie jeden Tag vor Augen. Ein paar Leute, die schwatzend herumstanden, und andere, die selbst Gespräche führten. Einige lasen, andere spielten Schach oder Dame. In einer Anstalt dreht sich so viel darum, einfach nur Zeit totzuschlagen. Die Patienten werden wahre Meister darin, bestimmte Tätigkeiten in die Länge zu ziehen, sodass die Mahlzeiten und andere Höhepunkte ewig dauern konnten. Zeit wurde in voller Absicht vergeudet, und das war für Menschen, für die sie alle Dringlichkeit verloren hatte, gar nicht mal unvernünftig. Als er sein Büro erreichte, entdeckte er an seiner Tür eine Notiz. Umgehend in Dr. Harrisons Büro anrufen. Dr. Harrison leitete die Heilanstalt. Jeffers betrachtete die Notiz und fragte sich, worum es wohl ging. Er schloss auf und legte die Papiere ab. Er drehte sich um und starrte für einen Augenblick auf das Bücherregal aus Stahl, das sich unter der Last von Papieren, Akten und Lehrbüchern bog. An der Wand hing ein Kalender mit Gemälden von Vermont. Das erinnerte ihn plötzlich an eine gute Zeit. Da haben wir viel Spaß gehabt, dachte er. Angeln und Zelten. Er dachte an die Forelle, die Duck gefangen und wieder ins Wasser geworfen hatte, nur um den Spott ihres Vaters zu ernten. Wenn du sie erstmal berührst, wischst du etwas von dem Schleim weg, den sie am Körper haben, und dann erkälten sie sich und starben. Du kannst deine Forelle nicht einfach wieder ins Wasser werfen. Und dann hatte ihr Vater weiter gelacht und mit dem Finger auf seinen Bruder gezeigt. Martin Jeffers überlegte, ob es wohl stimmte. Er hatte es nie überprüft. Es machte ihn richtig verlegen, wenn er daran dachte, wie er durchs Leben gegangen war und von dem Moment an geglaubt hatte, dass man eine Forelle nicht ins Wasser zurückwerfen konnte, ohne sie damit zu töten. Dr. Harrison ist Angler, dachte er. Verdammt, ich werde ihn fragen. Er nahm den Hörer ab und wählte den Anschluss des Verwaltungsdirektors. Die Sekretärin meldete sich. Hallo Martha, Marty Jeffers. Ich habe ihn Zettel gefunden. Was hat der Chef auf dem Herzen? Ach, Dr. Jeffers, sagte die Sekretärin. Genaues weiß ich auch nicht, aber hier ist eine Kripobeamtin, extra von Florida heraufgekommen, aus Miami, sagt sie. Und sie möchte mit Ihnen sprechen. Die Sekretärin zögerte und Jeffers dachte an Palmen und Strände. Ich war noch nie in Miami, meinte er. Wollte immer mal hin. Ach, Doktor, fuhr die Sekretärin fort. Sie sagte, es gehe um einen Mordfall. Jeffers fragte sich einen Moment, ob die Forelle vielleicht, nachdem sie angefasst worden war, wusste, dass sie sterben würde. Ob sie vielleicht wegschwamm, um sich einen warmen Strudel hinter ein paar Felsen zu suchen, um sich dort ihrer Umgebung zum Trotz zu Tode zu frieren. Bin gleich da, erklärte er. Ja. Ja.